Kapitel 11 Der eigene Weg Artyom erinnerte sich nicht mehr an den Weg. Er wusste nur, dass sie ihn von der Station in einen von vier Tunneln geführt hatten, jedoch nicht den Weltschen. Sein neuer Bekannte hatte sich ihm als Bruder Timufay vorgestellt. Unterwegs von der düsteren, unansehlichen Zerpuchowskaya durch den lautlosen Tunnel redete er ununterbrochen. Frohe Locke, o geliebter Bruder, dass wir uns begegnet sind! Von nun an wird sich in deinem Leben alles ändern. Deine ziellose Wanderschaft durch die ewige Finsternis hat ein Ende, denn nun hast du gefunden, was du suchtest. Artyom begriff nicht, was der andere meinte, denn eigentlich glaubte er, dass seine Wanderschaft noch lange nicht zu Ende war. Die Worte des rosigen Timufay flossen jedoch so wohltuend und zart dahin, dass er ihm nur noch zuhören wollte. Und er wollte zu ihm in derselben Sprache sprechen, ihm dafür danken, dass er, im Gegensatz zur übrigen Welt, nicht vor ihm zurückgeschreckt war. »Glaubst du denn an den wahren und einzigen Gott, Artyom, mein Bruder?« erkundigte sich Timufay ganz nebenbei und sah Artyom aufmerksam in die Augen. Artyom nickte nur unbestimmt mit dem Kopf und murmelte etwas Unverständliches, was man je nach Belieben als Zustimmung oder Ablehnung interpretieren konnte. »Wie schön, wie wunderbar, Bruder Artyom, Gott Timufay! Nur der wahre Glaube wird dich von der ewigen Höllenqualen erlösen und dir die Vergebung deiner Sünden schenken.« Er nahm eine feierliche Haltung ein. »Denn das Reich unseres Gottes Jehova wird kommen und die heiligen Prophezeiungen der Bibel werden in Erfüllung gehen. Studierst du die Bibel, mein Bruder?« Erneut stammelte Artyom etwas vor sich hin und diesmal blickte ihn der rosige Bruder zweifelnd an. »Im Wachtturm«, fuhr er fort, »wirst du dich selbst davon überzeugen, wie gut es ist, die heilige Schrift zu studieren und dass derjenige, der auf dem Weg der Wahrheit zurückkehrt, reich beschenkt wird.« »Die Bibel ist das Geschenk Jehovas, des einzigen Gottes.« »Sie lässt sich nur mit dem Brief eines liebenden Vaters an seine Kinder vergleichen.« »Weißt du denn, wer die Bibel geschrieben hat?« Artyom hielt es für sinnlos, sich weiter zu verstellen. Aufrichtig schüttelte er den Kopf. »Dies und vieles anderes wird man dir im Wachtturm erklären. Die Augen werden dir übergehen. Weißt du denn, was Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Gemeinde in Laodicea offenbarte? Er sagte, »Ich rate dir, dass du Augensalbe von mir kaufst, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest.« Doch Jesus spricht hier nicht von einer körperlichen Krankheit. Nein, Jesus meint die geistige Blindheit, die gereiht werden muss. Du und tausend andere wandeln in der Finsternis, denn ihr seid blind. Der Glaube an Jehova, den einen Gott, ist diese Salbe, durch die deine Augen sich öffnen und das wahre Wesen der Welt erkennen werden. Denn sehend bist du nur im körperlichen Sinne, im geistigen jedoch bist du blind. Atyom dachte, dass er in den letzten Tagen eine echte Augensalbe gut hätte gebrauchen können. Eine Weile lang schwieg Bruder Timofey, offenbar in der Annahme, dass Atyom seinen komplexen Gedankengang erst verarbeiten musste. Nach etwa fünf Minuten flackerte weit vorne ein Licht auf und Bruder Timofey verkündete die frohe Botschaft, »Siehst du die Feuer in der Ferne? Es ist der Wachtturm. Wir sind da!« Natürlich gab es hier keinen Turm. Gemeint war ein ganz gewöhnlicher Zug, der im Tunnel stand und dessen Scheinwerfer in der Dunkelheit einen Bereich von etwa 15 Metern schwach ausleuchteten. Als sich Bruder Timofey und Atyom näherten, kam ihnen aus der Fahrerkabine ein untersetzter Mann in gleichem Gewand entgegen, umarmte den Rotbackigen und begrüßte ihn mit »Mein geliebter Bruder«, woraus Atyom schloss, dass es sich wohl eher um eine rhetorische Formel handelte als um eine echte Liebeserklärung. »Wer ist dieser Jüngling?« fragte der Dicke und lächelte Atyom sanft zu. »Unser neuer Bruder heißt Atyom. Er möchte mit uns den rechten Weg beschreiten, die heilige Bibel studieren und dem Satan entsagen.« »So gestatte dem Wächter des Turmes, dich zu begrüßen, mein geliebter Bruder Atyom«, tönte der Dicke. Atyom stellte staunend fest, dass auch dieser den unerträglichen Gestank, der von ihm ausging, gar nicht zu bemerken schien. »Während sie ohne Hass auf den ersten Waggon zu gingen, gohte Bruder Timofey. Bevor du zum Treffen der Brüder im Königreichssaal kommst, musst du deinen Körper reinigen, denn Jehova, unser Gott, ist rein und heilig, und von seinen Jüngern erwartet er, dass auch sie geistig, siedlich und körperlich rein sind.« Mit betrübtem Gesicht vertrachtete Atyoms Kleidung, die sich tatsächlich in beklagenswertem Zustand befand. »Tach, wir leben in einer unreinen Welt, und um vor Gottes Angesicht rein zu bleiben, müssen wir uns bemühen, mein Bruder.« Mit diesen Worten schloss Bruder Timofey Atyom in eine mit Kunststoffplatten ausgekleidete Kammer ein, die man unweit des Waggoneingangs eingerichtet hatte. Dann bat er ihn, sich auszuziehen, drückte ihm ein übel riechendes graues Stück Seife in die Hand und goss ihn fünf Minuten lang aus einem Gummischlauch mit Wasser ab. Atyom versuchte nicht daran zu denken, woraus die Seife bestand. Immerhin ätzte sie nicht nur auf der Haut, sondern vertrieb auch tatsächlich den ekelhaften Gestank. Schließlich reichte ihm Bruder Timofey ein relativ frisches, seinem eigenen ähnliches Gewand. Missbilligend beäugte er die Patronenhülse an der Kette um Atyoms Hals, die er wohl für einen heidnischen Glücksbringer hielt, doch beschränkte er sich nur auf ein vorwurfsvolles Seufzen. Es war erstaunlich, dass es in diesem seltsamen Zug, der irgendwann einmal mitten im Tunnel stecken geblieben war und nun den Brüdern als Obdach diente, fließendes Wasser gab, das auch noch mit beträchtlichem Druck aus dem Schlauch kam. Als Atyom jedoch nachfragte, was das für Wasser sei und wie es ihnen gelungen sei, eine solche Vorrichtung zu konstruieren, lächelte Bruder Timofey nur geheimnisvoll und erklärte, der Wunsch, dem Herrn Jehova gefällig zu sein, befähige den Menschen zu wahrhaft heldenhaften und ruhmvollen Taten. Mit dieser mehr als nebulösen Erklärung musste sich Atyom zufrieden geben. Dann betraten sie den zweiten Waggon, wo zwischen den harten Bänken an der Seite lange ungedeckte Tische standen. Bruder Timofey ging zu einem Mann, der zwischen einigen großen, verführerisch dampfenden Bottichen herumfuhrwerkte. Schließlich kam er zurück und trug einen Teller mit einem dünnflüssigen Brei, der sich als durchaus essbar erwies. Auch wenn Atyom nicht herausfinden konnte, woraus er bestand, während er mit einem abgenutzten Löffel hastig die heiße Suppe schluckte, sah ihm Bruder Timofey gerührt zu, nutzte jedoch die Gelegenheit, noch einmal nachzufassen. Denke nicht, dass ich dir misstraue, Bruder, aber als ich dich nach deinem Glauben an Gott fragte, klang deine Antwort etwas unsicher. Doch wie kannst du dir eine Welt vorstellen, in der es ihn nicht gibt? Sollte diese Welt etwa von selbst entstanden sein, nicht nach seinem weisen Plan? Sollte etwa die unendliche Vielfalt der Lebensformen, sollten all die schönen Dinge dieser Welt ein Produkt des Zufalls sein? Atyom sah sich im Waggon um, konnte darin jedoch keine anderen Lebensformen entdecken, außer ihnen beiden und dem Koch. Schließlich begnügte er sich mit einem skeptischen Grunzen und beugte sich wieder über seine Schüssel. Bruder Timofey indes ließ nicht locker, das überzeugt dich nicht, bedenke dies. Wenn in dieser Welt tatsächlich nirgends der Wille Gottes sichtbar würde, so würde das bedeuten. Seine Stimme stockte, als habe ihn das Grauen gepackt und erst nach einigen Augenblicken fuhr er fort. Es würde bedeuten, dass die Menschen sich selbst überlassen sind, dass unsere Existenz keinen Sinn hat und dass es keinen Grund gibt, weiterzuleben. Es würde bedeuten, dass wir im Chaos versinken und es keine Hoffnung gibt auf Licht am Ende des Tunnels. In einer solchen Welt zu leben, wäre furchtbar, ja, unmöglich. Atyom erwiderte nichts, doch Bruder Timofey's Worte machten ihn nachdenklich. Bis zu diesem Augenblick hat er sein Leben als reines Chaos erlebt, eine Verkettung von Zufällen ohne Sinn und Zusammenhang. Und obwohl ihn das bedrückte und die Versuchung groß war, irgendeiner simplen Wahrheit Glauben zu schenken, die seinem Leben einen Sinn verlieh, hätte er das als kleinmütig empfunden. Über alle Schmerzen und Zweifel hinweg gab ihm der Gedanke, dass sein Leben niemandem nützte außer ihm selbst doch einen gewissen Halt. Jedes Leben stand der Sinnlosigkeit und dem Chaos des Seins allein gegenüber, allerdings wollte Atyom mit dem sanften Timofey deswegen doch lieber nicht zu streiten anfangen. Ein sattes, tröstendes, wohliges Gefühl breitete sich in ihm aus und er empfand tiefe Dankbarkeit für diesen Menschen, der ihn aufgenommen hatte, als er müde, hungrig und abstoßend gewesen war, der sich freundlich mit ihm unterhalten, ihn frisch eingekleidet und ihm etwas zu essen gegeben hatte. Er wollte sich erkennlich zeigen und so sprang er, als Bruder Temo für ihn bedeutete, er wolle ihn jetzt der Versammlung der Brüder vorstellen, bereitwillig auf. Die Versammlung fand im nächsten, dem dritten Waggon statt. Hier hatten sich viele Menschen unterschiedlichen Aussehens versammelt, die jedoch fast alle die gleichen Gewänder trugen. In der Mitte des Waggons war ein kleines Podium. Der Mann, der darauf stand, überragte die anderen so sehr, dass er fast mit dem Kopf an die Decke stieß. »Röre gut zu«, ermahnte Bruder Temo für Atyom, während er ihnen mit sanften Berührungen den Weg durch die Menge bahnte. Der Redner war ein ziemlich alter Mann, ein gepflegter, grauer Bart fiel auf seine Brust herab und die tiefliegenden Augen, deren Farbe nicht zu bestimmen war, blickten weise und ruhig. Sein Gesicht war weder hager noch fett und obwohl es von tiefen Forschen durchzogen war, machte es keinen kreisenhaft hilflosen oder schwachen Eindruck, sondern verströmte eine seltsame Kraft. »Das ist Bruder Johann, unser Ältester«, flüsterte Bruder Temo für Atyom ehrfürstig zu. »Du hast großes Glück, Bruder Atyom. Die Predigt beginnt gerade erst. Du wirst also mehrere Lektionen auf einmal lernen.« Der Prediger hob die Hand. Sofort verstummte das Raschen und Flüstern. Dann begann er, mit tiefer, klangvoller Stimme zu sprechen. »Meine erste Lektion für euch, geliebte Brüder, handelt davon, wie wir herausfinden, was Gott von uns will. Beantwortet mir drei Fragen. Welche wichtigen Informationen enthält die Bibel? Wer hat sie geschrieben? Warum muss man sie studieren?« Seine Art zu reden unterschied sich von der Bruder Temofeis. Er sprach einfach, formulierte verständlich, bildete kurze Sätze. Zuerst wunderte sich Atyom darüber, doch dann sah er sich um und erkannte, dass die meisten Anwesenden offenbar nur diese Sprache verstanden. Inzwischen hatte der grauhaarige Prediger erklärt, dass in der Bibel die Wahrheit über Gott und seine Gebote stand. Dann beantwortete er die zweite Frage. Die Bibel sei im Laufe von 1600 Jahren von ungefähr 40 verschiedenen Menschen geschrieben worden, die jedoch alle von Gott inspiriert worden seien. »Deshalb«, schlussfolgerte er, »ist die Bibel nicht von Menschen geschrieben worden, sondern von Gott, dem Himmlischen selbst. Nun antwortet mir, Brüder, warum muss man die Bibel studieren?« Noch bevor jemand reagieren konnte, gab er selbst die Antwort. »Weil die Erkenntnis Gottes und die Erfüllung seines Willens euch das ewige Leben verreißen.« Er warf einen strengen Blick in die Menge und fügte warnend hinzu, »Nicht alle werden sich darüber freuen, dass ihr die Bibel studiert. Doch lasst euch von niemandem daran hindern.« Es entstand eine kurze Pause. Der Alte nahm einen Schluck Wasser, dann fuhr er fort. »Meine zweite Lektion für euch, Brüder, handelt davon, wer Gott ist.« Er antwortet mir drei Fragen. »Wer ist der wahre Gott?« »Und wie lautet sein Name?« »Welche sind seine wichtigsten Eigenschaften?« »Wie muss man ihn anbeten?« Diesmal wollte jemand aus der Menge etwas sagen, doch die anderen zichten ihn wütend an. Und Bruder Johann sagte, als wäre nichts geschehen, »Die Menschen beten vieles an. Doch in der Bibel steht geschrieben, dass es nur einen wahren Gott gibt. Er hat alles erschaffen, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Und da er auch uns das Leben geschenkt hat, dürfen wir nur ihn alleine anbeten.« Er machte eine Pause und fragte dann mit erhobener Stimme, »Und wie reist der wahre Gott?« »Jehova«, tönte ein vielstimmiger Chor. Ation blickte sich nervös um. »Der Name des wahren Gottes ist Jehova«, bestätigte der Prediger. »Er hat viele Titel, aber nur einen Namen. Merkt euch den Namen unseres Gottes und nennt ihn nicht feige bei einem seiner Titel, sondern direkt beim Namen. Und wer antwortet mir jetzt? Welche sind die wichtigsten Eigenschaften unseres Gottes?« Ein ernst reinblickender Jüngling hob die Hand, um die Frage zu beantworten, doch der Alte kam ihm zuvor. Die Person Jehovas wird in der Bibel offenbar. Seine wichtigsten Eigenschaften sind Liebe, Gerechtigkeit, Weisheit und Kraft. In der Bibel steht geschrieben, dass Gott barmherzig und gut ist, sanftmütig und geduldig. »Wie gehorsame Kinder müssen wir ihm in allem nacheifern?« Da diese Worte auf keinen Widerstand trafen, stritt sich der Prediger über seinen mächtigen Bart und fragte, »Sagt mir, wie müssen wir Jehova unserem Herrn dienen?« »Jehova sagt, dass wir nur ihm dienen sollen.« »Wir sollen keine Bilder oder Symbole verehren oder sie anbeten.« Die Stimme des Redners stieg drohend in die Höhe. »Unser Gott wird seinen Ruhm nicht mit anderen teilen. Bilder haben nicht die Kraft, um uns zu helfen.« Die Menge reagierte mit zustimmenden Rufen. Bruder Temofei wandte Atiom sein fröhlich strahlendes Gesicht zu und sagte, »Johan ist ein großer Redner. Dank ihm wächst unsere Bruderschaft mit jedem Tag. Steigt die Zahl der Anhänger des wahren Glaubens ständig.« Atiom rang sich ein Lächeln ab. Joans flammende Reden beeindruckten ihn weniger als die Reaktion der Umstehenden. Aber vielleicht lohnt es sich ja, weiter zuzuhören. In meiner dritten Lektion sage ich euch, wer Jesus Christus ist. Hier sind die drei Fragen. Warum nennt man Jesus Christus den erstgeborenen Sohn Gottes? Warum ist er als Mensch zur Erde herabgestiegen? Und was wird Jesus in nicht allzu ferner Zukunft tun? Wie sich herausstellte, war Jesus das erste Geschöpf Gottes. Vor seiner Menschwerdung auf Erden sei er geistiger Natur gewesen und habe im Himmel gelebt. Atiom musste daran denken, dass er den echten Himmel nur ein einziges Mal gesehen hatte, damals am Botanischen Garten. Und er erinnerte sich, dass ihm jemand einmal gesagt hatte, auf den Sternen könne es Leben geben. War es das, wovon der Prediger sprach. Doch dieser rief den Versammelten bereits die nächste Frage zu. Wer von euch kann mir sagen, warum Jesus Christus, der Gottessohn, als Mensch auf die Erde gekommen ist? Wieder machte er eine Kunstpause. Atiom begriff allmählich, was hier vor sich ging, erkannte, welcher der Anwesenden erst vor kurzem bekehrt worden war und wer die Predigten schon länger besuchte. Die Veteranen versuchten erst gar nicht, auf die Fragen des Ältesten zu antworten. Die Neuen hingegen riefen ihre frisch erworbenen Kenntnisse mit naiven Eifer heraus und winkten mit den Händen. Jedoch nur so lange, bis der Alte selbst zu sprechen begann, dieser holte weit aus. Als Adam, der erste Mensch, das Verbot Gottes missachtete, tat er etwas, was in der Bibel als Sünde bezeichnet wird. Deshalb verurteilte Gott ihn zur Tode. Allmählich wurde Adam alt und starb. Doch gab er zuvor diese Sünde an seine Kinder weiter. Und deshalb werden auch wir irgendwann alt oder krank und sterben. Und Gott sandte seinen erstgeborenen Sohn Jesus, dass dieser den Menschen die Wahrheit über Gott bringe, dass er den Menschen ein Beispiel gebe und sein eigenes Leben opfere, um die Menschheit von Sünde und Tod zu befreien. Adam befremdete diese Vorstellung. Warum musste Gott erst alle mit dem Tod bestrafen und dann seinen eigenen Sohn zu opfern, damit alles wieder so wurde wie früher, war Gott nicht allmächtig. Jesus ist von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Gott hat ihn zum König ernannt. Schon bald wird Jesus alles Böse und alles Leiden von dieser Erde tilgen. Doch zunächst lasst uns beten, meine geliebten Brüder. Alle Versammelten neigten gehorsam die Köpfe und Adam umhüllte ein vielstimmiges Raunen, aus dem man einzelne Wörter verstehen konnte, ohne jedoch den gesamten Sinn zu erfassen. Nach etwa fünf Minuten der Anlacht begannen die Brüder sich lebhaft miteinander zu unterhalten. Offenbar fühlten sie sich geläutert. Artyom dagegen versank erneut in Schwermut. Dennoch beschloss er noch eine Weile zu bleiben. Vielleicht stand der überzeugende Teil der Predigt ja noch bevor. Nun warf der Prediger einen fensteren Blick in die Runde und fragte mit drohender Stimme, In meiner vierten Lektion sage ich euch, was der Teufel ist. Sind alle bereit dafür? Sind alle Brüder stark genug im Geiste, dies zu erfahren? Hier hätte man wohl etwas antworten sollen, doch brachte Artyom keinen Ton hervor. Woher sollte er wissen, ob er im Geiste stark genug war, wenn er nicht wusste, worum es ging? Die drei Fragen? Woher kam Satan? Wie betrügt Satan die Menschen? Warum müssen wir uns dem Teufel widersetzen? Artyom überlegte fieberhaft, wo er sich eigentlich befand und wie er wieder hier hinauskam. Er hörte, wie Bruder Johan erläuterte, die Hauptsünde Satans sei es gewesen, die gleiche Anbetung für sich zu fordern, die rechtmäßig Gott gehörte. Außerdem habe er daran gezweifelt, ob Gott recht über die Menschen herrschte, ob er die Interessen seiner Untertanen berücksichtigte und ob die Menschen ihm auch in Zukunft ergeben sein würden. Die Sprache des Eiten kam Artyom nun zunehmend oberlehrerhaft vor. Bruder Timofey schielte von Zeit zu Zeit zu ihm hinüber, hoffte auf seinem Gesicht wenigstens einen Funken der Erleuchtung zu erkennen. Doch Artyoms Miene verfinsterte sich zusehends. Satan betrügt die Menschen, damit sie ihn anbeten, verkündete Bruder Johan. Es gibt drei Arten von Betrug. Die falsche Religion, den Spiritismus und den Nationalismus. Wenn eine Religion Lügen über Gott verbreitet, so dient sie Satans Zielen. Die Anhänger falscher Religionen mögen aufrichtig glauben, dass sie den wahren Gott anbeten. Doch in Wirklichkeit dienen sie Satan. Spiritismus dagegen bedeutet, dass die Menschen Geister beschwören, damit sie sie beschützen oder anderen Menschen schaden oder ihnen die Zukunft weissagen oder Wunder vollbringen. Hinter all dem steht eine böse Kraft, nämlich Satan. Außerdem betrügt Satan die Menschen, wenn er sie zu übertriebenem Nationalstolz verleitet und sie verführt, sich politischen Organisationen anzuschließen. Erhob Warnend seinen Zeigefinger. Bisweilen glauben die Menschen, dass ihr Volk oder ihre Rasse besser sind als andere. Doch das ist nicht wahr. Hier muss der Atiom zustimmen. Es schrägst die Meinung, dass politische Organisationen die Probleme der Menschheit beseitigen werden. Wer das glaubt, glaubt nicht an das Reich Gottes. Nur Jehovas Königreich kann unsere Probleme lösen. Und nun sage ich euch, meine Brüder, warum wir uns dem Teufel widersetzen müssen. Um euch zu verleiten, dass ihr euch von Jehova abwendet, kann Satan zur Verfolgung und Widerstand greifen. Eure Freunde und Verwandten können euch verdammen, weil ihr die Bibel studiert. Andere können euch verlachen. Doch denkt immer daran, wem verdankt ihr euer Leben? Die Stimme des Predigers bekam einen stählernen Klang. Satan will euch einschüchtern, damit ihr aufhört, von Jehova zu lernen. Lasst Satan nicht siegen. Wenn ihr euch dem Satan widersetzt, beweist ihr Jehova, dass er über euch herrschen soll. Die Menge brüllte begeistert los, doch mit einer Handbewegung bändigte Bruder Johann die allgemeine Hysterie und breitete die Arme aus. Hör die fünfte Lektion. Was hat Gott mit der Erde vor? Jehova hat sie geschaffen, damit die Menschen auf ihr in Ewigkeit glücklich leben. Die Erde wird niemals zerstört werden. Sie wird ewig existieren. Nun hielt es Atiom nicht mehr aus. Er schnaubte verächtlich. Sogleich richteten sich wütende Blicke auf ihn und Bruder Timofei drohte mit dem Fänger. Adam und Eva, die ersten Menschen, sündigten, indem sie Gottes Gesetz missachteten, fuhr der Prediger fort. Darum vertrieb Jehova sie aus dem Paradies und das Paradies und das Paradies ging verloren. Doch Jehova hat nicht vergessen, wozu er die Erde geschaffen hat. Er hat versprochen, sie in ein Paradies zu verwandeln, in dem die Menschen ewig leben würden. Wie wird er diesen Plan in Erfüllung bringen? Der langen Pausenacht zu urteilen stand der entscheidende Augenblick der Predigt bevor. Atiom spitzte die Ohren, als Bruder Johann unheilvoll verkündete, Bevor die Erde zum Paradies wird, müssen die bösen Menschen beseitigt werden. Unseren Vorfahren wurde offenbart, dass die Reinigung im Ramageddon erfolgen wird, dem Krieg Gottes zur Vernichtung des Bösen. So dann wird Satan für tausend Jahre in Fessen gelegt werden und niemand mehr wird der Erde Schaden zufügen. Nur das Volk Gottes wird überleben. Tausend Jahre lang wird unser Herr Jesus Christus herrschen. Der Prediger richtete seinen klünen Blick auf die Vorderanreihen seiner Zuhörer. Begreift ihr, was das bedeutet? Gottes Krieg zur Vernichtung des Bösens ist bereits zu Ende. Das, was mit unserer sündigen Erde geschehen ist, war bereits das Ramageddon. Das Böse liegt in Staub und Asche. Gemäß der Weissagung wird nur das Volk Gottes überleben. Und wir, die wir in der Metro leben, wir sind das Volk Gottes, denn wir haben das Ramageddon überlebt. Das Reich Gottes naht. Schon bald wird es weder Alter noch Krankheit noch Tod geben. Die Gebrechlichen werden wieder gesund, die Greisen wieder jung. In der Tausendjahrherrschaft Jesu werden die Gottgläubigen die Erde in das Paradies verwandeln. Und Gott wird Millionen von Toten auferwecken. Atyom dachte an das Gespräch zwischen Sohoi und Hunter zurück. Sie hatten sich darüber unterhalten, dass die Strahlung an der Oberfläche mindestens 50 Jahre lang so hoch bleiben würde wie jetzt. Sie hatten auch davon gesprochen, dass die Menschheit verdammt sei und dass neue biologische Arten entstehen würden. Wie wollte Bruder Johan da die Erde in ein blühendes Paradies verwandeln? Atyom wollte ihn fragen, welche unheimlichen Pflanzen in diesem ausgebrannten Paradies wachsen würden und welche Menschen den Mut haben würden, nach oben zu gehen, um es zu besiedeln und ob Atyoms Eltern Satans Kinder gewesen seien, weil sie in dem Krieg um die Vernichtung des Bösen gestorben seien? Er spürte, wie Bitterkeit und Misstrauen in ihm Mutanten und schamerfüllt bemerkte er, wie eine Träne seine Wange herablief. Er holte tief Luft und stieß hervor. Und was sagt Jehova zu den kopflosen Mutanten? Die Frage hing in der Luft. Bruder Johan würdigte ihn nicht einmal eines Blickes, doch einige der Zuhörer treten sich erschrocken und befremdet nach ihm um. So gleich rückten sie von ihm ab, als ob ausging. Bruder Timofel griff nach seiner Hand, doch Atiom riss sich los, stieß die Brüder auseinander, barnte sich einen Weg zum Ausgang. Einige Male versuchte jemand ihm ein Bein zu stellen, einer hieb ihm sogar die Faust in den Rücken und von hinten hörte er entrüstetes Zicheln. Er verließ den Königreichssaal und durchquerte den zweiten Waggon. Jetzt saßen viele Menschen an den Tischen und jeder hatte eine leere Aluminiumschüssel vor sich stehen. In der Mitte des Raumes geschah offenbar etwas Interessantes, weswegen alle Augen dorthin gerichtet waren. Ein hagerer, unanseeliger Mann mit Hakenase stand dort und sprach, Bevor wir mit dem Mal beginnen, Brüder, lasst uns die Geschichte des kleinen David röhren, als Ergänzung zu der heutigen Predigt über die Gewalt. Der Mann trat zur Seite und seinen Platz nahm ein pummeliger, stubsnasiger Junge mit glattgekämmten, weißblotten Haaren ein. Mit einer Stimme, mit der Kindergedichte Aufsagen fing er zu sprechen an. Er war wütend und wollte mich verprügeln, wahrscheinlich nur, weil ich so klein bin. Ich bin zurückgewiesen und habe gerufen, warte, schlag mich nicht, Ich habe dir doch nichts getan. Was ist los? Der kleine David machte ein beseeltes Gesicht, das offenbar gut einstudiert worden war. Und was hatte der schlimme Mann geantwortet? fragte der Hagere aufgeregt. Er sagte, dass jemand sein Frühstück gestohlen hat. Er wollte nur seinen Ärger loswerden. Etwas in der Stimme des Jungen ließ einen daran zweifeln, dass er wirklich verstand, was er da sagte. Und was hast du getan? Ich habe ihm einfach gesagt, wenn du mich schlägst, bring dir das dein Frühstück auch nicht zurück. Dann habe ich ihm vorgeschlagen, gemeinsam zu Bruder Koch zu gehen, damit wir ihm die Geschichte erzählen. Er hat von ihm ein neues Frühstück bekommen. Danach hat er mit die Rand geschüttelt und ist immer freundlich zu mir gewesen. Ist derjenige, der damals den kleinen David betraut hat unter uns? fragte der Hagere mit der Stimme eines Anklägers. So gleich fuhr eine Hand empor und ein mächtiger Kerl von vielleicht 20 Jahren und einem tumben finsteren Gesicht bahnte sich den Weg zu der improvisierten Bühne. Er berichtete, welch wundersame Wirkung die Worte des kleinen David auf ihn gehabt hatten. Das fiel ihm nicht leicht. Der Kleine hatte offenbar weitaus mehr Talents im Auswendig Lernen. Als die Vorstellung zu Ende war und man den kleinen David samt dem reumütigen Schläger unter wohlwollendem Applaus verabschiedet hatte, wandte sich der Hagere bewegt an die Versammelten. Wahrlich, gütige Worte verfügen über eine große Macht. Wie heißt es in den Sprüchen? Eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Sanft reit und milde sind keine Schwäche, meine geliebten Brüder. Darin steckt eine enorme Willenskraft. Und die Beispiele aus der Heiligen Schrift belegen dies. Er blätterte in einem speckigen Büchlein nach der entsprechenden Stelle und begann ergriffen daraus zu zitieren. Begleitet von verwunderten Blicken ging Atrium weiter und betrat schließlich den ersten Waggon. Zuerst hielt ihn dort niemand auf, doch als er aus dem Zug hinaustreten wollte, stellte sich ihm der Wächter des Turms, jener gutmütige Dicke, der ihn bei der Ankunft so herzlich begrüßt hatte, in den Weg, zog die dichten Augenbrauen zusammen und erkundigte sich mit strenger Miene, ob er eine Ausgangs Genehmigung habe. Seinem dicken Wanst auszuweichen war völlig unmöglich. Einige Sekunden lang wartete der Wächter auf eine Erklärung, dann rieb er sich die riesigen Fäuste und bewegte sich auf Atrium zu. Dieser blickte sich gehetzt nach allen Seiten um und musste plötzlich an den kleinen David denken. Sollte er sich lieber nicht mit diesem Elefanten anlegen, sondern ihn fragen, ob man ihm heute sein Frühstück geklaut hatte? Zum Glück eilte in diesem Moment Bruder Timofey herbei, sah den Wächter sanft an und sagte, Dieser Jüngling kann gehen, wir halten niemanden gegen seinen Willen auf. Der Wächter blickte erstaunt rein, trat aber gehorsam zur Seite. Lass mich dich noch ein wenig begleiten, mein geliebter Bruder Adjom, flötete Bruder Timofey und als Adjom nickte, unfähig sich der Magie seiner Stimme zu widersetzen, fuhr er beruhigend fort. Mag sein, dass es dir auf den ersten Blick etwas ungewohnt erscheint, wie wir hier leben, doch nun ist der göttliche Samen in dich gelegt und meine Augen sehen, dass er auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Lass mich dir noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben, jetzt, wo das Reich Gottes so nah ist wie noch nie, damit du nicht verstoßen wirst. Lerne das Böse zu rassen und meide alles, was von Gott verrasst ist, Unsucht, Untreue, Sodomie, Magie, Hincest, Homosexualität, Glücksspiel, Lüge, Diebstahl, Zornesausbrüche, Gewalt, Magie, Spiritismus und Trinksucht. Während dieser hastigen Aufzählung versuchte Bruder Timofey immer wieder Adjom in die Augen zu blicken, wenn du Gott liebst und ihm wohlgefällig sein willst, befreie dich von diesen Sünden, Ehre den Namen Gottes, Predige sein Reich, reite dich von den Geschäften dieser sündigen Welt fern und sage dich von allen Menschen los, die das Gegenteil beraubten, denn es ist der Satan, der aus ihrem Munde spricht. Adjom hörte nichts mehr, er ging immer schneller, bis Bruder Timofey nicht mehr Schritt halten konnte. Wo kann ich dich finden, rief ihm dieser atemlos nach, nun schon aus einiger Entfernung, beinahe im Halbdunkel verschwunden. Adjom fing an zu laufen, von hinten aus der Dunkelheit ertönte ein letzter verzweifelter Schrei, gib das Gewand zurück. Adjom lief weiter, stolpernd, ohne etwas vor sich zu sehen. Einige Male fiel er hin, schlug auf dem Betonboden Handflächen und Knie blutig, doch er durfte nicht stehen bleiben. Zu deutlich sah er vor sich das schwarze Sturmgewehr auf dem Pult in der Fahrerkabine. Er war sich keineswegs sicher, ob die Brüder das sanfte Wort tatsächlich der Gewalt vorziehen würden, wenn sie ihn einholten. Außerdem war die Polis nicht mehr weit, auf derselben Linie, nur noch zwei Stationen lagen dazwischen. Das Wichtigste war jetzt, immer gerade auszugehen, keinen Schritt vom Weg abzuweichen und dann, als Adyomba der Serpukowskai ankam, vergewisserte er sich kurz, dass er in die richtige Richtung lief und tauchte wieder in das schwarze Loch des Tunnels ein. Da geschah etwas mit ihm. Das bereits vergessene Gefühl der Tunnelangst überkam ihn wieder, drückte ihn zu Boden, hinderte ihn am Gehen, Denken, Atmen. Er hatte geglaubt, er sei dagegen immun geworden. Wenigstens dieser Schrecken habe ihn nach all seinen Wanderungen verlassen. Weder Angst noch Unruhe hatte er verspürt, als er von Kittai Gerot zur Puskinskaja gegangen, von der Tverskaja zur Pabeleskaja gefahren und sogar ganz allein von Dor zur Dobrin in Skaja gewandert war. Doch nun ging es wieder los und mit jedem seiner Schritte wurde es schlimmer. Am liebsten hätte er sich umgedreht und wäre Hals über Kopf zur Station zurückgerannt, wo es wenigstens etwas Licht gab, wo Menschen waren und wo er nicht ständig diesen bohrenden, boshaften Blick im Rücken spürte. Er war zu viel unter Menschen gewesen, hatte nicht mehr gespürt, was damals am Ausgang der Alexevskaja über ihn hereingebrochen war. Doch nun wurde ihm erneut schlagartig bewusst, dass die Metro nicht nur einfach ein ehemaliges Verkehrsunternehmen, ein Atomschutzbunker oder eine Wohnstadt für einige zehntausend Menschen war, sondern dass sie auf eine seltsame rätselhafte Weise lebte, über ein außergewöhnliches für den Menschen unfassbares Bewusstsein verfügte. Dieses Gefühl war so klar und deutlich, dass es Atom vorkam, als sei die Panik, die er empfand, Ausdruck der Feindseligkeit dieses riesigen Gebildes gegen die Menschen, die es fälschlicherweise als ihre letzte Zuflucht betrachteten. Es hasste diese kleinen Geschöpfe, die in seinen Eingeweihten umherkrochen und es versperrte Atom den Weg. Seinen Wunsch, endlich ans Ende seines Weges, ans Ziel seiner Reise zu gelangen, stellte es seinen uralten, mächtigen Willen entgegen und sein Widerstand wuchs mit jedem Meter, den Atom zurücklegte. Noch immer herrschte um ihn absolute Dunkelheit. Er konnte die eigenen Hände nicht sehen, selbst wenn er sich vor das Gesicht hielt. Er war gleisam aus Raum und Zeit herausgefallen und hatte das Gefühl, dass sein Körper nicht mehr existierte, als ginge er nicht mehr einen Tunnel entlang, sondern als schwebe sein Bewusstsein durch eine unbekannte Dimension. Atom konnte nicht sehen, ob die Tunnelwände an ihm vorüber zogen. Es war, als käme er nicht einen einzigen Schritt voran. Das Ziel seines Weges schien noch genauso unerreichbar zu sein wie fünf oder zehn Minuten zuvor. Zwar berührten seine Füße die Schwellen und dies konnte durchaus ein Anzeichen dafür sein, dass er sich im Raum bewegte, doch war diese Bewegung so monoton, dass er glaubte, es handele sich um eine Art Aufzeichnung, die in seinem Kopf ständig wiederholt wurde, aber in Wahrheit bewegte er sich gar nicht fort. Kam er seinem Ziel überhaupt näher? Er erinnerte sich an den Traum, der eine Antwort auf diese quälende Frage gab. Er schüttelte den Kopf, versuchte diesen dummen, sinnlosen Gedanken zu verwerfen, der seine Muskeln und seinen Verstand lähmte, doch verfolgte er ihn danach nur noch hartnäckiger. Und dann plötzlich sei es aus Angst vor dem unbekannten bösen Feindseligen, das sich hinter seinem Rücken zusammenbraute, sei es um sich zu beweisen, dass er sich doch noch fortbewegte, stürzte er mit dreifacher Kraft los und blieb gerade noch rechtzeitig widerstehen, denn sein sechster Sinn warnte ihn vor einem Hindernis. Vorsichtig tastete er mit den Händen über kaltes rostiges Eisen, aus Gummidichtungen herausragende Glasscherben, stählerne Radscheiben und erkannte, dass es sich bei diesem rätselhaften Hindernis um einen Zug handelte. Er musste an die furchtbare Geschichte denken, die Mikhail Porfejevic erzählt hatte. So zog er es vor, den Zug nicht zu betreten, sondern schließlich eng an die Tunnelwand gedrückt, an der langen Kette von Waggons vorbei. Als er den Zug endlich passiert hatte, atmete er auf und hastete so gleich weiter. Endlich hatten sich seine Beine daran gewöhnt, im Dunkeln zu laufen, als plötzlich vor ihm, ein wenig seitlich versetzt, das rötliche Licht eines Lagerfeuers aufflammte. Atjoms Erleichterung war unermesslich. Nun wusste er, dass er sich noch in der wirklichen Welt befand und dass in seiner Nähe Menschen waren. Es war ihm gleich, was sie von ihm hielten. Es spielte keine Rolle, ob es Mörder, Diebe, Sektierer oder Revolutionäre waren. Hauptsache es waren Geschöpfe wie er, aus Fleisch und Blut. Nicht eine Sekunde lang zweifelte er daran, dass sie ihn aufnehmen würden und er sich hier vor diesem riesigen unsichtbaren Geschöpf verbergen konnte, das ihn ersticken wollte oder auch vor seinem eigenen wild gewordenen Verstand. Das Bild, das sich seinen Augen bot, war jedoch so seltsam, dass er nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob er wirklich in die Realität zurückgekehrt war oder ob er noch immer durch irgendwelche Winkel seines Bewusstseins irrte. An der Station Polyanka und nur um diese konnte es sich handeln, brannte lediglich ein einziges Feuer. Aber da es keine anderen Lichtquellen gab, kam dieses Feuer Atrium heller vor als elektrische Lampen. Davor saßen zwei Männer, der eine mit dem Rücken, der andere mit dem Gesicht zu ihm. Doch keiner der beiden hatte ihn gesehen oder gehört, als wären sie durch eine unsichtbare Wand vor der Außenwelt isoliert. Die gesamte Station war, sobald man dies im Schein des Feuers erkennen konnte, vollgestopft mit unglaublichem Schrott. Atrium konnte die Umrisse von kaputten Fahrrädern, Autoreifen, Möbel und Geräteresten ausmachen, sowie einen riesigen Altpapierhaufen, aus dem die beiden von Zeit zur Zeit einen Pack in Zeitungspapier oder ein Buch herauszogen und ins Feuer warfen. Direkt vor dem Feuer stand auf einem Stück Stoff eine weiße Gipsbüste, neben der eine Katze zusammengerollt schlief. Sonst war keine lebende Seele zu sehen. Der eine des Stationsbewohner war gerade dabei, dem anderen etwas mit bedächtigen Worten zu erzählen und während Atrium näher kam, begann er ihn allmählich zu Rüchte über die Universität sind völlig übertrieben und übrigens grundfalsch. Das klingt alles nach dem alten Mythos von der unterirdischen Stadt in Ramaniki, ein Teil der Metro 2. Natürlich lässt sich nichts mit hundertprozentiger Gewissheit ausschließen. Überhaupt kann man ja nichts mehr mit absoluter Gewissheit sagen. Dies ist das Reich der Mythen und Legenden. Die Metro 2 wäre natürlich der zentrale goldene Mythos, wenn mehr Menschen davon wüssten, allein der Glaube an die unsichtbaren Beobachter. Atrium war schon ganz nah an sie herangetreten, als derjenige, der ihm den Rücken zuwandte, zu seinem Gegenüber sagte, es ist jemand da, der zweite nickte. natürlich, du kannst dich zu uns setzen, sagte der erste zu Atrium, ohne sich nach ihm umzudrehen. Weiter geht es jetzt sowieso nicht. Warum? fragte Atrium beunruhigt. Ist dort jemand in diesem Tunnel? Natürlich nicht, wer wird sich da schon herein wagen? Ich sage doch, es geht nicht weiter, also setz dich. Danke. Atrium machte einen unsicheren Schritt vorwärts und ließ sich neben der Wüste auf dem Boden nieder. Beide waren sie bestimmt über vierzig, der eine kraumeliert mit einer quadratischen Brille, der andere blond und schlank mit einem kleinen Bart. Sie trugen abgewetzte Wattejacken, die auf irritierende Weise nicht zu ihren Gesichtern passten und rauchten aus einem Gerät mit einem dünnen Schlauch, das so aussah wie eine Wasserpfeife und einen schwindelerregenden Geruch verbreitete. Wie reichst du? erkundigte sich der Blonde. Atrium erwiderte dieser, während er die beiden seltsamen Männer misstrauisch musterte. Atrium reichst er, sagte der Blonde zu dem anderen. Ist doch klar, murmelte dieser. Ich bin Evgeny Dmitrijevich und das ist Sergej Andrijevich, sagte der Blonde. Muss das denn unbedingt sein, so offiziell, fragte Sergej Andrijevich. Oh ja, Seriosha, erwiderte Evgeny Dmitrijevich. In unserem Alter sollten wir das ausnutzen. Von wegen Status und so. Sergej Andrijevich wandte sich Atrium zu. Und was noch? Eine seltsame Frage. Sie verlangte nach einer Fortsetzung, zu der es keinen Anfang gegeben hatte. Atrium war verwirrt. Der Blonde half ihm auf die Sprünge. Atrium, Atrium, das bedeutet doch überhaupt nichts. Wo lebst du? Worin gehst du? Woran glaubst du? Wer ist schuld? Und was tun? Genau wie damals, weißt du noch, sagte Sergej Andrijevich auf einmal aus irgendeinem Grund. Evgeny Dmitrijevich musste lachen. Ja, ja, ich wohne an der WDN, zumindest habe ich das mal, begann Atrium zögerlich. Er blickte die beiden noch einmal an. Vielleicht war es besser, von hier abzuhauen, solange es noch nicht zu spät war. Doch das, worüber die zwei gesprochen hatten, bevor sie ihn bemerkten, hielt ihn am Feuer zurück. Was ist das für eine Metro Zwei? Bitte verzeihen Sie, ich habe ein wenig gelauscht. Sergej Andrijevich lächelte gönnerhaft. Du möchtest also die größte Legende der Metro hören? Was genau willst du denn wissen? Sie haben von einer unterirdischen Stadt gesprochen und von irgendwelchen Beobachtern. Jevgeni Dmitrijevich sah an die Decke, stieß ein paar Rauchringe aus und begann allmählich zu erzählen. Nun, die Metro Zwei ist der Rückzugsort der Götter des sowjetischen Pantheons für die Zeit des Ragnarök, wenn die Mächte des Bösen obsiegen. Die Legenden besagen, dass unter dieser Stadt, die Tod dort oben liegt, noch eine weitere Metro errichtet wurde, eine Metro für Auserwählte. Wenn du es so willst, ist das, was du hier ringsum siehst, die Metro für die Herde, das, wovon die Legenden sprechen, ist für die Hirten und ihre Runde. Am Anfang der Anfänge, als die Hirten die Macht über die Herde noch nicht verloren hatten, regierten sie von dort. Doch dann erschärfte sich ihre Kraft und die Schafe verstreuten sich. Nur ein Tor verbannt die beiden Welten und wenn man der Überlieferung glauben will, befand es sich dort, wo die Karte jetzt von einer blutroten Schramme in zwei Teile geteilt wird, auf der Sokonitzeskaya-Linie, irgendwo jenseits der Sportivnaia. Dann geschah etwas, wodurch der Durchgang zum Metro für immer verschlossen wurde, die Menschen hier verloren alles Wissen darüber, was dort vor sich ging und schließlich wurde die Existenz der Metro 2 zum Mythos. Aber Evgeny Dmitrivić holt den Zeigefinger, die Tatsache, dass es keinen Zugang zum Metro 2 mehr gibt, bedeutet nicht, dass sie nicht mehr existiert. Im Gegenteil, sie ist um uns. Ihre Tunnel sind verworben mit den Gängen unserer Untergrundbahn und ihre Stationen befinden sich vielleicht sogar nur wenige Schritte hinter den Mauern unserer Stationen. Beide Bauwerke sind untrennbar, sie sind wie die Blutbahn und die Lymphgefäße desselben Organismus und und gibt Menschen die nicht glauben können, dass die Hirten ihre Herde einfach so dem Schicksal überlassen haben. Sie behaupten, dass jene Unmerklichen in unserem Leben anwesend sind, dass sie uns lenken, jedem unserer Schritte folgen, ohne dabei jedoch irgendwie in Erscheinung zu treten oder sich zu erkennen zu geben, das ist der Glaube an die unsichtbaren Beobachter. Die Katze, die sich neben der verrusten Büste zusammengerollt hatte, hob den Kopf, öffnete die riesigen strahlend grünen Augen und sah Atiom überraschend klar und bewusst an. Ihr Blick hatte nichts mit dem eines Tieres gemein. Ja, Atiom war sich nicht sicher, ob nicht durch ihre Augen jemand anders ihn beobachtete. Doch schon gähnte die Katze mit herausgestreckter rosa Zunge, drückte ihre Schnauze wieder an die Unterlage und döste weiter, sodass sich die Illusion verflüchtigte. Atiom äußperte sich. Aber warum wollen sie nicht, dass die Menschen von ihnen wissen? Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen haben die Schafe gesündigt, denn sie verstießen ihre Hirten in einem Augenblick, als diese schwach waren. Zum anderen haben sich die Hirten, seit die Metro 2 von unserer Welt abgeschnitten ist, anders entwickelt als wir. Nun sind sie keine Menschen mehr, sondern Wesen einer höheren Ordnung, deren Logik uns unverständlich ist und deren Gedanken sich uns nicht erschließen. Niemand weiß, welches Schicksal sie für die Metro erdacht haben. Jedenfalls sind sie in der Lage, alles zu verändern. Ja, sie könnten uns sogar jene wunderschöne verlorene Welt zurückgeben, denn sie haben all ihre Macht wiedererlangt. Aber da wir uns einmal gegen sie aufgelehnt und sie verraten haben, sind sie an unserem Schicksal nicht mehr interessiert. Jedoch sie sind überall, sie wissen Bescheid über jeden unserer Atemzüge, jeden Schritt, jeden Herzschlag, über alles, was in der Metro vor sich geht. Einstweilen beobachten sie nur und erst, wenn wir unsere furchtbare Sünde gesünd haben, werden sie uns ihren geneigten Blick zuwenden, uns die Rand reichen und dann beginnt die Auferstehung. So berichten es die, die an die unsichtbaren Beobachter glauben. Evgeny Dimitrovich sog erneut den aromatischen Rauch ein. Aber wie können die Menschen ihre Schuld sühnen? Das weiß niemand außer den unsichtbaren Beobachtern. Die Menschen können es nicht begreifen, denn das Tun der Beobachter ist ihnen unverständlich. Dann werden die Menschen also niemals selbst ihre Schuld sühnen können. Evgeny Dimitrovich zuckte mit den Schultern. Stört dich das? Er formte zwei weitere schöne Rauchringe und blies den einen durch den anderen. Stille trat ein. Zunächst war sie leicht und durstig, doch allmählich verdichtete sie sich. Wurde lauter, schwerer. In Atom wuchs das Verlangen diese Stille zu zerschlagen, egal womit, mit einer nicht sagenden Phrase oder einem sinnlosen Laut. Also fragte er, woher kommen sie? Früher habe ich an der Smolinskaya gelebt, erwiderte Evgeny Dimitrovich, nur fünf Minuten von dort. Atom blickte ihn verdutzt an. Was meinte er damit? Nicht weit von seiner Station entfernt, im Tunnel. Wir mussten immer an den Ständen vorbei, wo Dschibureki verkauft wurden. Manchmal haben wir uns dort ein Bier geholt. Da standen immer die Prostituierten rum. Die hatten dort ihr Raubquartier. Atom begriff, dass Evgeny Dimitrovich von einer sehr alten Zeit sprach, der Zeit davor. Ja, ich habe übrigens auch nicht weit weg gewohnt, fügt es Sergej Andreevich hinzu, am Kalinin Prospekt, in einem der Hochhäuser. Vor etwa fünf Jahren hat mir jemand erzählt, und der hat es von einem Stalker, das von den Hochhäusern nur noch Schutt übrig ist. Das Haus des Buches steht noch, und stell dir vor, das ganze Papier liegt immer noch völlig unberührt herum, aber von den Hochhäusern sind nichts als Staub und ein paar Bettungblöcke geblieben. Seltsam. Und wie war es damals, erkundigte sich Atiom. Er liebte es, älteren Menschen diese Frage zu stellen und zu beobachten, wie sie bereitwillig alles stehen und liegen ließen, um ihm die Frage zu beantworten. Über ihre Augen legte sich dann stets ein verträumter Schleier, die Stimme bekam eine eigenartige Färbung und ihre Gesichter wurden um Jahrzehnte jünger. Und auch wenn die Bilder, die vor ihrem inneren Auge entstanden, vermutlich ganz anders aussahen als das, was sich Atiom vorstellte, so war es doch unglaublich spannend. Und er fühlte dabei ein seltsames, schmerzlich süßes Sehnen in seinem Herzen. Evgeni Dimitrovic zog wieder an der Wasserpfeife. Na ja, wie soll ich sagen, es war sehr schön. Damals ließen wir es richtig krachen. Atiom verstand nicht, was er mit diesem Ausdruck meinte. Sergej Andreevic bemerkte seine Unsicherheit und beeilte sich zu erklären. Wir hatten Spaß, eine gute Zeit. Ja, genau, wir ließen es krachen, bestätigte Evgeni Dimitrovic. Ich hatte einen grünen Moskowitsch 2141. Mein komplettes Gehalt ging dafür drauf, naja, um ihn aufzumotzen, Ölwechsel und so. Einmal habe ich sogar einen Sportvergaser eingebaut und dann Lachgas zugemischt. Es war offensichtlich, dass er sich in jene glücklichen Zeiten zurückversetzt hatte, als man einfach mal einen Sportvergaser einbauen konnte, denn aus seinem Gesicht zeichnete sich genau jener träumerische Ausdruck ab, den Adjom so liebte. Sergej Andreevic jedoch unterbrach die süßen Erinnerung seines Freundes. Adjom weiß wahrscheinlich gar nicht, was ein Moskowitsch ist, geschweige denn ein Vergaser. Wie, er weiß das nicht. Evgeny Demetrievich warf einen entrösteten Blick auf Adjom. Dieser starrte an die Decke, während er fieberhaft nachdachte, was er sagen sollte. Schließlich ging er zum Gegenangriff über. Und warum verbrennen sie hier Bücher? Wir haben sie schon gelesen, erwiderte Evgeny Demetrievich und Sergej Andrejevich fügte belehrend hinzu. Im Buch steht die Wahrheit nicht. Erzähl du mal lieber, warum du diesen Aufzug trägst. Bist du vielleicht ein Sektierer? Aber nein, woher denn? beeilte sich Adjom zu beschwichtigen. Aber sie haben mich aufgenommen und mir geholfen, als es mir ja ja, so arbeiten sie. Ich erkenne die Randschrift, alle Weisen und Armen oder sowas in der Art. Ich war bei einer ihrer Versammlungen, wo sehr seltsame Dinge gesagt wurden, zum Beispiel, dass die größte Untat Satans darin besteht, dass er auch Ruhm und Anbetung für sich wollte. Geht es also nur um Neid? Dreht sich in der Welt etwa alles nur darum, dass irgendwann einmal jemand seinen Ruhm nicht teilen wollte? Keineswegs, versichert es der Gejandrejevic, nahm die Wasserpfeife aus der Hand seines Freundes entgegen und zog daran. Und noch etwas, sie sagen, dass die wichtigsten Eigenschaften Gottes Barmherzigkeit, Güte und Milde sind, dass er der allmächtige Gott der Liebe ist. Aber schon beim ersten Ungehorsam hat er den Menschen aus dem Paradies vertrieben und ihn sterblich gemacht. Dann kommen unzählige Menschen um und am Ende schickt Gott seinen Sohn, damit er die Menschen erlöst. Doch dieser Sohn stirbt selbst einen furchtbaren Tod. Zuvor ruft er noch seinen Vater an, warum er ihn verlassen hat und wozu das alles? Um mit seinem eigenen Blut die Sünde des ersten Menschen zu sühnen, damit die Menschen ins Paradies zurückkehren und wieder die Unsterblichkeit erlangen? Aber warum so umständlich man hätte all diese Menschen auch weniger hart bestrafen können? Schließlich waren sie selbst gar nicht an der Tat beteiligt und überhaupt hätte man die Strafe wegen Verjährung aussetzen sollen? Wozu den geliebten Sohn Opfern und ihn noch verraten? Wo ist hier die Liebe, die Milde, die Allmacht? Im Etwas grob und vereinfacht dargestellt, aber im Großen und Ganzen korrekt, kommentierte Sergej Andrejevic und reichte die Wasserpfeife zurück. Nun also, was ich dazu sagen kann? Evgeny Dimitrovic nahm einen tiefen Zug, lächelte selig und fuhr fort. Selbst wenn ihr Gott bestimmte charakteristische Eigenschaften hat, so sind dies mit Sicherheit nicht liebe Gerechtigkeit oder Sanftmut. Angesichts all dessen, was auf der Erde geschehen ist seit ihrer Erschaffung, hat Gott nur eine Art von Liebe an den Tag gelegt, die Vorliebe für interessante Geschichten. Erst progt er jedem was ein und dann schaut er, was dabei herauskommt. Ist es zu fade, dann tut er Pfeffer hinein. Insofern hat der alte Shakespeare schon recht. Die ganze Welt ist ein Theater, nur ein ganz anderes als er meinte. Allein heute morgen bemerkte Sergej Andrejevic, hast du dir mit deinen Reden schon wieder ein paar Jahrhunderte Hölle verdient. Dann hast du wenigstens jemanden, mit dem du dich unterhalten kannst. Andererseits kann man dort sicher auch eine Menge interessanter Bekanntschaften machen. Zum Beispiel mit den röchsten Vertretern der katholischen Kirche. Oh ja, mit denen sicher, aber streng genommen sind unsere auch schon. Die beiden glaubten offensichtlich nicht wirklich, dass sie für ihre Worte irgendwann einmal würden büßen müssen. Evgeny Dimitrovichs Äußerung jedoch, das Schicksal des Menschen sei nichts anderes als eine interessante Geschichte brachte Atiom auf einen anderen Gedanken. Ich habe ziemlich viele Bücher gelesen und mich immer gewundert, warum dort nichts so ist wie im richtigen Leben. Verstehen Sie, dort sind alle Ereignisse an einer Linie angeordnet, alles renkt miteinander zusammen, das eine ergibt sich aus dem anderen, nichts geschieht einfach so, aber in Wirklichkeit ist es doch ganz anders. Das Leben ist volle unzusammenhängende Ereignisse, die völlig unabhängig voneinander vor sich gehen. Da gibt es keine logische Reihenfolge, in Büchern dagegen schon. Es gibt einen Anfang, dann beginnt sich etwas zu entwickeln. Irgendwann kommt dann die Spitze und schließt sich das Ende. Der Röhepunkt, nicht die Spitze, korrigierte Sergej Andreevich gelangweilt. Na gut, der Röhepunkt fuhr Atom etwas verunsichert fort. Jedenfalls ist es im Leben anders. Die Abfolge der Ereignisse findet manchmal keinen logischen Anschluss und wenn doch, ist damit noch lange nichts zu Ende. Du meinst, das Leben hat keine Randlung? Atom dachte kurz nach. Dann nickte er. Sergej Andreevich neigte den Kopf zur Seite und musterte Atom. Und was ist mit dem Schicksal? Glaubst du daran? Nein, es gibt kein Schicksal, nur zufällige Ereignisse, deren Sinn wir erst im Nachhinein erfinden. Na ja, Sergej Andreevich seufzte enttäuscht. Ich werde dir jetzt eine kleine Theorie schildern, danach kannst du selbst beurteilen, ob sie zu deinem Leben passt oder nicht. Natürlich glaube auch ich, dass das Leben eitel und sinnlos ist und dass es kein Schicksal gibt, zumindest kein bestimmtes offenkundiges, das man schon von Geburt an kennt. Nein, das nicht. Aber wenn du eine gewisse Zeit gelebt hast, wie soll ich sagen, kann es vorkommen, dass dir etwas passiert, was dich dazu bringt, bestimmte Dinge zu tun und Entscheidungen zu treffen, wobei du immer die Wahl hast, das eine zu tun oder aber etwas anderes. Wenn du jedoch die richtige Entscheidung triffst, so sind die Dinge, die dir im weiteren passieren, nicht mehr rein zufällig, sondern bedingt durch die Wahl, die du zuvor getroffen hast. Ich will damit nicht sagen, dass dein weiteres Schicksal damit vorbestimmt ist. Aber angenommen, du stehst erneut am Scheideweg, so wird dir diese Entscheidung nicht mehr ganz so zufällig vorkommen. Natürlich nur, wenn du deine Wahl bewusst triffst. Dann ist dein Leben schon bald keine Ansammlung von Zufällen mehr, eine gewisse Handlung, in der alles logisch miteinander verknüpft ist, wenn es auch nicht unbedingt immer unmittelbare Verbindungen sind. Das ist dann dein Schicksal. Und wenn du deinen Weg lange genug verfolgst, wird dein Leben so sehr einer Handlung gleichen, dass auf einmal Dinge mit dir passieren, die sich mit nackter Vernunft oder deiner Theorie der zufälligen Verkettungen nicht mehr dafür passen sie aber ausgezeichnet zur Logik der Handlungsstränge, nach denen sich dein Leben jetzt richtet. Ich denke, das Schicksal kommt nicht von allein zu dir, du musst schon selbst dort hingehen, aber wenn sich die Ereignisse in deinem Leben einmal zu einer Handlung verdichten, so kann dich das sehr weit bringen. Das Interessante dabei ist, dass man selbst mitunter gar nicht merkt, wenn es einem passiert, oder man hat eine ganz falsche Vorstellung davon, weil man versucht, die Ereignisse nach dem eigenen Weltbild zu ordnen. Das Schicksal hat jedoch seine eigene Logik. Anfänglich hatte Atom diese seltsame Theorie als völligen Humbug empfunden, aber während Sergei Andrejevic sich in allen Einzelheiten erklärte, veränderte sich allmählich Atoms Blickwinkel auf das, was ihm widerfahren war, seit er Hunters Auftrag angenommen hatte. All seine Abenteuer, seine vergeblichen verzweifelten Versuche ans Ziel zu gelangen, auch wenn er bisweilen gar nicht mehr begriff, warum er das eigentlich tat, kamen ihm nun wie ein komplex aufgebautes System vor, eine zwar etwas verschnörkelte, aber doch durchstachte Konstruktion. Wenn Atoms Zusage tatsächlich der erste Schritt auf diesem Weg gewesen war, so waren die weiteren Ereignisse, die Expedition zur Ryskaya, die Begegnung mit Bourbon der nächste gewesen. Und dann war Khan ihm entgegen gegangen, obwohl er an Estorhevs Skaya hätte bleiben können. All dies ließ sich natürlich auch auf ganz andere Weise erklären. Khan zum Beispiel hatte ganz andere Gründe für sein Handeln genannt. Doch dann war Atom den Faschisten in die Hände gefallen. Beinahe wäre er gehängt worden, aber aufgrund eines völlig unwahrscheinlichen Zufalls verübte die Brigade gerade an diesem Tag einen Überfall auf die Tverskaya. Wären die Revolutionäre nur einen Tag früher oder später gekommen, Atoms Tod wäre unausweichlich und seine Reise zu Ende gewesen. Konnte es wirklich sein, dass die Hartnäckigkeit, mit der er seinen Weg fortsetzte, sich auf die weiteren Ereignisse auswirkte? Waren es wirklich seine Entschlossenheit, Wut und Verzweiflung, die auf wundersame Weise die Wirklichkeit beeinflussten, aus einer chaotischen Ansammlung von Geschehnissen, Taten und Gedanken ein geordnetes System flochten und so, wie Sergej Andrej gesagt hatte, seinem Leben eine sinnvolle Handlung verliehen? Auf den ersten Blick war das unmöglich, aber je mehr er darüber nachdachte, wie sonst konnte man die Begegnung mit Mark erklären, der Atiom die einzig mögliche Chance verschafft hatte, auf das Gebiet der Hanse vorzudringen? Dann, als er sich bereits mit seinem Schicksal als Latrenenputzer abgefunden hatte, war er einfach blind losgegangen und das Unmögliche geschah. Der Wäscher, der an seinem Posten hätte stehen müssen, war verschwunden, nicht einmal eine Verfolgung hatte es gegeben. War er damals also von einem krummen Seitenpfad auf seinen eigentlichen Weg zurückgekehrt? Hatte er sich wieder in den Handlungsablauf seines Lebens eingefügt und dabei die Realität so gravierend verzerrt oder besser korrigiert, damit sich seine Schicksalslinie ungehend weiterentwickeln konnte? Wenn ja, so konnte dies nur eines bedeuten, Sobald Atiom sein Ziel aus den Augen verlor und von seinem Weg abwich, wandte sich sein Schicksal von ihm ab. Der unsichtbare Schild, der ihn vor dem Tod bewahrte, zerbrach in tausend Stücke. Der Ariadne-Faden, den er vorsichtig in der Hand hielt, riss. Und er selbst blieb allein mit der tobenden Wirklichkeit zurück, einer Wirklichkeit, die er mit seinem dreisten Angriff auf das chaotische Wesen des Seins erzürnt hatte. Vielleicht war es ja auch gar nicht möglich, dass einer, der bereits versucht hatte, das Schicksal zu betrügen, der leichtsinnig genug gewesen war, weiterzumachen, obwohl sich unheilvolle Wolken über ihm zusammenbrauten, sich nun einfach so davon stahl. Vielleicht kam er ja ungeschoren davon, doch dann würde sein Leben wieder durchschnittlich und grau werden, niemals mehr würde etwas Ungewöhnliches, Magisches, Unerkehrliches mit ihm geschehen, denn dann würde er die Handlung seines Lebens unterbrechen und den Protagonisten begraben. Hieß dies, dass Atiom nicht nur kein Recht, sondern gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, seinen Weg zu verlassen, war dies sein Schicksal, das Schicksal, an das er nicht geglaubt hatte, an das er nicht geglaubt hatte, weil er all das, was die Zeichen am Wegesrand nicht hatte deuten können und die nur für ihn bestimmte Trasse für ein wirrwarr verlassener Pfade gehalten hatte, die in verschiedene Richtungen führten. Also war er doch auf dem richtigen Weg gewesen. Die Ereignisse seines Lebens ergaben tatsächlich eine zusammenhängende Handlung, die den menschlichen Willen und Verstand beherrschte, sodass seine Feinde erblindeten und seine Freunde sehnt wurden, Einer Handlung, die gleich einer unsichtbaren Hand die Wirklichkeit so sehr steuerte, dass sich die unverbrüchlichen Gesetze der Wahrscheinlichkeit wie Plastilin formen ließen. Und wenn es wirklich so war, dann wurde die Frage nach dem Warum, auf die er früher nur mit mürrischem Schweigen und Zähneknirschen geantwortet hatte, auf einmal hinfällig. Nun würde er sich nicht mehr eingestehen müssen, dass es keine Vorhersehung gab, dass die Welt keine Gesetzmäßigkeiten und keine Gerechtigkeit kannte. Der Gedanke, der sich hier tatsächlich einen Plan abzuzeichnen schien, war einfach verlockend. Ich kann hier nicht mehr bleiben, sagte Atiom laut und deutlich und erhob sich. Er spürte, seine Muskeln mit neuer pulsierender Kraft füllten. Noch einmal horchte er an sich hinein und wiederholte dann, ich kann nicht mehr bleiben, ich muss gehen, es ist meine Pflicht. Ohne sich noch einmal umzudrehen, sprang er auf die Gleise und ging los, hinein in die Dunkelheit. All die Ängste, die ihn zu dem Lagerfeuer getrieben hatten, waren vergessen, die Zweifel hatten ihn verlassen, waren einer absoluten Ruhe sowie der Gewissheit gewichen, dass er nun endlich das Richtige tat. Als wäre er vom Kurs abgekommen, nun aber endlich wieder auf dem Gleis seines Schicksals gelandet. Die Schwellen, über die er lief, zogen nun wie von selbst unter ihm hinweg, ohne dass es ihn besondere Mühe kostete. Nach wenigen Augenblicken war er schon in der Fensternis verschwunden. Sergej Andrejevic zog erneut an der Wasserpfeife. Schöne Theorie, nicht wahr? Man könnte meinen, du glaubst selbst daran, brummte Evgeni Dimitrivic, während er die Katze hinter den Ohren kraute. Kapitel 12 Die Pullis Es blieb nur noch ein Tunnel, nur ein Tunnel und Atiom würde das Ziel, das ihm Hunter gesetzt und das er hartnäckig und verzweifelt gesucht hatte, endlich erreichen, zwei, vielleicht drei Kilometer trockenen und ruhigen Weges und er war dort, an der Burbiskaya. Atiom stellte sich keine Fragen mehr, sein Kopf war fast genauso leer und tönend wie der Tunnel selbst. Noch 40 Minuten, 40 Minuten und seine Reise war zu Ende. Er war sich gar nicht bewusst, dass er durch absolute Dunkelheit ging. Seine Beine liefen mit traumwandlerischer Sicherheit von Schwelle zu Schwelle. Er dachte nicht mehr daran, welche Gefahren er durchgestanden hatte, dass er wehrlos war, weder Dokumente noch Taschenlampe noch Waffen mit sich trug, dass er ein absonderliches Decktieregewand anhatte. Ja, nicht einmal die Tatsache, dass er weder diesen Tunnel noch die womöglich darin lauernden Gefahren kannte, beschäftigte ihn. Die Gewissheit, dass ihm, solange er seinem Weg folgte, nichts passieren konnte, beherrschte sein Bewusstsein. Wohin war die zuvor unvermeidliche Tunnelangst verschwunden? Wo waren Müdigkeit und Zweifel geblieben? Es war das Echo, das alles verdarf. In diesem leeren Tunnel hallte das Geräusch seiner Schritte nach vorne und hinten wieder, krachend stieß es sich an den Wänden ab und entfernte sich allmählich, bis es in ein leises Rascheln überging. Der Wiederhall erklang mit einer gewissen Verzögerung und nach einer Weile hatte Atiom das Gefühl, als ginge nicht nur er durch diesen Tunnel, sondern auch noch jemand anders. Bald war dieser Verdacht so stark, dass Atiom am liebsten stehen geblieben wäre, um zu horchen, ob das Echo der Schritte vielleicht doch sein eigenes Leben hatte. Einige Minuten lang kämpfte er gegen die Versuchung an. Sein Schritt verlangsamte sich. Er trat nun leise auf, horchte, ob sich dies auch auf die Lautstärke des Echos auswirkte. Schließlich blieb er stehen, flach atmend, damit der Luftzug nicht das kleinste Geräusch in der Ferne überdeckte, stand er stocksteif in der Finsternis und wartete. Stille. Nun, da er sich nicht mehr bewegte, hatte er das Gefühl für den Raum wieder verloren. Als er noch ging, hatte er die Verbindung zur Wirklichkeit über seine Fußsohlen gespürt. Doch während er so in der tiefen Schwerte des Tunnels stand, wusste er nicht mehr, wo er sich befand. Dann, als er sich wieder in Bewegung setzte, glaubte er das leise Esche seines Schritts bereits zu hören, bevor sein Fuß den Bettungboden berührte. Sein Herz schlug nun lauter. Er redete sich zu, dass es dumm und sinnlos war, auf jedes kleine Scharren im Tunnel zu achten. Eine Zeit lang versuchte er, das Esche zu ignorieren. Dann schien es ihm, als käme der letzte, ganz leise Biederhall allmählich näher. Er hielt sich die Ohren zu und ging weiter. Doch nach ein paar Minuten riss er die Hände von den Ohren, ohne stehen zu bleiben und bemerkte mit Grauen, dass das Echo im Tunnel vor ihm tatsächlich lauter ertönte. Aber kaum verharrte er auf der Stelle, da verstummten, nur wenige Sekunden Fruchteile später, auch jene Geräusche. Dieser Tunnel prüfte Atioms Fähigkeit, der Angst zu widerstehen. Doch so leicht würde er sich nicht ergeben. Er hatte schon zu viel durchgemacht, um vor einem Echo im Dunkeln zurückzuschrecken. War es denn ein Echo? Es kam näher, daran bestand kein Zweifel. Als er die gespenstlichen Schritte etwa 20 Meter vor sich vermutete, blieb Atiom ein weiteres Mal stehen. Es war so unerklärlich und unheimlich, dass er es kaum aussieht. Er erwischte sich den kalten Schweiß von der Stirn. Seine Stimme überschlug sich, als er in die Leere hineinrief. Ist dort jemand? Das Echo kam aus erschreckender Nähe und Atiom erkannte seine Stimme nicht wieder. Zitternde Wortfetzen jagten einander, immer tonloser werdend, in die Tiefe des Tunnels. Dort jemand, jemand, Ant. Niemand antwortete. Doch dann geschah das Unglaubliche. Das Echo kam zurück. Es wurde lauter, nahm die verlorenen Silben wieder auf und schließlich wiederholte jemand in vielleicht 30 Schritten Entfernung mit ängstlicher Stimme seine Frage. Das war zu viel. Atiom drehte sich um und lief in die Richtung los, aus der er gekommen war. Er vergaß völlig, dass man der Angst niemals nachgeben durfte. Es dauerte nicht lange. Da merkte er, dass der Widerhalt seiner Schritte weiter in derselben Entfernung erklang. Das hieß, der unsichtbare Verfolger ließ ihn nicht laufen. Keuchend rannte er, bis er über ein Verbindungsstück zwischen zwei Tunnelsegmenten stolperte und fiel. Das Echo erstarb sofort. Es verging einige Zeit. Dann endlich nahm Atiom all seinen Mut zusammen, erhob sich und machte wieder einen Schritt in Richtung Polis. Nun kamen die schlurfenen Schritte wieder mit jedem Meter näher. Nur das Pochen in seinen Ohren übertönte dieses unheilvolle Geräusch. Jedes Mal, wenn er stehend lieb, verharrte auch sein Verfolger in der Dunkelheit. Dass es sich nicht um ein Echo handelte, davon war er jetzt absolut überzeugt. Er ging weiter, bis sich ihm die Schritte auf eine Armlänge genähert hatten. Und dann stürzte er los, schreiend und wild mit den Fäusten um sich schlagend, dorthin, wo er seinen Gegner zu finden glaubte. Seine Fäuste pfiffen durch die Luft, doch niemand fährte seine Schläge ab. Er hieb ins Leere, schrie, sprang zurück, breitete die Arme aus, um den unsichtbaren Feind in der Dunkelheit zu packen. Nichts. Es war niemand da. Doch kaum war er wieder bei Atem und machte einen Schritt, als das schwere, schlurfende Geräusch erneut erklang, diesmal direkt vor ihm. Wieder schlug er drauf los, wieder vergeblich. Er glaubte, den Verstand zu verlieren. Er starrte in die Dunkelheit, bis die Augen schmerzten und versuchte verzweifelt, auch nur irgendetwas zu erkennen. Er lauschte, ob er den Atem des anderen vernahm. Doch es war niemand da. Nachdem er einige Sekunden lang vollkommen reglos gewartet und mit sich gerungen hatte, gelangte Atom zu der Einsicht, dass diese Erscheinung, wie immer sie auch zu erklären war, für ihn keine Gefahr darstellte. Wahrscheinlich ein akustisches Phänomen. Wenn ich nach Hause komme, frage ich Sohoi, sagte er sich. Schon wollte er den nächsten Schritt machen, als ihm leise jemand ins Ohr flüsterte. Warte, geh noch nicht. Wer ist da? rief Atom. Er atmete schwer. Niemand antwortete ihm. Um ihn herum war nichts als Leere. Er wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Dann ging er hastig los Richtung Borowiskaya. Die geisterhaften Schritte seines Verfolgers entfernten sich mit der gleichen Geschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung, wurden allmählich leiser, bis er sich in der Ferne ganz auflösten. Erst dann blieb Atom stehen. Er hatte keine Ahnung, was das gewesen war. Noch nie hatte er von etwas derartigem gehört, weder von seinen Freunden noch von seinem Stiefvater, bei dessen abendlichen Erzählungen am Lagerfeuer. Doch wer auch immer dort zu ihm gesprochen hatte, dessen Rat, stehen zu bleiben und zu warten, übte nun, da Atom Zeit gehabt hatte, darüber nachzudenken, eine geradezu hypnotische Überzeugungskraft aus. Daher kauerte er sich auf die Gleise, wo er die nächsten 20 Minuten wie ein Betrunkener hin und her schwankte. Er kämpfte mit einem plötzlichen Schüttelfrost, während er an die seltsame, kaum menschliche Stimme dachte. Erst als das Zittern endlich nachließ und das furchtbare Geflüster in seinem Kopf mit dem leisen Pfeifen des aufkommenden Tunnelwinds verschmolz, erhob er sich und ging weiter. Die ganze Zeit überschritt der Mechanik voran, versuchte an nichts zu denken. Hin und wieder stolperte er über irgendwelche Kabel am Boden. Es schien nicht viel Zeit vergangen zu sein, obwohl er nicht sagen konnte, wie viel genau, denn in der Dunkelheit waren die Minuten nicht voneinander zu unterscheiden. Schließlich erblickte er Licht am Ende des Tunnels. Die Boroviskaya, die Pullis. Im gleichen Augenblick waren Arme lautes Rufen und Schüsse. Er schrag zurück und verbarg sich in einer Wandnäste. In der Ferne hörte er ein langgezogenes Stöhnen und Fluchen. Dann donnerte, verstärkt durch das Escho, eine Maschinengewehrsalve durch den Tunnel. Warte. Als alles wieder ruhig war, harrte Artyom noch eine Viertelstunde in seinem Versteck aus, ehe er sich herauswagte. Er hob beide Arme und ging langsam auf das Licht zu. Es war tatsächlich der Eingang zur Station. Vorgelagerte Posten gab es an der Boroviskaya nicht. Offenbar verließ man sich hier auf die Untastbarkeit der Pullis. Erst fünf Meter vor der Stelle, an der das Tunnelgewirr beendete, standen die Zementblöcke eines Kontrollpunkts. Davor lag in einer Blutlache, die Arme weit von sich gestreckt, ein lebloser Körper. Kaum war Artyom in Sichtweise der grünuniformierten Grenzer, befahl ihn, sie ihm näher zu kommen und sich mit dem Gesicht zur Wand zu stellen. Mandus suchte ihn schnell, fragte nach seinem Pass, drehte ihm die Arme auf den Rücken und brachte ihn schließlich zur Station. Das Licht. Es war die Wahrheit. Alle hatten sie die Wahrheit gesagt. Es waren keine Lügenmärchen gewesen. Dieses Licht war so hell, dass Artyom die Augen zusammenkneifen musste, um nichts zu erblinden. Sogar durch die geschlossenen Lider blendete dieses Gleißen seine Pupillen. Und erst als ihm die Kränzer die Augen verbanden, ließ das Brennen allmählich nach. Die Rückkehr zu jenem Leben, das frühere Generationen einmal geführt hatten, war schmerzhafter, als Artyom vermutet hatte. Erst in der Wachstube nahm man ihm die Augenbinde wieder ab. Es war ein gewöhnlicher, kleiner, mit brüchigen Fliesen ausgekleideter Dienstraum. Und es war dunkel. Lediglich eine Kerze flackerte auf einem Ockerfarben angestrichenen Holztisch. Der Wachmann, ein beleibter und unrasierter Mann in einem grünen Offiziershemd mit hochgekrempelten Ärmeln und einer Krawatte am Gummiband, sah gerade dabei zu, wie etwas flüssiges Wachs auf seinen Finger erstarrte. Er musterte Artyom lange. Dann fragte er, woher kommen sie? Wo ist ihr Pass? Und was ist mit ihrem Auge? Artyom sah keinen Sinn darin, sich zu verstellen. Er berichtete, wie ihm die Faschisten seinen Pass abgenommen hatten und wie er dort fast sein Auge verloren hätte. Zu seiner Überraschung reagierte der Hauptmann wohlwollend. Kennen wir? Natürlich. Der Tunnel auf der anderen Seite führt genau zu Tschecholowskaia. Da haben wir eine richtige Festung stehen. Noch herrscht kein Krieg, aber wohlmeinende Leute raten uns, auf der Ruhe zu sein. Wie heißt es so schön? Sie bis Park im Parabellum. Er zwinkerte Artyom zu. Den letzten Satz verstand Artyom nicht und nachfragen wollte er auch nicht. Eine Tätowierung an der Ellenbeuge des Hauptmannes fesselte seine Aufmerksamkeit. Es war ein Vogel mit weit geöffneten Flügeln, dem offenbar wegen der Strahlung zwei Köpfe mit hakenförmigen Schnäbeln gewachsen waren. An irgendetwas erinnerte ihn das. Doch woran wusste er nicht mehr? Als der Wachleiter sich zu einem der Soldaten umwandte, sah Attyom das gleiche Zeichen in klein auf seiner linken Stäfe. »Und was verschafft uns die Ehre?« fragte der Hauptmann dann. »Ich suche einen gewissen Melnik, wahrscheinlich rein Spitzname. Ich habe eine wichtige Mitteilung für ihn.« Der Gesichtsausdruck des Kränzers veränderte sich schlagartig. Das träge, gutmütige Lächeln verschwand von seinen Lippen, und seine Augen blitzten überrascht im Licht der Kerzen auf. »Sagen Sie es mir! Ich richte es aus!« Attyom schüttelte den Kopf. Entschuldigend begann er zu erklären, es handelte sich um eine geheime Information, und es sei ihm aufgetragen worden, sie niemandem außer diesem Melnik selbst mitzuteilen. Der Hauptmann musterte ihn erneut. Dann gab er einem der Soldaten ein Zeichen, und dieser reichte ihm ein schwarzes Telefon, wobei er das Kabel exakt auf die notwendige Länge abrollte. Der Hauptmann drehte mehrmals mit seinem Finger die Scheibe und sprach in den Hörer, »Rirbon, Süd, Iverschow, verbinden Sie mich mit Oberst Melnikow!« Während sie auf die Antwort warteten, bemerkte Attyom, dass auch die beiden Soldaten, die sich mit ihnen im Zimmer befanden, die gleiche Tätowierung an ihren Schläfen trugen. Der Wachmann klemmte den Hörer zwischen Wange und Schulter und fragte Attyom, »Wie soll ich Sie vorstellen?« »Sagen Sie, eine Mitteilung von Ranta, eine dringende Mitteilung!« Der andere nickte, wechselte noch ein paar Sätze mit der Person am anderen Ende der Leitung und beendete das Gespräch. »Ande Abatzkaya beim Stationsvorsteher, morgen um neun. Bis dahin sind Sie frei.« Er gab einem der Soldaten ein Handzeichen, der daraufhin die Tür freigab. Dann warnte er sich noch einmal an Attyom, »Sie sind ja sozusagen unser Ehrengast, und außerdem zum ersten Mal hier. Nehmen Sie die Rier, aber nur geliehen!« Er hielt Attyom eine dunkle Brille mit leicht verbogenem Metallgestell hin. Ersten Morgen. Attyom konnte seine heftige Enttäuschung, ja, Kränkung, nicht verbergen. Und dafür hatte er den ganzen Weg zurückgelegt, hatte sein Leben und das andere riskiert. Dafür hatte er sich so beeilt, sich gezwungen, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Wieso hatte dieser verdammte Melnik nicht einmal eine freie Minute für ihn? Oder war Attyom einfach zu spät gekommen und Jena wusste schon alles? Vielleicht wusste Melnik er sogar Dinge, die Attyom nicht einmal ahnte. Vielleicht hatte er sich so sehr verspätet, dass seine Mission bereits ihren Sinn verloren hatte. »Erst morgen«, brach es aus ihm heraus. »Der Oberst hat heute noch einen Auftrag zu erledigen. Er kommt morgen früh wieder«, erklärte der Wachleiter. »Begeh schon und ruh dich aus!« Dann begleitete Attyom aus dem Dienstraum hinaus. Beruhigt, aber immer noch leicht gekränkt, setzte Attyom die Brille auf. Die Gläser waren verkratzt und zerrten ein wenig Gesicht, doch er begriff schnell, dass er ohne sie verloren gewesen wäre. Das Licht der Quecksilberlampen war zu hell für ihn. Und nicht nur für ihn. Attyom sah, dass viele Menschen hier ihre Augen hinter dunklen Gläsern verwagen. Offenbar auch Fremde, dachte er. Eine komplett ausgeleuchtete Metrostation war für ihn etwas völlig Neues und Befremdliches. Hier gab es überhaupt keine Schatten. An der WDN-Ra und an allen anderen Stationen, die er kannte, leuchteten die wenigen Lichtquellen, die es gab, den Raum nie aus. Dafür hatte jeder Mensch dort gleich mehrere Schatten. Einen flassen, kränklichen Schatten, den die Kerzen warfen, einen zweiten, blutrot von der Notbeleuchtung, und einen dritten, schwarz und scharfkantig von der Taschenlampe. Sie vermichten sich, verschwammen miteinander und mit fremden Schatten, fielen bisweilen mehrere Meter über den Boden. Erschreckend, täuschend, Vermutungen und Ahnungen weckend. In der Pullis hingegen vernichteten die Tageslichtlampen alle Schatten, bis auf einen. Attyom blieb entgeistert stehen und sah sich um. Die Boroviskaya befand sich in erstaunlich gutem Zustand. Weder die Marmorwände noch die getünchte Decke zeigten irgendwelche Spuren von Ruß. Überall herrschte Ordnung. Ganz hinten machte sich eine Frau in blauem Overall an einem mit der Zeit dunkel gewordenen Wandbild zu schaffen. Mit Schwamm und Reinigungsmittel schrubbte sie das Relief. Die Wohnräume befanden sich hier in den Rundbögen. Nur zwei davon hatte man jeweils als Durchgang zu den Gleisen freigelassen. Die anderen waren beidseitig mit Ziegelmauern versehen und hatten sich in richtige Wohnungen verwandelt. Jeder hatte einen Eingang, einige sogar echte Holztüren und verklafte Fenster. Aus einer Wohnung drang Musik nach außen. Vor manchen Türen lagen kleine Teppiche als Fußabstreifer. So etwas hatte Attyom noch nie gesehen. Diese Räume verströmten so viel Wärme und Geborgenheit, dass ihm ein Stich durch das Herz fuhr und ein Bild aus seiner Kindheit kurz vor ihm auflackerte. Am erstaunlichsten war jedoch, dass sich an den beiden Wänden des Mittelgangs zwischen den Wohnungen eine ganze Reihe von Bücherregalen entlang zog. Dies verlieh der Station ein wundersames, fast unwirkliches Aussehen. Es erinnerte Attyom an die Beschreibungen von Bibliotheken in mittelalterlichen Universitäten, von denen er zu Hause in einem Buch gelesen hatte. Am einen Ende des Saals führten Rolltreppen zu dem Durchgang zur Station Arbatskaya. Das Sicherheitstor stand offen und nur ein kleiner Posten war hier aufgestellt. Die Soldaten winkten die Passanten einfach durch, nicht einmal die Dokumente kontrollierten sie. Dafür befand sich am anderen Ende, außerhalb des großen Reliefs, ein Militärlager. Feldzelte waren dort aufgeschlagen und Attyom erkannte auf der Plane das gleiche Zeichen wie auf den Schläfen der Grenzsoldaten. Auf einem fahrbaren Untersatz war eine große Waffe montiert, deren langer Lauf mit trichterförmigem Aufsatz aus der Abdeckung herausragte. Bewacht wurde sie von zwei Soldaten in dunkelgrünen Uniformen, Helmen und kugelsicheren Westen. Das Lager war um eine breite Treppe herumgruppiert, die über eine der Gleise führte. Eine zweite Treppe, die ebenfalls dorthin führte, war komplett mit riesigen Zementblöcken zugemauert worden und als Attyom auf den herabhängenden Leuchttafeln Ausgang zur Stadt las, begriff er den Sinn dieser Vorsichtsmaßnahmen. In der Mitte der Station standen einige stabile Holztische, an denen Männer in langen, grauen Gewändern aus festem Stoff saßen und sich angeregt unterhielten. Als sich Attyom ihnen näherte, erkannte er verwundert, dass auch sie an den Schläfen tätowiert waren, jedoch nicht mit dem Raubvogelsymbol, sondern mit der stilisierten Zeichnung eines geöffneten Buches, sowie darüber eine Reihe senkrechter Striche, die an Säulen erinnerten. Einer der Männer bemerkte Attyoms Blick, lächelte ihm zu und fragte, »Ein Besucher zum ersten Mal bei uns!« Bei dem Wort Besucher zuckte Attyom kurz zusammen, beruhigte sich aber so gleich wieder und nickte. Der Mann, der ihn angesprochen hatte, war nicht viel älter als er, und als er sich erhob, um ihm aus dem breiten Ärmel seines Gewandes heraus die Hand zu reichen, stellte sich heraus, dass sie sogar ungefähr gleich groß waren, nur war jener etwas zarter gebaut. Attyoms neuer Bekannter hieß Danila. Er erkundigte sich bei Attyom danach, was außerhalb der Polis vor sich ging, welche Neuigkeiten es von der Ringlinie gab und was von den Faschisten und den Roten zu hören war. Eine halbe Stunde später saßen sie in Danilas Zuhause, einer kleinen Wohnung unter einem der Rundbögen, und tranken Tee, der offenbar auf irgendwelchen Umwegen von der WDN-Rher gekommen war. Das Inventar des Zimmers bestand aus einem mit Büchern überhäuften Tisch, einem gusseisernen, bis zur Decke reichenden und ebenfalls bis oben hin mit Büchern vollgestellten Regal, sowie einem Bett. Von der Decke herab hing eine matt leuchtende Glühbirne, die eine kunstvolle Zeichnung eines riesigen antiken Tempels erhellte. Erst nach einiger Zeit erkannte Attyom darin die Bibliothek, die sich irgendwo über der Polis befinden musste. Als seinem Gastgeber schließlich die Fragen ausgingen, kam Attyom an die Reihe. »Warum tragt ihr alle diese Zeichen am Kopf? Hast du etwa noch nie etwas von unseren Kasten gehört?« erwiderte Danila verwundert. »Und vom Rat der Polis auch nicht.« Attyom fiel Michael Porfejevits Erzählung ein. Er nickte. »Doch, die Offiziere und die Bibliothekare. Du bist also ein Bibliothekar?« Danila blickte ihn erschrocken an, erbleichte und musste husten. Als er sich wieder gefangen hatte, sagte er leise, »Hast du denn schon einmal einen lebenden Bibliothekar gesehen? Das möchte ich dir nicht raten. Die Bibliothekare sitzen nämlich oben. Hast du gesehen, welche Befestigungen wir hier haben? Das ist für den Fall, dass sie eines Tages herunterkommen. Bringt diese Dinge bloß nicht durcheinander. Ich bin kein Bibliothekar, sondern ein Rüter. Man nennt uns auch Brahmanen. Was ist das denn für ein seltsamer Name? Wir haben hier eine Art Kastensystem, wie im alten Indien. Eine Kaste? Na ja, das ist so eine Art Klasse. Es gibt die Kaste der Priester, der Wissensrüter und derer, die Bücher sammeln und mit ihnen arbeiten. Dann gibt es die Kaste der Krieger, die für unseren Schutz und die Verteidigung zuständig sind. Das ist ganz ähnlich wie in Indien. Dort gab es außerdem noch die Kaste der Händler und die der Diener. Auch die gibt es bei uns. Daher verwenden wir die indischen Bezeichnungen. Brahmane für Priester, Kshatriya für Krieger, Vaischya für Händler und Sutra für Diener. Mitglied einer Kaste wirst du einmal für dein ganzes Leben und das nach einem bestimmten Weiheritual. Besonders bei den Kshatriyas und den Brahmanen. In Indien war das Familiensache. Das wurde vererbt. Bei uns dagegen weht man selbst, wenn man 18 wird. An der Boroviskaya gibt es hauptsächlich Brahmanen. Unsere Schule ist Trier und auch die Bibliotheken und die Zellen für das Studium. Die Bibliotheksstation nebenan hat einen Sonderstatus, weil dort die rote Linie Transitrecht hat. Deshalb muss sie besonders bewacht werden. Vor dem Krieg gab es dort mehr von uns. Die meisten davon sind zu Aleksandrovskis Satt umgezogen. An der Abatskaya gibt es dagegen fast nur Kshatriyas. Atiom seufzte. All diese komplizierten, altindischen Namen würde er sich nicht so schnell merken. Danila fuhr jedoch unbeirrt fort. Dem Rat gehören natürlich nur zwei Kasten an. Unsere und die der Kshatriyas. Er zwinkerte Atiom zu. Wir nennen sie meistens nur die Raufbolde. Und warum lassen die sich diesen Vogel aufmalen? Bei euch ist es ein Buch, das ist ja klar. Aber ein Vogel? Danila zogte mit den Schultern. Das ist so eine Art Totem für sie. Ich glaube, früher war das eine Art Patron der Strahlenschutzstreitkräfte. Ein Adler, wenn ich mich nicht irre. Die haben ja auch ihren eigenen komischen Glauben. Wie du siehst, sind die Beziehungen zwischen unseren Kasten nicht besonders gut. Früher haben wir uns sogar gegenseitig bekämpft. Durch den Vorhang war zu erkennen, dass das Licht an der Station schwächer wurde. Offenbar war die Nacht angebrochen. Atiom machte Anstalten, sich zu verabschieden. Ich habe dir hier einen Gästeraum, fragte er, wo ich übernachten kann. Ich bin morgen um neun Uhr an der Apatskaya mit jemandem verabredet, weiß aber noch nicht, wo ich schlafen soll. Wenn du willst, bleib hier. Ich schlafe auf dem Boden, das bin ich gewohnt. Ich wollte mir jetzt ohnehin etwas zu essen machen. Du kannst mir erzählen, was du unterwegs noch gesehen hast. Weißt du, ich komme ja hier überhaupt nicht raus. Das Vermächtnis der Rüter gestattet es uns nicht, uns mehr als eine Station zu entfernen. Nach kurzem Zögern willigte Atiom ein. Das Zimmer war einladend und warm und sein Gastgeber war ihm gleich sympathisch gewesen. Sie schienen irgendetwas gemeinsam zu haben. Eine Viertelstunde später putzte er bereits die Pilze, während Danila das Schweinefleisch in kleine Stücke schnitt. Ähm, hast du die Bibliothek denn jemals selbst gesehen? fragte Atiom kurz darauf mit vollem Mund. Du meinst die große Bibliothek? präzisierte der Bramane mit strengem Blick. Atiom deutete mit der Gabel zur Decke. Die dort oben? Sie ist doch noch dort. Zur großen Bibliothek steigen nur unsere Ältesten hinauf. Und die Stalker, die für die Brahmanen arbeiten. Also sind sie es, die die Bücher aus der Bibliothek herbringen? Atiom bemerkte, dass Danila erneut die Stirn runzelte. Ich meine, aus der großen Bibliothek. Ja, das tun sie, aber nur im Auftrag der Ältesten unserer Kaste. Wir können es nicht selbst, deshalb müssen wir uns die sehr seltener bedienen. Laut unserem Vermöchtnis wäre es eigentlich unsere Aufgabe, das Wissen zu bewahren und an die Suchenden weiterzugeben. Aber um Wissen weiterzugeben, muss man es sich erst beschaffen. Danila seufzte und hob die Augen. Und wer von uns würde sich hier dort oben blicken lassen? Wegen der Strahlung? Deswegen auch, Danila senkte die Stimme. Aber vor allem wegen der Bibliothekare. Das verstehe ich nicht. Seid ihr denn nicht die Bibliothekare? Na ja, oder deren Nachkommen? Mir hat man das so erzählt. Weißt du was? Lass uns beim Essen nicht darüber reden. Ich mag das Thema nicht besonders. Danila begann den Tisch abzuräumen. Plötzlich hielt er eine Sekunde lang inne, trat an sein Regal und schob einen Teil der Bücher beiseite. Zwischen zwei Bänden in der hinteren Reihe kam eine Lücke zum Vorschein, aus der eine bauchige Flasche mit selbstgebranntem glänzte. Dazu fanden sich zwei geschlüffene Gläser. Während sie trinkend da saßen, betrachtete Atiom interessiert das Bücherregal. Schließlich sagte er, wie viele Bücher du hast. Wahrscheinlich kommt unsere ganze Bibliothek an der WDN-Rann nicht auf so viel. Dort habe ich schon lange alles durchgelesen. Allein deswegen wollte ich immer mal zu Polis kommen. Wegen der großen Bibliothek. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele Bücher es da oben gibt, wenn man dafür ein so riesiges Gebäude errichten musste. Er deutete mit dem Kopf auf die Zeichnung an der Wand. Geschmalchert von Atioms Worten beugte sich Danila vor. All diese Bücher haben überhaupt nichts zu bedeuten. Und die große Bibliothek wurde nicht deswegen gebaut. Nicht sie werden darin aufbewahrt. Atiom blickte ihn verwundert an. Der Brahmane öffnete erneut den Mund. Doch plötzlich stand er auf, ging zur Tür, öffnete sie leicht und horchte. Dann schloss er sie leise, setzte sich wieder und fuhr flüsternd fort. Die große Bibliothek ist nur für ein einziges Buch errichtet worden. Es wird dort an einem geheimen Ort aufbewahrt. Die anderen Bücher dienen nur dazu, es zu verstecken. Nach diesem einen Buch suchen alle. Und nur dieses eine Buch bewachen sie dort. Ein Schauder ergriff ihn. Was ist das für ein Buch? Fragte Atiom, nun ebenfalls mit gesenkter Stimme. Der alte Foliant. Auf anthrazitschwarzen Seiten ist dort mit goldenen Lettern die gesamte Geschichte niedergeschrieben. Bis zum Ende. Und warum suchen sie es? Verstehst du denn nicht? Bis zum Ende. Von allem. Aber das ist noch fern. Wer über dieses Wissen verfügt? Hinter dem Vorhang war ein Augenblick lang ein schwarzer Schatten zu erkennen. Atiom bemerkte es, obwohl er Danila ansah und gab ihm ein Zeichen. Dieser brach mitten im Satz ab und stürzte zur Tür. Atiom eilte hinterher. Draußen war niemand zu sehen. Nur aus dem Übergang zur Arbeitskaia hörten sie eilige Schritte sich entfernen. Die dort postierten Wachleute schliefen friedlich zu beiden Seiten der Rolltreppe. Als sie ins Zimmer zurückkehrten, dachte Atiom, der Brahmane werde seine Geschichte fortsetzen. Doch dieser war mit einem Mal nüchtern geworden und schüttelte mürig den Kopf. Wir dürfen das nicht erzählen. Dieser Teil unseres Vermächtnisses ist nur für Eingeweihte bestimmt. Ich habe zu viel ausgeplaudert. Merke dir, was du eben gehört hast, darfst du unter keinen Umständen weiter erzählen. Wenn irgendjemand erfährt, dass du von dem einen Buch weißt, wirst du einen Raufen Probleme bekommen. Und ihr ebenfalls. Plötzlich begriff Atiom, warum seine Hände zu schwitzen begonnen hatten, als Daniela ihm von dem Buch erzählte. Mit pochendem Herzen fragte er. Es gibt doch mehrere davon. Nicht. Daniela blickte im Misstrauisch in die Augen. Was meinst du? Er fürchte die Wahrheit in alten Folianten, wo die Wörter mit Gold geprägt sind und das schiefe, schwarze Papier nicht zerfällt. Vor sich sah Atiom durch einen trüben, schleier Börbens leeres, ausdrucksloses Gesicht, wie er mich schanig diese fremden, unverständlichen Worte vor sich hin stotterte. Der Brahmane starrte ihn betroffen an. Woher weißt du das? Wie gebannt blickte Atiom auf die Zeichnung der Bibliothek. Eine Offenbarung. Es ist also nicht nur ein Buch. Was steht in den anderen? Es ist nur eines übrig geblieben. Es waren drei. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Vergangenheit und Gegenwart sind schon vor Jahrhunderten verloren gegangen. Nur das letzte Buch ist noch da. Das wichtigste. Und wo ist es? Irgendwo im Raubmagazin. Mehr als 40 Millionen Bände sind dort gelagert. Und einer davon ist es. Ein unscheinbares Buch mit gewöhnlichem Einband. Um es zu erkennen, muss man es aufschlagen und darin blättern. Laut Überlieferung sind die Seiten des Folianten tatsächlich schwarz. Aber um alle Bücher im Raubmagazin durchzublättern, bräuchte man 70 Jahre. Ohne Unterbrechung und ohne Schlaf. Ein Mensch jedoch hält es dort nicht länger als einen Tag lang aus. Und selbst wenn, wird es ihm nicht möglich sein, sich all die Bände in Ruhe anzusehen. Doch jetzt genug davon. Danila richtete sich einen Schlafplatz auf den Boden, zündete auf dem Tisch eine Kerze an und löschte das elektrische Licht. Atiom legte sich ebenfalls hin, wenn auch widerwillig. Obwohl er sich schon gar nicht mehr daran erinnerte, wann er das letzte Mal geruht hatte, konnte er einfach nicht einschlafen. Danila hingegen hatte bereits zu schnarchen begonnen, als Atiom in die Lehre hinein fragte, Ob man von der Bibliothek aus, wo den Kreml sieht? Natürlich, murmelte der Brahmane. Nur hinsehen darf man nicht. Es sieht einen an. Wie denn das? Danila stützte sich auf den Ellbogen auf. Im gelben Schein der Kerze konnte Atiom sein verärgertes Gesicht erkennen. Die Stalker sagen, wenn man da draußen ist, darf man den Kreml nicht anschauen. Vor allem nicht die Sterne auf den Türmen. Wenn du nämlich einmal hinsiehst, kannst du deinen Blick nicht mehr losreißen. Und wenn du sie länger anschaust, beginnen sie durch Ansicht zu ziehen. Es ist ja kein Zufall, dass alle Kreml-Tore offen stehen. Deshalb gehen die Stalker auch nie allein zur großen Bibliothek. Wenn einer nämlich etwas zu lange den Kreml betrachtet, bringt ihm der Zweite sofort wieder auf den Teppich. Atiom schluckt er. Und was ist dort im Kreml? Das weiß keiner. Denn dort kommt man zwar hin, aber herausgekommen ist bisher noch niemand. Auf dem Regal steht ein Buch, wenn du mehr erfahren willst. Es gibt da eine interessante Geschichte. Über Sterne und Raging-Kreuze. Und auch über die Sterne auf den Kreml-Türmen. Danila stand auf, zog das besagte Buch aus dem Regal, öffnete es an einer Stelle, reichte es Atiom und kroch wieder unter seine Decke. Ein paar Minuten später schlief er, während Atiom die Kerze zu sich geschoben hatte und zu lesen begann. Als kleinste und unbedeutendste unter den politischen Gruppierungen, die nach der ersten Revolution in Russland um Macht und Einfluss kämpften, wurden die Bolschewiki von keinem ihrer Rivalen als ernsthafte Gegner empfunden. Es mangelt ihnen an Unterstützung bei den Bauern und sie hatten nur wenig Anhänger aus der Arbeiterklasse sowie in der Flotte. Die stärksten Verbündeten von Wladimir Elit Lenin, der in der Schweiz in geheimen Schulen der Kunst der Alchemie und der Geisterbeschwörung erlernt hatte, jenseits der Grenze zwischen den Welten. In jener Zeit taucht erstmals das Pentagramm als Symbol der kommunistischen Bewegung sowie der Roten Armee auf. Das Pentagramm ist bekanntlich die am meisten verbreitete und für Anfänge am besten geeignete Form des Portals, um Dämonen in unsere Welt zu holen. Weiß der Schöpfer des Pentagrammes dieses Geschick zu nutzen, so kann er den herbeigeholten Dämon kontrollieren und sich zu Diensten machen. Um das heraufbeschworene Wesen besser kontrollieren zu können, wird eine zusätzliche Kreislinie um den Trudenfuß gezeichnet. Diesen Durchmesser kann der Dämon nicht überschreiten. Man weiß nicht, wie es den Anführern der kommunistischen Bewegung gelang, wonach die größten Nekromanten aller Zeiten strebten, eine Verbindung zu den dunklen Gebietern herzustellen, jenen mächtigen Dämonen, die über ganze Horden geringerer Dämonen befielen. Einige Experten sind der Überzeugung, dass die dunklen Gebiete die nahenden Kriege und das schlimmste Blutvergießen der Menschheitsgeschichte kommen sahen und sich ihrerseits der Grenze zwischen den Welten genähert hatten, um diejenigen zu rufen, die es ihnen ermöglichen würden, eine reiche Ernte an Menschenleben einzufahren. Im Gegenzug versprachen sie jenen Unterstützung und Schutz. Die Geschichte, dass die bolschewistische Führung von der deutschen Aufklärung finanziert worden sei, ist durchaus glaubhaft. Doch wäre es töricht und oberflächlich zu glauben, dass es Lenin nur dank seiner ausländischen Partner und Mitstreiter gelang, die Waagschale zu seinen Kunsten zu neigen? Der künftige kommunistische Führer hatte schon damals unvergleichlich mächtigere und weisere Förderer als den militärischen Geheimdienst des kaiserlichen Deutschlands. Die Details dieses Abkommens mit den dunklen Gebietern, den Mächten der Finsternis, sind für die heutige Wissenschaft nicht mehr zugänglich. Doch das Ergebnis liegt auf der Hand. Bereits nach kurzer Zeit schmückten Pentagramme die Banner- und Kopfbedeckungen der Roten Armee sowie die Panzerungen ihrer damals noch sehr spärlichen Kriegstechnik. Jedes dieser Symbole öffnete einem Schutzdämon den Zugang zu dieser Welt, der so dann den Träger des Pentagramms vor äußeren Angriffen bewahrte. Die Bezahlung des Dämons erfolgte, wie in solchen Fällen üblich, mit Blut. Allein im 20. Jahrhundert fielen diesem Handel, vorsichtigen Schätzungen zufolge, über 30 Millionen Bürger des Landes zum Opfer. Der Pakt mit den Herrschern der beschworenen Mächte zahlte sich schon bald aus. Die Bolschewiki ergriffen die Macht und bauten sie aus. Und obwohl Lenin, das Bindeglied zwischen den beiden Welten, nicht standhielt und innerlich zerfressen von den Flammen der Hölle im Alter von nur 54 Jahren starb, führten Lenins Nachfolger seine Sache ohne zu zögern fort. Bald schon kam es zur Dämonisierung des ganzen Landes. Kinder steckten sich auf dem Weg zur Schule den Todenfuß an die Brust. Kaum jemand weiß heute, dass das Initiationsritual der Oktoberkinder ursprünglich vorsah, mit der Anstecknadel des Abzeichens in die Haut des Kindes zu stechen. So kostete der Dämon eines jeden Oktobersternchens bereits das Blut seines künftigen Herren und ging damit für immer eine sakrale Verbindung mit ihm ein. Sobald das Kind älter wurde und in die Pionierorganisation eintrat, erhielt es ein neues Pentagramm, auf dem sich aufgeweckten Gemütern bereits das Wesen des Abkommens erschloss. Das aufgeprägte goldene Porträt Lenins wird dort von eben jenen Flammen umspielt, die für ihn den Tod bedeuten. Auf diese Weise wurden die heranwachsende Generation an die Heldentat der Selbstopferung erinnert. Danach folgte der Komsomol und schließlich für einige Auserwählte der Weg in die Kaste der Oberpriester, die Kommunistische Partei. Myriaden heraufbeschworener Geister schützen alles und jeden im Sowjetstaat. Kinder und Erwachsene, Gebäude und Maschinen. Die dunklen Gebieter selbst jedoch positionierten sich in den riesigen rubinroten Trudenfüßen auf den Kreml-Türmen. Freiwillig ließen sie sich einsperren, um dadurch ihre Macht noch zu vergrößern. Von hier aus nämlich verliefen unsichtbare Kraftlinien über das gesamte Land, die es vor Chaos und Zerfall schützten und seine Bewohner dem Willen des Kremls unterordneten. In gewissem Sinne verwandelte sich somit die gesamte Sowjetunion in ein gigantisches Pentagramm, mit der Staatsgrenze als äußerste Sicherheitslinie. Artyom riss sich kurz von der Lektüre los und sah sich im Zimmer um. Die Kerze war fast heruntergebrannt und begann bereits zu rußen. Danila schlief fest, mit dem Gesicht zur Wand. Artyom streckte seine Gliedmaßen aus und las weiter. Die entscheidende Prüfung für die Sowjetmacht war die Auseinandersetzung mit Nazi-Deutschland. Unterstützt von nicht minder alten und gewaltigen Mächten trangen die gepanzerten Teutronen zum zweiten Mal innerhalb eines Jahrtausends tief in unser Land ein. Diesmal trugen ihre Banner ein umgedrehtes Symbol der Sonne, des Lichts und des Wohlstands. Noch heute, nach 50 Jahren, kämpfen die Panzer mit den Pentagrammen auf ihren Geschütztürmen die ewige Schlacht gegen jene, die die Swastika auf ihrer Stahlhaut tragen. In musealen Panoramen, auf Fernsehbildschirmen, auf karierten, aus Schulheften herausgerissenen Blättern. Die Kerze flackerte ein letztes Mal auf und erlosch. Es war Zeit zu schlafen. Wenn Atiom sich mit dem Rücken zum Denkmal drehte, würde er in der Lücke zwischen den beiden halb zerstörten Häusern ein Stück der hohen Mauer sowie die Umrisse spitz zulaufender Türme sehen. Sich umzudrehen und dort hinzusehen, war jedoch verboten. Das hatte man ihm eingeschärft. Außerdem durfte er die Türme und die Stufen keinen Augenblick außer Acht lassen, denn im Falle des Falles musste er unverzüglich Alarm schlagen. Wenn er sich dagegen vom Anblick der Türme einfangen ließ, war es zu spät. Er selbst würde dabei draufgehen und auch die anderen würden in Schwierigkeiten geraten. Also blieb er stehen, wie er war, obwohl etwas ihn lockte, sich umzudrehen. Um sich abzulenken, betrachtete er das Standbild, dessen Sockel mit Moos bewachsen war. Es stellte einen alten, düster, dreinblickenden Mann dar, der auf einem flachen Sessel saß und sich mit einem Arm aufstützte. Auch den tief eingekerbten Augenhöhlen tropfte langsam etwas Dickflüssiges heraus, das den Anschein hatte, als ob das Monument weinte. Lange hielt Atom diesen Blick nicht aus. Er ging um die Statue herum und betrachtete die Eingangstüren. Alles war ruhig, es herrschte absolute Stille. Nur der Wind fiel leicht, wenn er zwischen den abgenagten Gebäudeskeletten hindurchwehte. Seine Begleiter waren schon ziemlich lange weg. Atom hatten sie nicht mitgenommen. Er hatte den Auftrag, hier Wache zu halten. Wenn etwas passierte, sollte er zur Station zurückkehren und die anderen warnen. Die Zeit verging langsam. Er zählte die Schritte, mit denen er das Denkmal umkreiste. Eins, zwei, drei. Als er bei 500 angekommen war, geschah es. Das Stapfen und Fauchen kam von hinten, von dort, wo er nicht hinsehen durfte. Etwas war dort und es konnte sich jeden Moment auf Atom stürzen. Er erstarrte, horchte, dann warf er sich zu Boden, drückte sich gegen den Sockel, das Gewehr im Anschlag. Jetzt war es ganz nah, wahrscheinlich auf der anderen Seite des Denkmals. Atom konnte sein heiseres, animalisches Atmen hören, während er um den Sockel herumkam und sich ihm langsam näherte. Verzweifelt versuchte er, seine zitternden Hände zu kontrollieren und die Stelle, wo das Wesen auftauchen musste, im Visier zu behalten. Doch plötzlich begannen sich die Geräusche zu entfernen. Atom spähte hinter der Statue hervor, um seinem unbekannten Gegner eine Salbe in den Rücken zu feuern. Aber da vergaß er augenblicklich alles, was um ihn herum vor sich ging. Der Stern auf dem Kreml-Turm war sogar aus dieser Entfernung noch deutlich zu sehen. Der Turm selbst war nur eine trübe Silhouette im fahlen Licht des wolkenverhangenen Monds. Doch der Stern bannte die Aufmerksamkeit eines jeden, der dort hinblickte. Er strahlte. Atom traute seinen Auge nicht. Er griff nach seinem Feldstecher. Der Stern loderte in einem rasenden, grellroten Feuer, das einen Umkreis von mehreren Metern beleuchtete. Als Atom näher hin sah, fiel ihm auf, dass dieses Leuchten ungleichmäßig war. Es schien, als sei in dem gigantischen Rubin ein Wirbelsturm eingesperrt. Wilde Flammen flackerten auf. Etwas schien hin und her zu fließen. Das Licht brodelte und zuckte. Der Anblick war von umwerfender, überirdischer Schönheit. Doch aus dieser Entfernung nur schwer zu erkennen. Atom musste näher heran. Er warf sich das Gewehr über die Schulter, lief die Treppe hinab, sprang über den aufgesprungenen Asphalt der Straße und blieb erst an der Ecke des Gebäudes stehen, von wo aus er die gesamte Kremlmauer sehen konnte. Und die Türme? Auf jedem der Türme strahlte ein roter Stern. Atemlos nahm Atom wieder das Fernglas vor die Augen. Alle Sterne loderten in demselben brodelnden, ungleichmäßigen Licht, von dem sich Atom einfach nicht losreißen konnte. Er konzentrierte sich auf den am nächsten befindlichen Stern, sog das fantastische Flammenspiel in sich auf und mit einem Mal glaubte er zu erkennen, was sich dort unter der kristallenden Oberfläche bewegte. Um die rätselhaften Konturen besser sehen zu können, näherte er sich noch ein Stück. Ohne auf irgendwelche Gefahren zu achten, blieb er mitten auf offener Straße stehen und starrte durch den Feldstecher. Was hatte er da gesehen? Die dunklen Gebieter, die Marschelle des Dämonenheers, heraufbeschworen zum Schutz des Sowjetstaates. Das Land, ja die ganze Welt, war seither zu Bruch gegangen. Doch die Pentagramme auf den Kreml-Türmen waren unversehrt geblieben. Die Herrscher, die den Park mit den Dämonen geschlossen hatten, waren längst tot, weshalb niemand sie befreien konnte. Niemand? Was, wenn er... Ich muss das Tor finden, dachte er. Ich muss den Eingang finden. Wach auf! Du musst bald los! Danila schüttelte ihn. Artyom gähnte und rieb sich die Augen. Er hatte gerade etwas unglaublich Interessantes geträumt. Doch hatte sich der Traum augenblicklich verpflichtigt und nun erinnerte er sich an gar nichts mehr. Die Station war heller leuchtet. Von draußen hörte man das Klappern von Putzeimern und die Stimmen gut gelaunter Putzfrauen, die sich herzhafte Beschimpfungen zuriefen. Artyom setzte die Sonnenbrille auf, nahm von seinem Gastgeber ein nicht besonders sauberes Handtuch in Empfang und schlurfte hinaus, um sich zu waschen. Die Toiletten befanden sich am hinteren Ende der Station, unweit des großen Wandreliefs. Artyom reihte sich in eine lange Schlange ein und versuchte, noch immer gähnend, sich zumindest einen kleinen Teil seines Traums ins Gedächtnis zu rufen. Plötzlich wurden die Wartenden unruhig und begannen erregt miteinander zu flüstern. Artyom blickte sich um. Alle Augen waren auf die schwere Eisentür gerichtet, die nun auf einmal offen stand. Dort in der Öffnung stand ein hochgewachsener Mann. Als Artyom ihn erblickte, vergaß er völlig, warum er eigentlich hier war. Es war ein Stalker. Genau so hatte er ihn sich nach den Erzählungen seines Stiefvaters und den Geschichten der Händler vorgestellt. Er trug einen verschmutzten, an einigen Stellen sogar verschmorten Schutzanzug und eine lange, schwere, kugelsichere Weste. Über der rechten Schulter hielt er lässig ein Maschinengewehr von beeindruckenden Ausmaßen. Von der linken Schulter verlief ein glänzender Patronengurt schräg über seinen Oberkörper. Die Hose endete in schweren Schnürstiefeln und auf dem Rücken trug er einen voluminösen Tornister aus reißfestem Stoff. Der Stalker setzte seinen runden Helm ab, zog sich die Gasmaske von seinem roten, verschwitzten Gesicht und wechselte einige Worte mit dem Kommandeur der Wache. Er war nicht mehr ganz jung. Artyom bemerkte graue Barstoppeln auf Wangen und Kinn sowie silberne Strähnen im schwarzen, kurzgeschnittenen Haar. Dennoch verströmte er Kraft und Selbstbewusstsein, Härte und Konzentration, als rechne er sogar hier an dieser ruhigen und hellen Station damit, sich jederzeit der Gefahr entgegenstellen zu müssen. Inzwischen starrte nur noch Artyom den Neuankömmling unverhohlen an. Die anderen Wartenden hatten ihn zunächst mürrisch aufgefordert, weiterzugehen. Nun drängelten sie sich einfach an ihm vorbei. Artyom! Daniela trat zu ihm. Was machst du denn so lange? Du kommst noch zu spät! Als der Stalker Artyoms Namen hörte, wandte er sich um, musterte ihn aufmerksam und machte dann einen großen Schritt in seine Richtung. Mit tiefer, kraftvoller Stimme fragte er, Von der WDN! Artyom nickte stumm. Er spürte, dass ihm die Knie zitterten. Du suchst nicht zufällig einen gewissen Melnik! Artyom nickte wieder. Der Stalker blickte ihm direkt in die Augen. Ich bin Melnik! Du hast was für mich! Hastig fingerte Artyom die Schnur mit der Patronenhülse hervor. Es kam ihm seltsam vor, sich davon zu trennen. Sie war wie ein Talisman für ihn geworden. Er erreichte sie dem Stalker. Dieser zog seine Lederhandschuhe aus, schraubte den Deckel der Patronenhülse ab und schüttelte vorsichtig etwas daraus auf seiner Handfläche. Ein kleines, zusammengeglülltes Stück Papier. Eine Notiz. Gehen wir! Entschuldige, dass ich gestern hier konnte. Der Anruf kam, als wir schon unterwegs nach Orben waren. Artyom verabschiedete sich von Danila und dankte ihm. Dann eilte er Melnik über die Rolltreppen zur Abadskaja hinterher. Obwohl er kaum mit dem Schritt halten konnte, fragte er Keine Nachrichten von Ranta. Nichts, erwiderte Melnik und warf Artyom über die Schulter einen Blick zu. Ich fürchte, da müssen wir eure Schwarzen fragen. Von der WDN-Rahr gibt es nämlich mehr Neuigkeiten, als uns lieb ist. Artyom spürte, wie sein Herz schneller schlug. Welche? Wenig Gutes. Die Schwarzen sind wieder zum Angriff übergegangen. Erst vor einer Woche hat es eine schwere Schlacht gegeben, bei der fünf Männer umkamen. Die Schwarzen scheinen ständig mehr zu werden. Die ersten Menschen fliehen von eurer Station. Sie halten den Schrecken nicht mehr aus. Ranta hatte also recht, als er mir sagte, dass sich bei euch etwas Furchtbares zusammenbraut. Er hat es gespürt. Wissen Sie, wie die Opfer reißen? fragte Artyom ängstlich. Er versuchte sich daran zu erinnern, wer vor einer Woche Dienst gehabt haben musste. Was war das für ein Tag gewesen? Schenia, André, bloß nicht Schenia. Woher soll ich das wissen? Abgesehen davon, dass diese Bestien euch bedrängen, scheint ihr auch in den Tunneln um den Prospekt Mira etwas Teufliches vor sich zu gehen. Menschen verlieren ihr Gedächtnis, einige sogar ihr Leben. Was kann man bloß tun? Heute tritt der Rat zusammen. Wir wollen die Meinung der Ältesten, Brachmanen und Generäle hören. Allerdings werden sie der WDN-Rack kaum helfen können. Wir schaffen es gerade mal, die Polis zu halten. Und das auch nur, weil niemand sie ernst hat, anzugreifen wagt. Sie kamen bei der Abatzkaia an. Auch hier gab es Quecksilberlampen. Und wie an der Bohoviskaya waren die Durchgänge zum Bahnsteig mit Hilfe von Ziegelmauern zu Wohnräumen umgestaltet worden. Einige davon waren bewacht. Überhaupt waren hier ungewöhnlich viele Soldaten zu sehen. An den weißen Wänden hingen erstaunlich gut erhaltene Paradefahnen mit aufgesticktem goldenem Adler. Und hier brodelte das Leben. Würdige Brachmanen in langen Gewändern schritten umher, während streitsichtige Putzfrauen all jene ankeiften, die den Frischgewichten noch feuchten Boden betreten wollten. Die Fremden, von denen es hier nicht wenige gab, erkannte man an ihren Sonnenbrillen oder daran, dass sie ihre Hände wie einen Mützenschirm über die zusammengekniffenen Augen hielten. An der Abatzkaia befanden sich nur Wohn- und Verwaltungsräume, Handelsreihen und Kneipen hatte man in die Übergänge verlegt. Melnik führte Atjom zum Ende des Bahnsteigs, wo die Diensträume begannen, ließ ihn auf einer Marmorbank Platz nehmen, deren hölzerne Sitzfläche von tausenden Passagieren plankpoliert war, bat ihn zu warten und verschwand. Atjom betrachtete die Stuckverzierungen an der Decke und fand, dass die Polis seine Erwartungen nicht enttäuscht hatte. Das Leben hier funktionierte tatsächlich völlig anders. Die Menschen hier waren weitaus weniger verhärmt, gereizt oder verängstigt als in anderen Stationen. Wissen, Bücher und Kultur spielten hier, wie es schien, eine ganz besondere Rolle. Auf dem Weg von der Abatzkaia hatten sie mindestens fünf Bücherstände passiert und Plakate kündigten für morgen eine Shakespeare-Aufführung an. Wie an der Abatzkaia ertönte auch hier Musik. Sowohl der Übergang als auch beide Stationen befanden sich in hervorragendem Zustand und obwohl an den Wänden durchaus Risse oder feuchte Stellen zu sehen waren, konnten die Reparaturkommandos, die Atom an mehreren Stellen im Einsatz gesehen hatte, nur bedeuten, dass die Schäden so schnell wie möglich behoben wurden. Neugierig blickte er in einen der Tunnel. Auch dort herrschte absolute Ordnung. Er war trocken und sauber und soweit man sehen konnte, leuchtete alle 100 Meter eine elektrische Lampe. Von Zeit zu Zeit kamen mit Kisten beladene Tresinen an, luden einen Passagier aus oder nahm in eine Bücherkiste auf, die die Polis in die gesamte Metro verschickte. Doch plötzlich dachte Atiom, das hier wird bald alles zu Ende gehen. Die WDN-R wird dem Druck dieser Ungeheuer nicht mehr lange standhalten. Kein Wunder, sagte er laut zu sich. Er dachte an jene Nacht, als er einen Angriff der Schwarzen selbst mit abgewehrt hatte und an seine vielen Albträume seither. Stand die WDN-R wirklich vor dem Untergang? Wenn ja, so bedeutete das, dass er sein Zuhause verlieren würde. Mit viel Glück würden sich sein Stielfad und seine Freunde retten können. Dann würde er sie vielleicht eines Tages irgendwo in der Metro wiedersehen. Er schwor sich, wenn Manik ihm heute eröffnete, dass er seine Aufgabe erfüllt hatte und weiter nichts für ihn zu tun war, würde er sich sofort auf den Rückweg machen. Wenn es seiner Station bestimmt war, das einzige Hindernis auf dem Weg der Schwarzen zu sein und wenn seine Freunde bei der Verteidigung sterben mussten, so war er lieber bei ihnen, anstatt sich in diesem Paradies zu verstecken. Ja, er wollte nach Hause zurück, zu den Armeezelten, zur Teefabrik, sich mit Shenya unterhalten, ihm von seinen Abenteuern erzählen. Wahrscheinlich würde der nicht mal die Hälfte davon glauben, wenn er noch lebte. Gehen wir, Artyom, sagte Melnik, sie wollen mit dir sprechen. Er hatte seinen Schutzanzug abgelegt und trug nun einen Rollkragenpullover, eine schwarze Feldmütze ohne Kokade und eine Hose mit Taschen, ähnlich der er die Hunter getragen hatte. Überhaupt erinnerte Artyom mit seinem Verhalten sehr an den Jäger. Er war in gleichem Maße konzentriert, gespannt wie eine Feder und sprach in ähnlich kurzen, klaren Sätzen. Sie betraten einen Raum, dessen Wände mit Eichenholz getäfelt waren. Auf beiden Seiten hing ein großes Ölbild. Auf dem einen erkannte Artyom sofort die Bibliothek, auf dem anderen war ein hohes Gebäude mit weißer Fassade zu sehen, die den Schriftzug Generalstab des Verteidigungsministeriums der RF trug. In der Mitte stand ein großer Holztisch, um den etwa zehn Personen saßen, die nun alle Artyom prüfend ansahen. Die eine Hälfte saß unter dem Bild der Bibliothek und war in graue Brachmanengewänder gekleidet. Die andere unter dem Generalstab trug Offiziersuniformen. Den Vorsitz am Kopfende des Tisches hatte ein kleingewachsener, aber gepeterich dreinblickender, kahlköpfiger Mann mit einer strengen Brille. Er trug einen Anzug mit einer Krawatte und war zu Artyoms Erstaunen nicht tätowiert. Zur Sache, sagte er, ohne sich vorzustellen, berichten Sie uns alles, was Sie wissen, einschließlich der Lage in den Tunneln zwischen Ihrer Station und dem Prospekt Mira. Artyom begann ausführlich vom Kampf der BDN-Rher gegen die Schwarzen zu erzählen. Dann berichtete er von Hunters Auftrag und schließlich von seiner Reise zur Polis. Als er bei den Geschehnissen in den Tunneln zwischen der Alexeskaya, der Riskaya und dem Prospekt Mira angelangt war, begannen die Offiziere und die Brachmanen miteinander zu flüstern. Die einen ungläubig, die anderen hebhaft. Ein Offizier, der in der Ecke saß und Protokoll führte, fragte einige Male bei ihm nach. Als die Diskussion wieder abflaute, gestattete man Artyom vorzufahren, doch sein weiterer Bericht rief bei den Zuhörern kaum Interesse hervor, bis er bei der Polyanka und ihren beiden Bewohnern angekommen war. Mit Verlaub, unterbrach ihn einer der Offiziere, ein untersetzter Mann von vielleicht 50 Jahren, mit glatt nach hinten gekämmten Haaren und einer Brille, deren Stahlgestell sich tief in den fleißigen Nasenrücken bohrte, es ist doch bekannt, dass die Polyanka unbewohnbar ist. Sie ist seit langem verlassen. Es stimmt zwar, dass täglich einige Dutzend Menschen die Station passieren, aber leben kann dort niemand. Dort strömt ständig Gas aus und überall sind Schilder angebracht, die vor der Gefahr warnen. Garzen oder Altpapier gibt es dort schon längst nicht mehr. Es ist ein völlig leerer Bahnsteig, also verschonen sie uns mit ihren Fantasien. Die anderen Offiziere nickten, Atiom schwieg verwirrt. Als er an der Polyanka angekommen war, hat er einen Augenblick selbst gedacht, dass die friedliche Stimmung, die dort herrschte, für die Metro ungewöhnlich war. Doch diesen Verdacht hatten die beiden, mehr als realen Bewohner, schnell zerstreut. Die Brahmanen unterstützten den wütenden Einspruch des Offiziers offenbar nicht. Ihr Ältester, ein kahler Mann mit langem, grauen Bart, blickte Atiom mit Interesse an und wechselte einige Sätze mit seinen Kollegen in einer fremden Sprache. Dann sagte ein anderer, der rechts von ihm saß, versöhnlich, Wie sie wissen, hat dieses Gas in einem bestimmten Mischungsverhältnis mit Luft radicinogene Wirkung. Der Offizier musterte Atiom misstrauisch. Da nicht zu fragen, ob man in den Rest einer Geschichte auch glauben kann. Wir danken Ihnen für den Bericht, unterbrach der Mann im Anzug die Diskussion. Der Rat wird darüber befinden und Ihnen das Ergebnis mitteilen. Sie können gehen! Langsam verließ Atiom den Raum. Sollte die Unterhaltung mit den beiden wasserpfeife rauchenden Herren wirklich eine Halluzination gewesen sein? Das würde bedeuten, dass die Vorstellung er sei auserwählt und könne die Wirklichkeit formen, solange er seinen vorgezeichneten Schicksal folge nur Einbildung gewesen war, allenfalls ein Versuch, sich selbst zu trösten. Jetzt erschien ihm auch die rätselhafte Begegnung im Tunnel zwischen der Polyanka und der Bojoviskaya nicht mehr wie ein Wunder. Gas! Nun ja, Gas! Er saß auf einer Bank neben der Tür und hörte nicht auf die entfernten Stimmen der streitenden Ratsmitglieder. Menschen gingen an ihm vorbei, Träsenen und Kleinlokomotiven passierten die Station, Minute um Minute verging. Er saß da und dachte nach. Existierte seine Mission überhaupt oder hatte er sich auch das nur ausgedacht? Was sollte er jetzt tun? Wohin sollte er gehen? Jemand berührte ihn an der Schulter. Es war der Offizier, der seinen Bericht mitgeschrieben hatte. Die Mitglieder des Rates teilen ihnen mit, dass sich die Polis nicht in der Lage sieht, ihrer Station zu helfen. Sie danken ihnen für ihren ausführlichen Bericht über die Lage der Untergrundbahn. Sie können jetzt gehen. Das war alles. Die Polis sah sich nicht in der Lage zu helfen. Alles war umsonst gewesen. Er hatte getan, was er konnte, doch es hatte nichts genutzt. Nun blieb ihm nichts weiter übrig, als zu WDN-Rat zurückzukehren, um Schulter an Schulter mit jenen zu kämpfen, die die Station verteidigten. Schwerfällig erhob sich Adjom und entfernte sich langsam, ohne zu wissen, wohin. Er war schon fast beim Übergang zur Büroviskaya angelangt, als er hinter sich ein leichtes Reuspern hörte. Er drehte sich um und erblickte jenen Prachmanen, der bei der Versammlung zur Rechten des Ältesten gesessen hatte. Der Mann lächelte ihn höflich an und sagte, bitte warten Sie einen Augenblick. Ich denke, wir sollten uns über einige Dinge unterhalten. Jedoch privat, wenn schon der Rat nicht in der Lage ist, etwas für Sie zu tun, so sind meine bescheidenen Dienste vielleicht von Nutzen. Er nahm Adjom am Ellenbogen und zog ihn mittig in eine der Unterkünfte unter den Rundbögen. Hier gab es keine Fenster, auch die Lampe brannte nicht, nur die Flammen einer kleinen Kerze beleuchteten die Umrisse einiger Personen, die sich in dem kleinen Raum versammelt hatten. Adjom blieb keine Zeit, ihre Gesichter zu studieren, denn der Prachmane, der ihn hergebracht hatte, löschte eilig die Flamme, sodass der Raum in Dunkelheit getaucht wurde. Eine heisere Stimme sagte, »Stimmt das, was du bei der Versammlung über die Polyanka erzählt hast?« »Ja,« erwiderte Adjom fest. »Weißt du, wie die Polyanka unter uns Brachmanen reist? Station des Schicksals. Sollen die Kshatriyas doch glauben, dass es nur eine Vata Morgana ist, ausgelöst durch irgendwelches Gas? Uns stört das nicht und wir werden diejenigen, die noch vor kurzem unsere Feinde waren, nicht von ihrer Blindheit erlösen. Wir glauben, dass die Menschen an dieser Station den Gesandten der Vorsehung begegnen. Den meisten von ihnen hat die Vorsehung jedoch nichts zu sagen und deshalb kommt ihnen die Station leer und verlassen vor. Wer jedoch dort jemanden antrifft, sollte dieser Begegnung große Bedeutung beimessen und sich sein ganzes Leben daran erinnern, was er dort erfahren hat. Erinnerst du dich daran? Nein, Lok Adjom. Er traute diesen Leuten nicht besonders. Sie kamen ihm wie eine Sekte vor. Unsere Ältesten sind überzeugt, dass du nicht zufällig zu uns gekommen bist. Du bist kein gewöhnlicher Mensch und deine besonderen Fähigkeiten, die dich nicht nur einmal auf diesem Weg gerettet haben, könnten auch uns vernutzen sein. Dafür werden wir dir und deiner Station eine helfende Hand reichen. Wir, die Rüter des Wissens, verfügen über Kenntnisse, die die WDN-R retten können. Was hat die WDN-R damit zu tun? Stieß Adjom wütend hervor. Ihr alle sprecht immer nur von der WDN-R als ob ihr nicht begreift, dass ich nicht nur wegen meiner Station hier bin. Euch allen droht Gefahr. Zuerst wird die WDN-R fallen, dann die ganze Linie und am Ende wird es mit der Metro zu Ende gehen. Niemand antwortete ihm. Die Stille verdichtete sich. Nur das gleichmäßige Atmen der Anwesenden war zu hören. Adjom wartete, bis er es nicht mehr aushielt. Was muss ich tun? Nach oben steigen und dich in das große Magazin begeben. Dort sollst du suchen, was rechtmäßig uns gerührt. Wenn du es findest, werden wir dir zeigen, wie du die Gefahr überwinden kannst. Möge die große Bibliothek in Flammen aufgehen, wenn ich lüge. Kapitel 13 Die große Bibliothek Atjom trat hinaus und da sich verwirrt um. Soeben hatte er einen überaus seltsamen Vertrag abgeschlossen. Seine Auftraggeber hatten ihm nicht erklären wollen, was genau er im Magazin der Bibliothek suchen sollte. Man werde ihm die Details unterwegs erklären. Natürlich musste er gleich an das Buch denken, von dem ihm Danila am Vortag erzählt hatte, doch wagte er es nicht danach zu fragen. Die Brachmanen hatten ihm versichert, er werde nicht allein an die Oberfläche gehen müssen. Sie hatten vor, eine Art Einsatzkommando zusammenzustellen. Mindestens ein Angehöriger ihrer Kaste und zwei Stalker sollten Atjom begleiten. Dem Hüter sollte er, wenn die Expedition erfolgreich verlief, das Fundstück unverzüglich aushändigen, dafür würde dieser ihm etwas geben, was ihn in die Lage versetzte, die Bedrohung von der WDN-R abzuwenden. Jetzt im hellen Licht der Station erschien ihm die Bedingung ihres Abkommens absurd. Er fühlte sich an den Titel eines alten russischen Märchens erinnert. Geh hin, ich weiß nicht wohin, bring das, ich weiß nicht was. Im Gegenzug versprach man ihm eine wundersame Rettung, ohne jedoch zu präzisieren, wie diese aussehen würde. Aber was blieb ihm übrig? Sollte er etwa mit leeren Händen zurückkehren? Was erwartete Hunter von ihm? Als Satjom seine geheimnisvollen Gesprächspartner fragte, auf welche Weise er in den gigantischen Magazinen der Bibliothek das finden solle, was sie suchten, antworteten sie ihm, er werde an Ort und Stelle alles begreifen, er werde es spüren. Weiter fragte er nicht nach, damit die Brachmane nicht den Glauben an seine außerordentlichen Fähigkeiten verloren, von denen er selbst alles andere als überzeugt war. Zum Abschied ermahnten sie ihn strengstens, keinem der Offiziere etwas davon zu erzählen, sonst verliere ihr Abkommen sofort seine Gültigkeit. Atjom setzte sich auf eine Banke in der Mitte des Saals und dachte nach. Nun hatte er die fantastische Chance an die Oberfläche zu gehen, was ihm bisher nur ein einziges Mal gelungen war, und diesmal ohne Angst vor Bestrafung oder anderen Konsequenzen, nicht allein, sondern in Begleitung richtiger Stalker, um einen Geheimauftrag zu erfüllen, den ihm die Kaste der Hüte erteilt hatte. Warum sie die Bezeichnung Bibliothekar so wenig mochten, hatte er sich nicht zu fragen getraut. Neben ihm ließ sich Melnick schwer auf der Bank nieder. Er sah müde und angespannt aus. Warum hast du dich darauf eingelassen? fragte er tonlos und starrte vor sich hin. Worher wissen sie das? fragte Atiom überrascht. Seit seiner Unterredung mit den Prachmanen war noch nicht einmal eine Viertelstunde vergangen. Melnick ignorierte die Frage und fuhr mit gleichgültiger Stimme fort. Ich werde wohl mit dir gehen müssen, denn jetzt bin ich für dich verantwortlich. Das bin ich Hunter schuldig, was immer ihm passiert ist. Außerdem ist ein Vertrag mit den Prachmanen unkündbar. Das hat noch niemand geschafft. Aber sag bloß nichts zu den Offizieren erhob sich, schüttelte den Kopf und fügte hinzu. Wenn du wüsstest, warst du dir da aufgeladen hast. Ich gehe schlafen. Heute Abend steigen wir nach oben. Sind sie etwa kein Offizier? rief ihm Atiom hinterher. Ich habe gehört, wie man sie Oberst genannt hat. Oberst stimmt schon, aber meine Organisation ist eine andere, erwiderte Melnick zögernd und verschwand. Den Rest des Tages verbrachte Atiom damit, sich die Polis anzusehen. Ziellos schlenderte er durch dieses scheinbar unendliche Labyrinth von Übergängen und Treppen, betrachtete die majestätischen Säulenreihen, fragte sich, wie viele Menschen diese unterirdische Stadt wohl aufnehmen konnte, hörte Stadtmusikanten zu, blätterte sich durch das Angebot an den Bücherständen, spielte mit den feilgebotenen Welpen, erfuhr die neuesten Gerüchte und wurde das Gefühl nicht los, dass ihn jemand dabei beobachtete. Mehrmals drehte er sich ruckartig um und forschte nach einem aufmerksamen Blick, doch vergeblich. Um ihn herum wogte eine geschäftige Menschenmenge, niemand interessierte sich für ihn. In einer Unterführung entdeckte er eine Art Hotel, in dem er einige Stunden schlief, bevor er um 10 Uhr abends, wie vereinbart, an der Borobiskaya bei dem Kontrollpunkt am Ausgang nach oben erschien. Melnick verspätete sich offenbar, aber der Wachposten war informiert und man lud Atiom ein, bei einer Tasse T auf den Stalker zu warten. Der alte Wachmann unterbrach die Geschichte, die er gerade erzählt hatte, um Atiom heißes Wasser einzuschenken. Dann fuhr er fort. Also, ich musste damals den Funkverkehr überwachen. Alle hofften auf irgendein Signal aus den Regierungspunkern hinter Moral. Nicht umsonst, denn gerade die strategischen Objekte hatte es besonders hart getroffen. Da ging es auch Ramenki an den Kragen, genauso wie den Regierungstatschen mit ihren 30 Meter tiefen Kellern. Ramenki selbst hätten sie vielleicht noch verschont. Die Zivilbevölkerung sollte ja so weit es ging geschont werden. Damals wusste noch niemand, dass dieser Krieg bis zum bitteren Ende dauern würde und sowieso war alles egal. Jedenfalls wäre Ramenki verschont worden, wenn es nicht gleich daneben einen Kommandostützpunkt gegeben hätte und dem haben sie natürlich eingereizt. Naja und die zivilen Opfer waren eben der Kollateralschaden wieder so schön reist. Nach dem Motto tut uns furchtbar leid, aber jedenfalls als noch niemand etwas genaues wusste, bekam ich den Befehl den Funk zu überwachen. Ich sah da gleich bei der Abatzkaja in einem Bunker. Am Anfang krieg ich seltsame Dinge mit. Aus Sibirien kam gar nichts. Da vermeldeten sich die U-Boote und zwar die strategischen Reaktorgetriebenen. Sie wollten wissen, ob sie zuschlagen sollen oder nicht. Sie konnten es gar nicht glauben, dass Moskau nicht mehr existierte. Da waren Kapitäne erst in Ranges, die wie Kinder flähnten, obwohl sie noch auf Empfang waren. Ist schon komisch, weißt du, wenn diese hartgesotten Marineoffiziere dich unter Tränen bitten, nach ihren Frauen und Töchten zu suchen, als hätte ich auch nur irgendeine Möglichkeit gehabt, sie zu finden. Danach hat jeder von denen auf seine Weise reagiert. Die einen meinten Auge um Auge, Zahn um Zahn, zum Teufel mit allem, Namen Kurs auf deren Küste und Feuerten alles, was ihren Sprengköpfen dabei hatten, auf die Städte dort. Andere wiederum sahen gar keinen Sinn mehr darin zu kämpfen. Warum noch mehr Menschen töten? Aber einen Unterschied machte das ohne Chien nicht mehr. Die U-Boote antworteten uns übrigens noch ganz lange. Die konnten ja wenn nötig bis zu einem halben Jahr auf Tauschstation bleiben. Den einen oder anderen haben sie natürlich geschnappt, aber alle konnten sie nicht finden. Doch hab ich schon Geschichten gehört, dass es mir heute noch kalt den Rücken runterläuft. Aber eigentlich wollte ich was anderes erzählen. Einmal hatte ich die Besatzung eines Panzers an der Strippe, die den Schlag wie durch ein Wunder überlebt hatte. Sie waren wohl gerade erst von ihrer Basis losgefahren oder so. Die neue Panzertechnik riet die Strahlung ab und so rasten die drei mit Volldampf los von Moskau nach Osten. Sie durchquerten brennende Dörfer, gabelten ein paar Weiber auf und fuhren weiter. Um sich mit Diesel zu versorgen, rieten sie unterwegs an irgendwelchen Tankstellen an und fuhren sofort wieder weiter. Erst als sie durch eine absolute Ödnis kamen, wo es überhaupt nichts zu bombardieren gab, ging ihnen der Treibstoff aus. Die Hintergrundstrahlung war dort natürlich noch ziemlich hoch, aber nicht so schlimm wie in der Nähe der Städte. Sie machten sich ein Lager und buddelten den Panzer bis zur Hälfte ein, als eine Art Befestigung. Dann bauten sie daneben Zelte auf, gruben sich Erdlöcher, beschafften sich von irgendwo einen Randgenerator und lebten so ziemlich lange neben diesem Panzer. Fast zwei Jahre lang habe ich mich jeden Abend mit ihnen unterhalten. Am Ende wusste ich über ihre Familien Geschichten bestens Bescheid. Erst war alles ruhig. Sie richteten sich häuslich ein. Zwei der Frauen bekamen sogar fast normale Kinder. Munition hatten die auch genug. Was die dort alles sahen, die Tiere, die dort aus dem Wald kamen, das konnten wir der Leutnant, mit dem wir immer Kontakt hatten, gar nicht richtig beschreiben. Eines Tages waren sie verschwunden. Ein halbes Jahr habe ich noch nach ihnen gesucht, aber da war wohl irgendwas passiert. Vielleicht war der Generator oder der Empfänger kaputt, oder die Munition war ihnen ausgegangen. Und vermittelt meldete sich sein Kollege zu Wort. Wie du von Ramenki gesprochen hast, dass die ausgebombt wurden, da habe ich gedacht, so viele Jahre bin ich schon im Dienst. Aber das mit dem Kreml, warum er heil geblieben ist, hat mir noch keiner erklären können. Warum haben sie ihn nicht angerührt? Ausgerechnet dort müssen doch jede Menge Bunker gewesen sein. Tö, wer hat denn gesagt, dass sie nicht angerührt haben? Sie wollten ihn nur nicht kaputt machen, vielleicht wegen der Architektur. Stattdessen haben sie eben ihre neuesten Entwicklungen dort ausprobiert. Naja, und jetzt haben wir den Salat. Rätten sie ihn doch lieber gleich platt gemacht. Der Alte spuckte aus und verstummte. Atiom saß still und vermied es den Veteranen von seinen Erinnerungen abzulenken. Nur selten hatte er Gelegenheit, derart detaillierte Informationen darüber zu erhalten, was damals geschehen war. Aber der Wachmann schwieg, in Gedanken vertieft. Atiom wartete eine Weile, dann wagte er es, eine Frage zu stellen, die ihn schon seit langem beschäftigte. In anderen Städten gab es doch auch U-Bahnen. Haben denn sonst nirgends Menschen überlebt? Haben sie als Funker nie irgendwelche Signale empfangen? Nein, da war nichts, aber du hast recht. In Petersburg müssen sich auch Menschen gerettet haben. Die Metrostationen dort liegen sehr tief, einige sogar tiefer als bei uns. Und angelegt sind sie genauso. Ich erinnere mich, dass ich als junger Mann mal dort gewesen bin. Auf einer Linie waren die Gleise gar nicht zugänglich, sondern da waren so große Eisentore. Wenn der Zug kam, gingen die Tore gleichzeitig mit den Zugtüren auf. Ich habe damals alle möglichen Menschen gefragt, aber niemand konnte mir erklären, warum das so war. Einer meinte, es sei ein Schutz vor Überflutung, ein anderer wiederum, dass die einfach beim Innenbau Geld sparen wollten. Aber dann habe ich einen der Metrobauer kennengelernt. Der sagte mir, dass beim Bau der Linie die Hälfte einer Brigade von irgendwem aufgefressen wurde. Und bei den anderen soll es genauso gewesen sein. Nur die abgenagten Knochen seien noch übrig gewesen. Und das Werkzeug. Der Bevölkerung hat man damals natürlich nichts gesagt. Aber um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, hat man auf der ganzen Linie diese Eisentüren eingebaut. Und jetzt denkt mal zurück, wann das war. Was später dabei rausgekommen ist, mit all der Strahlung, kann man sich nur schwer vorstellen. In diesem Moment näherte sich Melnick dem Kontrollpunkt. Ein kleiner getrungener Mann begleitete ihn, mit breitem Kinn, kurzen Bart und tief liegenden Augen. Beide trugen Schutzanzüge und große Rucksäcke auf den Schultern. Melnick sah Atiom schweigend an, stellte ihm eine große schwarze Tasche vor die Füße und deutete auf eines der Armee Zelte. Atiom betrat das Zelt, öffnete die Tasche und holte einen schwarzen Overall heraus, ähnlich dem, den Melnick und sein Partner trugen. Darunter kam eine etwas ungewöhnliche Gasmaske mit großem Sichtglas und zwei schräg angebrachten Filtern, große Schnürstiefel und vor allem eine neue Kalashnikov mit Laser Zielvorrichtung und ausklappbarer Schulterstütze zum Vorschein. Eine solche Waffe hatte Atiom bisher nur bei den Eliteeinheiten der Hanse gesehen, die auf der Ringlinie mit ihren Schienenfahrzeugen patrouillierten. Außerdem fand Atiom in der Tasche noch eine lange Taschenlampe und einen runden mit stoffbezogenen Helm. Er hatte sich noch gar nicht ganz umgezogen, als der Zelteingang aufklappte und Danila hereinkam, die gleiche riesige Tasche in der Hand. Beide blickten einander verwundert an. Atiom begriff als erster, was los war und fragte spitz, ach was, du kommst mit? Das, ich weiß nicht, was suchen. was es ist, weiß ich schon, parierte Danila, aber wie du es dort finden willst, ist mir ein Rätsel. Mir auch, gestand Atiom. Es rieß, man würde es mir schon erklären. Ich warte noch immer. Und mir haben sie gesagt, dass ich einen Ränsichtigen begleiten soll, der spüren wird, wohin wir gehen müssen. Atiom schnaubte, was, ich soll dieser Ränsichtige sein? Die Ältesten glauben, dass du eine besondere Gabe hast. Irgendwo in unseren Büchern gibt es eine Weissagung, dass ein junger, vom Schicksal geführter Mann kommen wird, der die verborgenen Geheimnisse der großen Bibliothek enträtseln kann. Er wird finden, was unsere Kaste seit einem Jahrzehnt vergeblich sucht. Die Ältesten sind überzeugt, dass du dieser Mensch bist. Ist es das Buch, von dem du gesprochen hast? Daniela schwieg lange, dann nickte er. Du musst es spüren. Wenn du wirklich der vom Schicksal geführte bist, wirst du gar nicht lange durch die Magazine streifen müssen. Das Buch wird dich finden. Er blickte Adjom prüfend an. Was bekommst du dafür? Geheimniskrämerei war jetzt sinnlos. Dennoch machte es Adjom stutzig, dass Daniela nichts von der Gefahr für die WDN-R und von den Bedingungen seiner Abmachung mit dem Rat wusste. Mit kurzen Worten schilderte er ihm, worum es in dem Vertrag ging und welche Katastrophe er abzuwenden versuchte. Daniela hörte ihm aufmerksam bis zum Ende zu und als Adjom das Zelt verließ, stand er noch immer unbeweglich da. Er schien über irgendetwas nachzudenken. Melnick und der bärtige Stalker warteten bereits in voller Montur auf sie, nur die Gasmasken und Helme hielten sie noch in der Hand. Das Maschinengewehr trug jetzt Melnicks Partner, er selbst hielt die gleiche Kalaschnikow in der Hand wie Adjom und hatte ein Nachtsichtgerät um den Hals gehängt. Als Daniela herauskam, sahen sich die beiden jungen Leute mit wichtiger Miene an. Dann zwinkerte der Brachmane Adjom zu und beide mussten lachen. Sie sahen aus wie waschechte Stalker. Wir haben Glück, flüsterte Daniela Adjom zu. Normalerweise lassen die Stalker ihre neuen erst mal zwei Jahre lang nur Holz herumschleppen, bevor sie sie auf eine richtige Expedition mitnehmen. Wir beide dagegen sind mit einem Sprung in der obersten Klasse angekommen. Melnick blickte sie missbilligend an, schwieg aber. Dann bedeutete er ihnen, ihm zu folgen. Sie stiegen die Stufen hinauf und blieben bei der Bettungwand vor einer kleinen gepanzerten Tür stehen, die von einer doppelt besetzten Wache gesichert wurde. Der Stalker grüßte und gab das Zeichen zum Öffnen. Einer der Soldaten erhob sich, ging zur Tür und zog an einem schweren Riegel. Die dicke Stahltür schwang leicht zur Seite. Melnick ließ die drei anderen zuerst durchgehen, salutierte vor dem Wachmann und folgte als letzter. Hinter der Tür befand sich eine kurze, vielleicht drei Meter lange Pufferzone zwischen der Bettungmauer und dem hermetischen Tor. Dort hielten zwei weitere schwer bewaffnete Soldaten und ein Offizier Wache. Bevor Melnick den Befehl gab, den eisernen Riegel hoch zu heben, instruierte er die Neulinge. Also, unterwegs wird nicht geredet. War jemand von euch schon mal oben? Egal. Er wandte sich an den Offizier. Gib mir die Karte. Gut, bis zur Eingangsralle folgte exakt meinen Schritten, ohne auch nur einmal daneben zu treten und immer gerade ausschauen. Beim Ausgang müsste einen großen Bogen um die Drehkreuze machen, sonst säbelt es euch die Beine weg. Bleibt immer hinter mir und keine Extratouren, verstanden? Ich gehe zuerst raus, während Nummer 10, er deutet auf den fertigen Stalker, den Ausgang sichert. Wenn alles sauber ist, biegen wir gleich links ab. Noch ist es nicht besonders dunkel, deshalb lassen wir die Taschenlampe aus, um nicht aufzufallen. Das mit dem Kreml hat man euch erklärt. Er befindet sich rechts von uns, aber einer der Türme ragt über die Häuser hinaus und ist gleich zu sehen, wenn wir die Metro verlassen. Schaut unter keinen Umständen dorthin. Wer das tut, bekommt eine Abreibung von mir persönlich. Es stimmt also, dass man den Kreml nicht ansehen darf, dachte Ation betroffen. Etwas in seinem Inneren rührte sich plötzlich. Gedanken und Bilder fetzen tauchten auf, verschwanden wieder. Oben gehen wir sofort zur Bibliothek. Die lange Vortreppe hinauf bis zur Eingangstür. Ich gehe als erster rein. Drinnen ist wieder eine Treppe. Wenn diese frei ist, sichert sie Nummer zehn. Wir gehen hoch. Dann geben wir ihm Deckung und er kommt nach. Auf dem Weg nach oben kein Wort. Wenn ihr eine Gefahr entdeckt, gebt ein Signal mit der Lampe. Schießen nur im äußersten Notfall. Das könnte sie anlocken. Wen? fragte Atiom. Wie wen? Wen trifft man wohl in einer Bibliothek? Bibliothek gare natürlich. Danila schluckte und wurde tot und blass. Atiom sah zuerst ihn an, dann Melnik. Dies war wirklich nicht der passende Moment, so zu tun, als wisse er über alles Bescheid. Wer sind die? Melnik hob erstaunt eine Augenbraue. Sein wertiger Partner bedeckte mit der Hand seine Augen. Danila sah zu Boden. Der Stalker ließ seinen Blick lange auf Atiom ruhen. Als er schließlich begriff, dass die Frage nicht im Scherz gestellt worden war, antwortete er gelassen. Das wirst du schon von selbst verstehen. Merk dir nur eines. Du kannst sie daran hindern, dich anzugreifen, indem du ihnen in die Augen siehst. Direkt in die Augen. Verstanden? Und lass sie nie von hinten an dich herankommen. Aber jetzt vorwärts. Er zog sich die Gasmaske über, setzte den nach oben gerichteten Daumen hin. Der Offizier machte sich an einigen Hebeln zu schaffen und entriegelte das Tor. Langsam hob sich der eiserne Vorhang. Die Vorstellung begann. Oben angekommen prüfte Manny kurz die Situation vor der Station. Er ihnen mit einem Winkel bedeutete, dass sie nachkommen sollten. Atiom hob das Gewehr, stieß die Glastür auf und schlüpfte hinaus. Obwohl der Stalker ihnen befohlen hatte, jedem seiner Schritte genau zu folgen und auf keinen Fall zurück zu bleiben, war Atiom unfähig, dieser Anweisung zu folgen. Der Himmel war völlig anders als damals. Anstatt eines grenzenlosen, durstig blauen Raumes hingen graue Wolken über ihnen und aus dieser watterartigen Decke fielen Regentropfen. Ein kalter, böiger Wind blies ihnen entgegen, den Atiom spürte, rechts links vor ihnen, überall war unermesslich, überwältigend viel Platz. Ergriffen betrachte Atiom diese unüberschaubare Weite und führte zugleich eine seltsame Beklemmung. Einige Augenblicke lang wäre er am liebsten wieder in das Stationsgebäude der Poroviskaya zurückgekehrt und da die Erde geschützt von nahen Wänden umhüllt von der Sicherheit und Geborgenheit eines geschlossenen begrenzten Raumes. Um dieses bedrückende Gefühl loszuwerden, richtete er seinen Blick auf die umstehenden Gebäude. Die Sonne war bereits untergegangen, die Stadt versank in schmutzigem Zwielicht. Die halb zerstörten und von saurem Regen zerfressenen Skelette der niedrigen Wohnhäuser starrten ihn durch die leeren Augenhöhlen ihre eingeschlagenen Fenster an. Die Stadt ein düsterer und doch herrlicher Anblick. Wie in Trance sah Atiom sich nach allen Seiten um, ohne auf irgendwelche schweißen. Als letzter verließ Nummer zehn die Eingangshalle. Um Atiom abzulenken, klopfte ihm auf die Schulter und deutete auf die in der Ferne aufragende Silhouette einer großen Kathedrale, die sich weiter rechts befand. Schau auf das Kreuz, deutete seine Stimme durch die Filter der Gasmaske. Zunächst bemerkte Atiom nichts Besonderes. Nicht einmal das Kreuz auf der großen Kuppel konnte er erkennen. Erst als sich mit einem langgezogenen magerschütternden Schrei ein riesiger Schatten von dem Querbalken löste und in die Luft erhob, begriff er, was Nummer zehn meinte. Mit wenigen Flügelschlägen stieg das Monster in die Höhe und begann in weiten Kreisen zu segeln, auf der Suche nach Beute. Sie haben da oben ihr Nest, direkt auf die Christ-Erlöser-Kathedrale, erklärte Nummer zehn. Dicht an der Mauer entlang bewegten sie sich vorwärts zum Eingang der Bibliothek. Melny war stets einige Schritte voraus, während Nummer zehn etwas zurückblieb und nach hinten Deckung gab. Während sie sich einer Statue ein Mann in einem Sessel näherten, waren beide Stalker damit beschäftigt, die Umgebung zu beobachten. Artyom versetzte der Anblick des Denkmals einen heftigen Schlag. Plötzlich sah er völlig klar, ein Teil seines gästigen Traumes kam ihm wieder zum Bewusstsein, doch nun schien es gar nicht mehr wie ein Traum. Die Säulenreihe der Bibliothek hatte in seiner Vorstellung haargenau so ausgesehen wie jetzt. Ob der Kreml ebenfalls seiner Vision entsprach? Niemand achtete auf Artyom, nicht einmal Danila, er war weiter hinten geblieben bei Nummer zehn. Jetzt oder nie. Artyoms Hals war trocken und in seinen Schläfen brachte das Blut. Der Stern auf dem Turm war tatsächlich hell erleuchtet. Reh, Atiom, Atiom, jemand schüttelte seine Schulter. Artyoms Bewusstsein löste sich nur langsam aus der Erstarrung. Das krelle Licht einer Taschenlampe schlug ihm in die Augen. Artyom plänzelte und hielt sich die Hand vor das Gesicht. Er saß auf dem Boden, gegen das steinerne Podest des Denkmals gelehnt. Danila und Melnick beugten sich über ihn und sahen ihn besorgt an. Die Pupilen sind verengt, stellte Melnick fest. Dann drehte er sich verärgert zur Nummer 10 um, der in einiger Entfernung stand und unverwandt die Straße beobachtete. Wie konntest du das nur verschlafen? Es gab hinten ein Geräusch, da musst ihr aufpassen, verteidigte sich der Stalker. Wer hätte gedacht, dass er so schnell ist? In einer Minute fast bis zur Manege. Er wäre weg gewesen, wenn nicht unser Brahmane hier aufgepasst hätte. Er klopfte Danila anerkennend auf die Schulter. Er leuchtet, sagte Atjom zu Melnick mit schwacher Stimme. Dann blickte er Danila an. Er leuchtet. Ja, das tut er, erwiderte dieser beruhigend. Als Melnick sich überzeugt hatte, dass die Gefahr vorüber war, herrschte Atjom wütend an. Wozu hab ich eigentlich gewarnt, du Trottel? Du gefälligst, was Ältere dir sagen. Er schlug ihm unsamt ins Genick. Der Helm dämpfte die pädagogische Maßnahme etwas. Atjom blieb sitzen und blinzelte vor sich. Fluchend packte ihn der Stalker an den Schultern, schüttelte ihn heftig und stellte ihn auf die Beine. Allmählich kam Atjom wieder zu sich. Er schämte sich, dass er der Versuchung nicht widerstanden hatte. Betreten blickte er aus seine Füße und wagte es nicht Melnick anzusehen. Zum Glück hatte dieser keine Zeit ihm weiter die Leviten zu lesen, denn Nummer zehn, der die Straßenkreuzern überwachte, winkte ihn mit der einen Hand zu sich, während der eine mit der anderen bedeutete, keinen Lern zu machen. Als Melnick bei Nummer zehn ankam, schien er zu ersterren. Der Bärtige deutete in die vom Kreml abgewandte Richtung, dorthin, wo die ramponierten Hochhäuser des Kalinin-Prospekts wie faule Zähne aufragten. Vorsichtig trat Atiom zu den beiden Männern, und als er über die Schulter des Stalkers blickte, begriff er sofort, was los war. Mitten auf dem Prospekt, vielleicht 600 Meter entfernt, standen in Dichter werden zwielich drei unbewegliche menschliche Silhouetten. Waren es wirklich Menschen? Auf diese Entfernung hätte Atiom es nicht schwören können. Jedenfalls waren sie durchschnittlich groß und standen auf zwei Beinen, was immerhin ermutigend war. Wer ist das? flüsterte Atiom heiser. Durch das angelaufene Sichtler aus der Gasmaske sah er die Gestalten nur schemenhaft. Wenn es keine Menschen waren, so vielleicht jene menschenähnlichen Ausgeburten, von denen er bereits gehört hatte. Schweigend schüttelte Manny den Kopf. Offenbar wusste er auch nicht mehr. Er richtete den Strahl seiner Taschen aber auf die unbeweglichen Wesen, machte drei Kreisbewegungen und schaltete wieder aus. Als Antwort leuchtete von dort ebenfalls ein helles Licht auf, beschrieb drei Kreise und erlos wieder. Die Anspannung der Stalker löste sich, Manny gab Entwarnung. Es sind Stalker, merkt ihr, drei Kreise mit der Lampe, das ist unser Erkennungszeichen. Wenn man dir so antwortet, kannst du hingehen, man wird dir nichts tun. Wenn jemand dir doch gar nicht oder falsch zurück leuchtet, nimm die Beine in die Rand, und zwar schnell. Aber wenn sie eine Taschenlampe haben, bedeutet das doch, dass es Menschen sind und nicht irgendwelche Bestien, erwiderte Atiom. Schwer zu sagen, was schlimmer ist, bemerkte Manik knapp und ging ohne weitere Erklärung die Treppe hinauf zum Eingang der Bibliothek. Die schwere Eichentür, fast doppelt so hoch wie ein Mensch, gab langsam nach. Die verrotteten Scharniere queetschten hysterisch. Manik schlüpfte ins Innere, nahm das Nachtsichtgerät vor die Augen und hielt die Kalaschnikow bereit. Einen Augenblick später gab er den anderen ein Zeichen. Der Weg war frei. Vor Vor ihnen lag ein langer Korridor, an dessen Seiten verbogene Metallgestelle standen. Früher war dies wohl einmal die Garderobe gewesen. Weiter hinten zeichneten sich im erlöschenden Tageslicht die weißen Marmorstufen einer breiten nach oben führenden Treppe ab. Die Decke war gut 15 Meter hoch und auf etwa halber Höhe war das schmiedeeiserne Geländer der Galerie im ersten Stock zu erkennen. Eine zerbrechliche Stille herrschte in diesem Saal, sodass jeder Schritt laut wiederhalte. Die Wände der Eingangshalle waren mit Moos bewachsen. Es bewegte sich leicht, als ob es atmete. Von der Decke herab bis fast ganz auf den Boden hingen seltsame lianenartige Pflanzen, deren armdicke Zweige im Schein der Taschenlampe glänzten. Ihre großen abstoßenden Blüten verbreiteten einen stickigen und schwindelerregenden Geruch. Auch sie schwanken kaum merklich hin und her. Und Atiom vermochte nicht zu sagen, ob es der Wind war, der durch die eingeschlagenen Fenster im ersten Stock trank, oder ob sie sich aus eigenem Antrieb bewegten. Atiom berührte eine Liane und fragte Nummer zehn, was ist das? Was wohl? Ein Begrünungsprojekt etwa? erwiderte dieser ironisch. Zieh mir Pflanze nach Bestrahlung, tolle Zuchterfolg, nicht wahr? Sie folgten Mähnig bis zur Treppe und begannen, an die linke Wand gedrückt mit dem Aufstieg, während Nummer zehn ihnen Deckung gab. Mähnig ließ das schwarze Quadrat vor ihnen nicht aus den Augen. Dort war der Durchgang zu den Sälen der Bibliothek. Die übrigen ließen ihre Lampen über die Marmorwände und die von rostigem Moos zerfressene Decke streifen. Die große Marmortreppe, auf der sie sich befanden, führte ins Obergeschoss der Eingangshalle. Da sie nicht überdacht war, fügten sich beide Stockwerke zu einem einzigen riesigen Raum zusammen. Das Obergeschoss verlief hufeisenförmig um die Treppe herum, auf den beiden Seitenflächen befanden sich niedrige Holzschränke, von denen die meisten verbrannt oder verfault waren, aber einige sahen noch so aus, als seien ihre vielen hundert kleinen Schubladen erst gestern zum letzten Mal benutzt worden. Die Kartei, erklärte Daniela leise und sah sich ehrfürchtig um. Mit diesen Schubladen kann man sich die Zukunft sagen lassen, nur Eingeweihte können das. Nach einem bestimmten Ritual muss man blind an einen der Schränke treten, sich für eine der Schubladen entscheiden und eine beliebige Karte darin auswählen. Wenn das Ritual richtig vollzogen wurde, würde der Titel des Buches die Zukunft voraussagen, dich warnen oder die Erfolg prophezeien. Einen Augenblick lang verspürte Atom den Wunsch, sich demnächst besten Schrank zu nähern und nachzusehen, in welcher Abteilung dieser Schicksalskartei es ihn verschlagen würde. Doch dann fiel sein Blick auf eines der eingeschlagenen Fenster in der hinteren Ecke. Ein riesiges Spinnennetz von mehreren Metern Durchmessern hing dort. In seinen dünnen, aber offenbar außerordentlich stabilen Fäden hatte sich ein großer Vogel verfangen. Er lebte noch, denn hin und wieder zuckte sein Körper schwach. Das Tier, das dieses ungeheure Netz gesponnen hatte, war glücklicherweise nicht zu sehen. Auf Mönigs Zeichen entblieben sie stehen. Der Stalker warnte sich an Atom. Probier mal, ob du schon etwas spürst, aber höre nicht auf das, was außen ist, sondern was in dir, in deinem Kopf erklingt. Das Buch muss dich rufen. Die Ältesten der Brahmanen glauben, dass es am wahrscheinlichsten auf einer der Ebenen des Raubmagazins zu finden ist. Doch es kann überall sein. In einem der Lesesäle, auf einem vergessenen Bücherwagen, in irgendeinem Korridor, auf einem Tisch in der Bibliotheks Aufsicht. Desral prüfe jetzt, ob du seine Stimme hörst, bevor wir uns ins Magazin durchschlagen. Schließ die Augen, entspann dich. Hatjom kniff die Augen zusammen und lauschte angespannt. In der Dunkelheit zerfiel die Stille in Dutzende winziger Geräusche, das Knarzen der Holzregale, die Luftzüge in den Gängen, undeutliches Rascheln, das Heulen des Windes draußen auf der Straße und ein Geräusch wie das Husten eines alten Mannes, das von den Lesesälen herkam. Nichts jedoch, was wie ein Ruf, eine Art Stimme klang. So stand er da, fünf, zehn Minuten lang, und hielt zwischendurch die Luft an, damit den nichts dabei störte, aus all den verschiedenen Geräuschen der toten Bücher die Stimme des einen lebendigen Bures zu hören. Nein, sagte er schließlich und öffnete die Augen wieder, hier ist nichts. Melnick antwortete nicht und auch Sanila schwieg. Doch Atjom erhaschte seinen enttäuschten Blick, der mehr sagte als tausend Worte. Nach einer Minute fasste der Stalker einen Entschluss. Vielleicht ist es ja wirklich nicht hier. Gehen wir also ins Magazin, besser gesagt, versuchen wir dort hin zu gelangen. Er bedeutete denen, ihm zu folgen. Melnick trat über die breite Schwelle. Von den beiden Flügeltüren hing nur noch eine in den Angeln, am Rand verkohlt und mit unverständlichen Symbolen verschmiert. Dahinter lag ein kleiner, runder Raum, etwa sechs Meter hoch, mit vier Ausgängen. Auch Nummer zehn wandte sich der Flügeltür zu und in diesem Augenblick trat Daniela, der sich unbeobachtet wehnte, an den nächsten Karteischrank heran, zog eine Schublade heraus und entnahm eine der Karten. Hastig überflog er deren Inhalt, verzog das Gesicht, fingerte mühsam den obersten Knopf seines Schutzanzuges auf und steckte die Karte in seine Brusttasche. Als er merkte, dass Atiom alles mit angesehen hatte, hielt er verschwörerisch den Finger an seine Lippen und eilte den Stalkern hinterher. Die Wände des runden Zimmers waren mit Zeichnungen und Aufschriften versehen und in einer Ecke stand ein durchgesessenes Sofa mit völlig zerschnittenem Kunstlederpolster. In einer der Türöffnungen lag ein umgekipptes Büchergestell am Boden, daneben ein Haufen Broschüren. Nichts anfassen, warnte Melnik. Nummer zehn setzte sich auf das Sofa, dessen Federn quetschten. Daniela folgte seinem Beispiel. Wie in Trance starrte Atiom die auf dem Boden herumliegenden Bücher an und murmelte Sie liegen da völlig unberührt. Bei uns müssen sie mit Gif behandelt werden, sonst werden sie von den Ratten weggefressen. Gibt es hier etwa keine Ratten? Er musste an Börbens Worte denken. Wenn es nur so von Ratten wimmelt, brauchst du dich nicht zu fürchten. Dort, wo es gar keine gibt, musst du das Schlimmste befürchten. Was denn für Ratten? Wovon sprichst du überhaupt? Melnik grunzelte verärgert die Stirn. Die haben sie doch schon vor hundert Jahren aufgefressen. Wer? fragte Adjom verwirrt. Na, wer schon? Die Bibliothekare natürlich, erklärte Danila. Sind das denn Tiere oder Menschen? Melnik schüttelte nachdenklich den Kopf. Tiere jedenfalls nicht. Eine massive Holztür irgendwo in einem der Durchgänge begann plötzlich laut und langsam zu knarren. Im nächsten Augenblick liefen die beiden Stalker auseinander und verschanzten sich hinter den halb aus der Wand herausragenden Säulen zu beiden Seiten des Durchgangs. Danila ließ sich vom Sofa aus auf den Boden gleiten und rollte zur Seite. Adjom folgte seinem Beispiel. Doch hinten ist der große Lesesaal flüsterte ihm der Brachmane zu. Manchmal tauchen sie dort auf. Ruhe zischte ihn Melnik wütend an. Du weißt doch, dass die Bibliothekare keinen Lärm vertragen. Sie reagieren darauf wie ein Stier auf ein rotes Tuch. Er fluchte leise, wandte sich wieder Nummer 10 zu und deutete auf den Eingang des Lesesaals. Nummer 10 nickte. An die Wand gepresst bewegten sich die Stalker langsam auf die riesige Eichentür zu. Artyom und Danila blieben dicht hinter ihnen. Mit dem Rücken gegen eine der Türen gelehnt hob Melnik sein Gewehr an, atmete tief ein und wieder aus, schob die Tür mit einer heftigen Bewegung beiseite und richtete den Lauf der Waffe auf die sich öffnenden schwarzen Rachen des Hauptsaals. Eine Sekunde später waren sie alle drin. Es war ein unglaublich großer Saal. Die Decke verlor sich irgendwo in 20 Metern Höhe. Wie in der Eingangshalle hingen auch hier schwere blühende Schlingpflanzen herab. Auf beiden Seiten gab es je sechs riesige Fenster, von denen einige sogar noch intakt waren. Dennoch kam von dort nur ein spärliches Licht. Der Mond schien schwach durch das dichte Flechtwerk glänzender Zweige. Auf der linken wie rechten Seite hatte es früher offenbar mehrere Tischreihen für die Benutzer der Bibliothek gegeben. Ein Großteil des Mobiliars war fortgeschafft worden. Einiges verbrannt oder zertrümmert. Doch befanden sich dort noch etwa zehn unversehrte Tische. Diese stand in der Nähe einer Wand mit einem stark abgeblätterten Gemälde. Davor in der Mitte war undeutlich die Skulptur eines lesenden Menschen zu erkennen. Im ganzen Raum waren Tafeln mit der Aufschrift Bitte Ruhe angeschraubt. Die Stille hier war eine ganz andere als die in der Eingangshalle. Sie war so dicht, dass man sie beinahe ergreifen konnte. Sie füllte sogar diesen Saal von zyklopischen Ausmaßen vollkommen aus und man fürstete sich geradezu sie zu stören. So ließen sie ehrfürstig die Lichtkegel ihrer Taschenlampen durch den Raum gleiten, bis Mänik resümierte »Wahrscheinlich war es der Wind.« Doch in diesem Augenblick bemerkte Atiom einen grauen Schatten der weiter vorne zwischen zwei zerbrochenen Tischen auftauchte und in einem schwarzen Durchbruch zwischen den Bücherregalen verschwand. Auch Mänik hatte ihn erblickt. Er hielt sich das Nachtsichtgerät vor die Augen, riss sein Gewehr hoch und begann langsam über den moosbewachsenen Boden auf die Stelle zuzugehen. Nummer zehn folgte ihm. Atiom und Danila taten desgleichen, obwohl man ihnen befohlen hatte zu warten. Sie fürsteten sich allein zurück zu bleiben. Dennoch konnte Atiom es sich nicht verkneifen, seine nicht sehr breiter Gang, der durch ein Holzgeländer abgesichert wurde. Von dort aus konnte man durch die Fenster sehen. Außerdem befanden sich dort offensichtlich die Zugänge zu den Diensträumen. Betreten konnte man die Galerie über zwei Treppen, die jeweils zu beiden Seiten der Skulptur sowie des Saaleingangs hinaufführten. Und über diese Treppen genau in ihrem Rücken glitten nun gebückte graue Gestalten langsam und lautlos hinab. Es war ein gutes Dutzend im Zwielicht kaum zu erkennende Kreaturen, von denen jede so groß war wie Atiom. Aber sie gingen stark gebückt, so dass ihre langen Vorderpfoten, die auf frappierende Weise Händen ähnelten, fast den Boden berührten. Sie liefen auf ihren Hinterpfoten mit leicht schwankendem Gang. Doch erstaunlich geschickt und lautlos. Von Weitem erinnerten sie Atiom an die Gorillas aus einem Biologie-Lehrbuch seines Stiefvaters. Für all diese Gedanken hatte er allerdings nicht mehr als eine Sekunde Zeit, denn kaum hatte der Strahl seiner Taschenlampe eine der buckligen Gestalten erfasst, da ertönte von allen Seiten ein teuflisches Gleichen und die Kreaturen stürzten die Treppe hinunter, ohne sich weiter zu verbergen. Bibliothekare, schrie Danila aus Leibeskräften, reinlegen, befahl Melnick. Atiom und Danila warfen sich auf den Boden. Sie wagten es nicht zu schießen, sie dachten an Melnicks Warnung. Doch dieser zerstreute sogleich alle Bedenken. Kaum war er neben ihnen auf dem Boden gelandet, da eröffnete er auch schon das Feuer. Einige Geschöpfe fielen Brüllen zu Boden, andere verbargen sich Hals über Kopf in der Dunkelheit, jedoch nur, um sich erneut von einer anderen Seite anzuschleichen. Schon nach wenigen Sekunden tauchte eines dieser Ungeheuer nur zwei Meter von ihnen entfernt auf, machte einen enormen Satz und wollte Nummer zehn an die Kehle springen. Doch dieser tauchte ab und brachte die Kreatur im Fallen mit einer schnellen Salve zur Strecke. Lauft, rief Melnik, kehrt zurück in das runde Zimmer und versucht euch ins Magazin durchzuschlagen. Der Brachmane weiß, wohin ihr müsst. Man bringt es ihnen bei. Wir bleiben hier, geben euch Deckung und versuchen dir hier loszuwerden. Ohne weiter auf Atiom zu achten, robbte er zu seinem Partner. Atiom gab Danila ein Zeichen und beide rannten sie geduckt auf Schlag sprang ihnen einer der Bibliothekare aus der Dunkelheit entgegen, doch sogleich mäht die in eine Salbe nieder. Die Stalker hatten die Jungs nicht aus den Augen gelassen. Vom Lesesaal aus rannte Danila sofort in die Eingangshalle, von wo sie gekommen waren. Einen Augenblick lang dachte Atiom, die Bibliothekare hätten seinen Partner so sehr in Panik versetzt, dass dieser zu vorbei auf das gegenüberliegende Ende der Halle zu. Dort verengte sich der Raum und mündete in drei Doppeltüren zu beiden Seiten sowie gerade aus. Danila nahm die Rechte, hinter der er auf eine stockdunkle Treppe traf. Erst hier blieb der Brahmane stehen, um Atem zu holen. Nach ein paar Sekunden hat ihn Atiom eingeholt, überrascht von Danilas Schnelligkeit. Sie verharrten reglos und lauschten. Aus dem Saal drangen Schüsse und Schreie herüber. Offenbar war der Kampf noch nicht zu Ende. Es war ungewiss, wer dort die Oberhand behalten würde. Warum kehren wir um? fragte Atiom keuchend. Wozu sind wir am Anfang in die andere Richtung gegangen? Danila zuckte mit den Schultern. Ich weiß nicht, wohin er uns geführt hat. Vielleicht wollten sie einen anderen Weg nehmen. Uns haben die Ältesten nur einen beigebracht und der fiel von dieser Seite der Eingangsralle direkt ins Magazin. Wir müssen ein Stockwerk die Treppe hoch, dann den Gang entlang, wieder über eine Treppe, dann durch die Reservekartei und dann sind wir da. Er hielt sein Gewehr in die Dunkelheit und betrat den Treppenabsatz. Mit der Taschenlampe beleuchtend folgte Atjom. In der Mitte der Treppe verlief ein Aufzugsschacht, der je drei Stockwerke nach unten sowie nach oben führte. Offenbar war er einmal verglast gewesen, denn noch immer erragten Glassplitte aus dem gusseisernen Gestell heraus, matt vom Staub der Jahre. Um den quadratischen Schacht herum verliefen leicht mutrige Holzstufen, übersät mit Glasscherben, Patronenhülsen und getrockneten Kothaufen. Das Geländer war verschwunden. Atjom drückte sich gegen die Wand, um nicht in den Abgrund zu stolpern. Oben gelangten sie in ein kleines quadratisches Zimmer. Auch hier gab es drei Durchgänge und Atjom schwarnte allmählich, dass er ohne seinen Begleiter kaum wieder aus diesem Labyrinth herausfinden würde. Die linke Tür führte in einen breiten dunklen Gang, dessen Ende sie mit ihren Taschenlampen nicht erfassten. Der rechte war verschlossen und sogar kreuzweise mit Brettern vernagelt. An die Wand daneben hatte jemand mit Asche geschrieben nicht öffnen Lebensgefahr. Danila führte Atjom geradeaus weiter in einen abgewinkelten Durchgang, an den sich ein weiterer Korridor anschloss. Dieser war eng und voller neuer Türen. Hier bewegte sich der Brachmane weniger schnell, blieb oft stehen und horchte. Auf dem Boden war Parkett verlegt und an den gelb gestrichenen Wänden hingen, wie überall in der Bibliothek, jene unheilvollen Schilder mit der Aufschrift Bitte Ruhe. Wo die Tür fehlte oder offen stand, blickte Atiom in völlig demolierte Arbeitszimmer. Durch die verschlossenen Türen drang mitunter ein Rascheln und einmal schien Atiom sogar Schritte zu hören. Dem Gesicht seines Partners nach zu urteilen, verhieß das nichts Gutes. Sie beeilten sich, so schnell wie möglich weiter zu kommen. Schließlich erschien, wie Danila vorausgesagt hatte, auf der rechten Seite der Durchströmt zu einer weiteren Treppe. Im Vergleich zu der Dunkelheit der Säle war es hier sogar einigermaßen hell, denn jede Treppenzuflucht hatte ihr eigenes Fenster. Von dort aus konnte man den Innenhof mit den Wirtschaftsgebäuden und den ausgebrannten Skeletten technischer Anlagen erkennen. Doch blieb nicht viel Zeit, die Aussicht zu genießen, denn plötzlich tauchten aus einer Ecke zwei graue gebückte Gestalten auf. Langsam bewegten sie sich über den Hof, als ob sie etwas suchten. Unvermittelt blieb eine von ihnen stehen, hob den Kopf und, so schien es Atiom, blickte genau zu jenem Fenster auf, an dem er stand. Atiom zog zurück und ging schnell in die Hocke. Bibliothekare, flüsterte Daniele erschrocken und bückte sich ebenfalls. Atiom nickte stumm. Aus irgendeinem Grund rieb Daniele mit der Hand über das Plexigl aus seiner Gasmaske, als könne das helfen, seine vor Aufregung schweißgeballte Stirn zu trocknen. Dann schiene einen Entschluss getroffen zu haben. Er hastete die Treppe hinauf und bedeutete Atiom, ihm zu folgen. Ein weiterer Treppenabsatz, dann wieder durch verschlungene Korridore. Schließlich blieb der Brachmane unschlüssig vor einigen Türen stehen. Daran erinnere ich mich nicht, sagte er verwirrt. Hier sollte eigentlich der Eingang zur Reservekartei sein, aber dass es hier mehrere Durchgänge gibt, hat man uns nicht gesorgt. Er dachte nach, dann drückte er zaghaft eine der Türklinken, verschlossen, ebenso alle anderen Türen. Danila schüttelte ungläubig den Kopf, zog noch einmal an den Griffen. Auch Atiom versuchte es, doch vergebens. Verschlossen, flüsterte er. Danila begann zu zittern. Atiom blickte ihn an und trat ängstlich einen Schritt zurück. Doch Danila lachte nur. Tja, klopf doch mal an, schlug er Atiom vor, schluchzte auf und fügte hinzu. Bin schuldige, ich bin wahrscheinlich schon hysterisch. Atiom spürte, wie auch in ihm völlig unangemessenes Gelächter emporstieg. Die Anspannung der letzten Stunden machte sich bemerkbar. Zuerst versuchte er es zu unterdrücken, doch dann brach er in sinnloses Gekicher aus. Eine Minute lang standen beide da, an die Wand gelehnt und lachten laut. Klopf mal an, wiederholte Atiom, hielt sich den Bauch und bedauerte, dass er die Gasmaske nicht abnehmen konnte, um sich die Tränen abzuwischen. Er trat an die nächste Tür und klopfte dreimal mit den Fingerknöcheln auf das Holz. Sofort antworteten ihm drei dumpfe Schläge von der anderen Seite. Atioms Kehle war wie ausgetrocknet. Sein Herz begann wie rasend zu schlagen. Hinter der Tür stand jemand, der ihr Lachen mit angehört und gewartet hatte. Worauf? Daniela starrte ihn an, fuhr angsthalb wahnsinnig und wich zurück. Wieder klopfte es von hinten an der Tür, diesmal lauter und fordernder. Da erinnerte sich Atiom an etwas, was ihm zu Heu einmal beigebracht hatte. Er stieß sich von der Wand ab und trat mit dem Fuß gegen das Schloss der daneben liegenden Tür. Er rechnete gar nicht mit irgendeinem Erfolg. Doch die Tür gab mit einem lauten Krachen nach und öffnete sich. Das Stahlschloss war komplett aus dem Morschenholz herausgebrochen. Der kleine Raum, der sich hinter dieser Tür öffnete, erinnerte ihn nichts an die anderen Zimmer und Korridore der Bibliothek. Aus irgendeinem Grund war es hier feucht und stickig und dem Schein der Taschenlampen sahen sie, dass er völlig von merkwürdigen Pflanzen durchschwuchert war. Dicke Zweige, schwere, ölig glänzende Blätter. Ein Gemisch von Gerüchen, so dicht, dass es sogar durch die Filter der Gasmaske drang. Der Boden bedeckt von Wurzelgeflecht und kleinen Stämmen, Dornen, Blüten. Einige Wurzeln kamen aus alten, teilweise zerbrochenen Töpfen und Kübeln hervor. Lianen um Schlangen und Stützen zugleich eine ganze Reihe von Holzschränken, ähnlich denen in der Eingangshalle, jedoch komplett zerfressen von der Feuchtigkeit, wie Danila feststellte, als er eine der Schubladen zu öffnen versuchte. »Ach, die Reservekartei«, sagte er zu Azjom und atmete erleichtert auf. »Jetzt ist es nicht mehr weit.« Neben ihnen klopfte es erneut an die Tür. Dann bewegte jemand vorsichtig, gleisam zur Probe die Klinke. Hastig durchquerten sie den unheimlichen Garten, schoben dabei mit ihren Gewehrläufen die Hannen beiseite und traten vorsichtig auf die über den Boden kriechenden Wurzeln. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich noch eine Tür. Zum Glück war sie nicht verschlossen. Ein letzter Korridor. Dann blieben sie stehen. Sie befanden sich im Magazin. Das spürte Azjom sofort. In der Luft stand der Staub unzähliger Bücher. Die Bibliothek atmete ruhig vor sich hin und raschelte kaum hörbar mit Milliarden von Seiten. Azjom sah sich um. Er glaubte, den seit seiner Kindheit geliebten Geruch alter Bücher zu spüren. Fragen blickte er Daniele an. »Wir sind da«, bestätigte dieser und fügte mit Hoffnung in der Stimme hinzu. »Und?« »Na ja, unheimlich«. Azjom begriff nicht gleich, was der andere meinte. »Und spürst du das Buch? Hier solltest du seine Stimme besser hören können.« Azjom schloss die Augen und versuchte sich zu konzentrieren. Sein Kopf war leer wie ein verlassener Tunnel. Nach einer Weile begann er erneut die winzigen Geräusche zu unterscheiden, die das Gebäude der Bibliothek füllten. Doch so etwas wie eine Stimme, einen Ruf, vernahm er nicht. Schlimmer noch, er spürte absolut nichts. Selbst wenn man annahm, dass die Stimme, von der die Brachmanen gesprochen hatten, eine Empfindung ganz anderer Art war, so änderte dies nichts. Er erhob die Arme. »Ich höre nichts.« Danila schwieg. Dann sagte er seufzend, »Na gut, wir suchen eine andere Ebene. Hier gibt es insgesamt zwölf. Wir suchen so lange, bis wir es finden. Mit leeren Händen sollten wir lieber nicht zurückkehren.« Über die Bettungsstufen der Dienstreppe stiegen sie mehrere Stockwerke hinauf. Der Raum dort sah genauso aus wie der erste. Mittelgroß, verklarste Fenster, einige Bürotische, der bereits gewohnte Bewuchs an der Decke und in den Ecken, sowie zwei in verschiedene Richtungen laufende enge Korridore mit endlosen Regalreihen zu beiden Seiten. Die Decke in diesem Raum und in den Korridoren war niedrig, etwas über zwei Meter. Nach der unglaublichen Weite der Eingangshalle und des Lesesaals hatte Atiom hier ständig das Gefühl, den Kopf einziehen zu müssen. Sogar das Atmen fiel ihm schwerer. Die Regale waren mit tausenden von Büchern vollgestellt. Einige davon schienen bestens erhalten zu sein. Offenbar war die Bibliothek so gebaut worden, dass sie sogar in verlassenem Zustand ein besonderes Mikroklima bewahrte. Angesichts des Bücherreichtums vergaß Atiom immer wieder für Augenblicke, warum er eigentlich hier war. Er besah sich die Buchrücken, fuhr ehrfürchtig mit der Hand darüber. Danila hoffte jedes Mal, sein Partner habe endlich gefunden, weshalb man sie hierher geschickt hatte, und störte ihn anfangs nicht. Doch sobald er begriff, was los war, parkte er Atiom mit einer heftigen Bewegung am Arm und zog ihn weiter. Drei, vier, sechs Korridore, hundert, zweihundert Regale, Tausende und Abertausende von Büchern, herausgerissen aus dem pechschwarzen Dunkel durch einen gelben Lichtfleck. Die nächste Ebene. Und noch eine. Alles vergebens. Atiom spürte überhaupt nichts, was man für eine Stimme halten konnte. Nichts Ungewöhnliches. Er erinnerte sich, dass sie die Brachmalen bei der Sitzung des Rats für einen Auserwählten gehalten hatten. Dass sie glaubten, er besitze eine besondere Gabe und sei vom Schicksal geleitet. Während die Offiziere eine ganz andere Erklärung für seine Visionen abgaben. Einbildung. Erst in den letzten Stockwerken begann Atiom etwas zu spüren. Nur leider nicht das, was er erwartete und wollte. Es war die undeutliche Ahnung, dass jemand da war. Ähnlich wie die ihm hinlänglich bekannte Tunnelangst. Obwohl ihnen alle Ebenen, die sie abgesucht hatten, völlig verlassen erschienen und von den Bibliothekaren oder anderen Kreaturen nichts zu sehen war, verspürte er hier ständig den Drang, sich umzudrehen. Hatte er das Gefühl, dass jemand sie durch die Bücherregale hindurch aufmerksam beobachtete? Danila beleuchtete mit der Taschenlampe seinen Stiefel. Ein langes Schnürband, das der Brahmane nicht richtig festgeknotet hatte, schleifte hinter ihm über den Boden. Ich binde mir eben mal den Schuh, flüsterte Atiom zu. Schau, ob du weiter vorne vielleicht doch noch was spürst. Dann ging er in die Knie und begann, sich an seinem Schuh zu schaffen zu machen. Atiom nickte und ging langsam, Schritt für Schritt weiter. Alle paar Sekunden sah er sich nach Danila um, der er lange brauchte, denn das schlüpfrige Schnurrband glitt ihm durch die dick behandschuhten Finger. Atiom leuchtete zuerst die Reihe von Regalen hinunter, die sich rechte Hand erstreckte. Dann richtete er hastig den Lichtstrahl nach links und starrte in die Tiefe, ob zwischen den Reihen staubiger und welliger Bücher vielleicht gekrümmte graue Schatten von Bibliothekaren zu erkennen waren. Als er sich etwa 30 Meter von seinem Freund entfernt hatte, hörte Atiom plötzlich ein ganz deutliches Rascheln vor sich, in etwa zwei Reihen Entfernung. Er drückte die Taschenlampe gegen den Lauf des Gewehrs und stand mit einem Sprung im Korridor, wo sich seiner Berechnung zur Folge jemand verbarg. Zwei weitere Regalreihen, von oben bis unten vollgestopft mit Büchern, sonst nichts. Der Lichtstrahl raste nach links, vielleicht hatte der Gegner sich ja auf der anderen Seite dieser unendlichen Reihe versteckt. Nein, alles leer. Atiom hielt den Atem an und lauschte auf das kleinste Geräusch. Nichts, nur das gespenstische Rascheln der Buchseiten. Er kehrte zurück und leuchtete in den Gang, wo Danila sich die Schuhe gebunden hatte. Alles leer? Ähm, leer? Ohne auf seinen Weg zu achten, stürzte Atiom los. Der Lichtpunkt seiner Lampe sprang hektisch hin und her und löste eine exakt gleiche Reihe nach der anderen aus der Dunkelheit. Wo war Danila bloß geblieben? Dreißig Meter. Etwa dreißig Meter waren es gewesen. Also musste er hier sein. Niemand. Wohin konnte er nur gegangen sein, ohne Atiom Bescheid zu sagen? War er überfallen worden? Warum hatte er sich da nicht widersetzt? Was war passiert? Nein, er war zu weit zurückgegangen. Danila hätte vielen her sein müssen. Aber er war nirgends. Atiom fiel das Denken schwer. Langsam wurde er panisch. Schließlich blieb er einfach an der Stelle stehen, wo er Danila zurückgelassen hatte und lehnte sich erschöpft mit dem Rücken gegen die Stirnseite des Regals. Da hörte er plötzlich von hinten eine leise, nichtmenschliche Stimme, die in einen furchtbaren, raubvogelartigen Schrei überging. »Atiom!« Atiom schnappte vor Angst nach Luft. Hektisch drehte er sich nach der Stimme um. Obwohl er durch das beschlagene Sichtfenster der Gasmaske kaum noch etwas sah, versuchte er, den Korridor im zitternden Visier seiner Kalaschnikow zu halten. Er ging auf die Stimme zu. »Atiom!« Jetzt war sie schon ganz nah. Plötzlich fiel etwa auf Höhe des Bodens ein dünner Fächer aus Licht, durch einige lose nebeneinanderstehende Bücher. Der Lichtstrahl bewegte sich vor und zurück, als winkte jemand mit einer Taschenlampe links, rechts, links, rechts. Dann hörte Atiom ein metallisches Scheppern. »Atiom!« Diesmal war es ein gewöhnliches, wenn auch kaum hörbares Flüstern. Und die Stimme gehörte zweifellos, Daniela. Freudig machte Atiom einen großen Schritt vorwärts. Doch da tönte erneut jener unheilvolle, kehlige Klang, den er vorhin bereits gehört hatte. »Atiom!« Noch immer irrte der strahlende Taschenlampe sinnlos auf dem Boden hin und her. Atiom machte einen weiteren Schritt, blickte nach rechts und spürte, wie sich ihm im selben Augenblick die Haare sträubten. In einer Nische zwischen zwei Bücherregalen saß Daniela auf dem Boden. In einer Blutlache. Helm und Gasmaske lagen neben ihm auf dem Boden. Obwohl sein Gesicht leichenblass war, blickten seine Augen wach und die Lippen versuchten, Worte zu formen. Hinter ihm, in der Dunkelheit verborgen, hockte eine graue, buckelige Gestalt. Eine lange, mit rauem, silbrigem Fell bewachsende, knochige Hand. Nein, keine Pfote, sondern eine Hand mit großen, gebogenen Klauen, rollte nachdenklich Danielas Taschenlampe auf dem Boden hin und her. Die andere steckte tief in dem aufgeschlitzten Bauch des Brahmanen. »Du bist da«, flüsterte Daniela. »Du bist da«, kreiste es hinter seinem Rücken, mit exakt der gleichen Intonation. »Ein Bibliotheker«, sagte Daniela mit bittender, schwächer werdender Stimme. »Ich bin sowieso erledigt. Töte ihn.« »Töte ihn«, wiederholte der Schatten. Wieder rollte die Taschenlampe langsam nach links, dann wieder zurück und immer so weiter. Atiom glaubte, den Verstand zu verlieren. In seinem Kopf kreisten Wenigs Worte, dass Schüsse weitere furchtbare Kreaturen anlocken konnten. »Geh fort«, bat er den Bibliotheker, ohne jedoch zu hoffen, dass dieser ihn verstand. »Geh fort«, erklang die schon fast zärtliche Antwort. Die knochige Hand fuhrwagte in Danielas Bauch herum, sodass dieser leise aufstöhnte und dem ein Strahlblut aus dem Mundwinkel aufs Kinn schoss. Mit letzter Kraft sagte der Brahmane, diesmal etwas lauter, »Schieß endlich!« »Schieß endlich!«, forderte der Bibliothekar von hinten. »Sollte Atiom seinen neuen Freund töten und damit andere Ungeheuer anlocken? Oder sollte er Daniela einfach liegen lassen und fortlaufen, solange es noch nicht zu spät war?« »Ehen retten zu wollen, war aussichtslos, denn mit geplatztem Bauch und herausfallendem Gedärm blieb dem Brahmane nicht einmal eine Stunde, hinter Danielas zurückgelehntem Kopf zeigte sich nun ein spitzes, graues Ohr, und dann folgte ein riesiges grünes Auge, das im Lampenschein glänzte. Langsam, fast schüchtern blickte der Bibliothekar hinter dem sterbenden Brahmanen hervor, und seine Augen suchten die von Atiom. »Nicht abwenden, hinsehen, ihn ansehen, direkt in die Pupillen.« Sie waren tierisch, vertikal. Und wie seltsam war es, in diesen unheimlichen, unmöglichen Augen den schwachen Widerschein der Vernunft zu erkennen. Aus nächster Nähe ähnelte der Bibliothekar keineswegs einem Gorilla, ja, nicht einmal einem Affen. Seine Raubtierschnauze war mit Fell bewachsen, das Maul mit den langen Reißzähnen ging fast bis zu den Ohren, und die Augen waren von einer Größe, dass er keinem der Tiere ähnelte, die Atiom jemals gesehen hatte, sei es lebend oder auf Bildern. Der Augenblick schien eine Ewigkeit zu dauern. Der Blick des Monsters hielt ihn gefangen. Erst als Daniele erneut lange und dumpf aufstöhnte, kam Atiom zu sich und richtete den roten Punkt seiner Zielvorrichtung auf die niedrige, fellbewachsene Stirn des Bibliothekars. Er stellte den Schalthebel auf Einzelfeuer. Als die Kreatur das metallische Klicken vernahm, zichte sie böse und verbarg sich erneut hinter Danilas Rücken. »Geh fort!« kreichte sie plötzlich, exakt im gleichen Tonfall wie zuvor, Atiom. Atiom erstarrte verblüfft. Der Bibliothekar hatte sich seine Worte gemerkt und ihren Sinn verstanden. Wie war das möglich? »Atiom, solange ich noch sprechen kann«, stieß Danila mühsam hervor und versuchte ihn, mit seinen trüben Augen zu fixieren. »In meine Brusttasche ist ein Umschlag. Ich sollte ihn dir wenn du das buch findest hat ja um schüttelte den kopf ich habe nichts gefunden egal ich weiß ja jetzt warum du dich darauf eingelassen hast du tust es nicht für dich vielleicht kann dir das helfen für mich spielt es keine rolle ob der auftrag ausgeführt ist oder nicht aber denk daran du darfst nicht zur polis zurückkehren wenn sie herausbekommen dass du nichts gefunden hast und wenn die offiziere es erfahren nimm einen anderen weg schießt jetzt es tut so weh ich kann nicht mehr kann nicht mehr weh sprach ihm der bibliotheker mit pfeifender stimme nach plötzlich machte die hand in danielas baure eine heftige bewegung so dass der brachmane krampfhaft zusammenzuckte und laut aufschrie hat hier immer trug den anblick nicht mehr ohne nachzudenken stellte er den hebel auf dauerfeuer kniff die augen zusammen und drückte ab das überraschend laute rattern zerriss die stille der bibliothek gefolgt von mark erschütterndem kreischen dann rissen alle geräusche mit einem mal ab die staubigen bücher hatten der echo wie ein schwamm aufgesogen als adjom die augen wieder öffnete war bereits alles vorbei adjom machte einen schritt auf den bibliotheker zu die preige masse seines kopfes war auf die schulter seines opfers gesunken selbst im tod verbarg er sich noch hinter dessen rücken adjom beleuchtete dieses grässliche bild und spürte wie in seinen adern das blutgefrohr und seine hände vor anspannung zu schwitzen begannen er stieß den bibliotheker vorsichtig mit der spitze seines stiefels an worauf dieser schwer nach hinten sagte er war tot daran bestand kein zweifel hastig begann adjom danielas schutzanzug zu öffnen wobei er versuchte nicht in dessen blutiges unförmiges gesicht zu blicken die kleidung des brachmanen war bereits mit schwarzem blut gedrängt das in der kühlen luft des magazins dampfte adjom musste würgen die brusttasche unbeholfen versuchte er mit den dicken schutzhandschuhen den knopf zu öffnen hatten diese handschuhe daniela um jede minute länger aufgehalten die ihn am ende das leben gekostet hatte von ferne hörte adjom deutlich wie etwas raschelte und nackte füße einen gang entlang tappten hektisch drehte er sich um ließ den lichtstrahl durch die gänge gleiten als er sich überzeugt hatte dass noch niemand in der nähe war kämpfte er weiter mit dem knopf endlich gab dieser nach und mit klammen fingern fichte adjom einen dünnen umschlag aus grauem papier aus der tasche eingehüllt in eine plastiktüte die von einer der kugeln durchschossen worden war außerdem fand er dort ein blutverschmiertes rechteckiges stück karton offenbar jenes das daniela in der eingangshalle aus der kartei herausgezogen hatte darauf stand in schreibmaschinenschrift geschrieben schnurrkopf ne bewässerung und perspektiven des ackerbaus in der tatschikischen ssr duschanbe 1965 das tappen der füße und ein undeutliches murmeln waren jetzt ganz nahe zu hören es blieb keine zeit mehr adjom nahm danielas gewehr sowie dessen taschenlampe sprang auf und rannte zurück ohne auf den weg zu achten vorbei an unendlichen reihen von bücherregalen so schnell er nur konnte er wusste nicht genau ob er verfolgt wurde das trampel der eigenen stiefel und das pochen des bluts in seinen ohren überdeckten alle geräusche hinter ihm erst als er im treppenhaus ankam und die bettungsstufen hinunter stolperte fiel ihm ein dass er nicht einmal wusste in welchem stockwerk sich der ausgang des magazins befand vielleicht konnte er ja wenn er es bis zum erdgeschoss schaffte das fenster auf dem treppenabsatz einschlagen und in den hof hinausspringen adjom hielt einen augenblick inne und blickte nach draußen mitten im hof standen unbeweglich gleich mehrere dieser grauen bestien sie hatten die schnauzen erhoben und sahen zu den fenstern auf wie adjom schien genau zu ihm adjom drückte sich an die seitenwand und stieg vorsichtig weiter hinab nun da seine stiefel kein geräusch mehr machten hörte er wieder wie oben über den beton nackte füße liefen immer näher und näher panisch hastete er weiter nach unten in jedem neuen stockwerk rannte aus dem treppenhaus versuchte krampfhaft die vertraute tür zu entdecken fand sie nicht stürzte weiter immer wenn er irgendwelche schritte zu hören glaubte hielt er inne und drückte sich in dunkle ecken blickte sich verzweifelt in den fensterlosen niedrigen durchgängen um sprang schließlich wieder auf die treppe zurück um ins nächst tiefere geschoss zu laufen dabei war er sich ständig bewusst dass der täufliche lärm der er bei seiner verzweifelten suchen nach dem ausgang aus dem labyrinth erzeugte sämtliche ungeheuer anlocken musste die diese bibliothek bevölkerten doch er irrte weiter aufgeregt hin und her vergeblich und sinnlos bis er plötzlich auf einen treppenabsatz zurückgekehrt vor einem der eingeschlagenen fenster eine halb gekrümmte silhouette ablegte adjom wich zurück tauchte in den erstbesten durchgang ein und lehnte sich gegen die wand er richtete das gewehr auf die türöffnung in der der bibliothekar jeden moment erscheinen musste und hielt den atem an stille entweder wagte es die bestie nicht adjom allein zu verfolgen oder sie wartete ab bis er den fehlerbegegen sein versteck zu verlassen der gang führte weiter nach hinten adjom dachte eine sekunde lang nach dann begann er sich von der tür zurückzuziehen ohne sie jedoch aus den augen zu lassen der korridor bog um die ecke an dieser stelle gähnte ein schwarzes loch in der wand daneben lag ein haufen zertrümmerte ziegelsteine und der boden war mit einer dünnen kalkschicht bedeckt einem plötzlichen impuls folgen trat adjomin durch und fand sich in einem raum mit völlig demolierte einrichtung wieder der boden war übersät mit zerfetzten fotonegativen und filmbändern weiter vorn befand sich eine halb offene tür durch die ein schmaler keil blassen mondlicht zerein fiel vorsichtig ginge über das verräterich knarzende parkett darauf zu und blickte hindurch den angrenzenden raum nicht wiederzuerkennen war unmöglich obwohl sich adjom jetzt genau auf der gegenüberliegenden seite befand die eindrucksvolle skulptur die unglaublich hohe decke die riesigen fenster der enge gang der zu den bizarren hölzernen portal führte und die demolierten tischreihen zu beiden seiten er befand sich wieder im großen lesesaal er stand auf der schmalen galerie die in einer höhe von etwa vier metern und mensal herum verlief von hier oben hatten sich die bibliothekare angeschlichen wie er hier hatte herauskommen können war ihm völlig schleierhaft doch zum nachdenken blieb keine zeit die bibliothekare waren ihm sicher noch auf den fersen er lief die nächstgelegene treppe hinab die neben dem podest der skulptur endete und hastete zur tür nicht weit von dem mit schnitzereien verzierten portal des ausgangs entfernt lagen die leichen einiger bibliothekare schnell ging adjom an der stätte des kampfes vorbei wobei er fast in einer lache aus geronnenem blut ausgerutscht wäre mühsam öffnete er die schwere tür und ein greller weißer lichtstrahl traf ihn genau in die augen adjom dachte an mannicks anweisung er hob die taschenlampe und zeichnete dreimal einen kreis in die luft das blendende licht fuhr sofort zur seite adjom hängte sich als zeichen seiner friedlichen absicht das gewehr über die schulter und ging langsam vorwärts auf das runde zimmer mit den säulen und dem sofa zu ohne recht zu wissen wen er dort antreffen würde das maschinengewehr stand mit aufgeklappten zweibein auf dem boden melnick stand über seinen partner gebeugt nummer zehn lag mit geschlossenen augen halb auf dem sofa und stöhnte immer wieder kurz auf sein rechtes bein war unnatürlich verrenkt und als adjom näher hinsah begriff er dass es gebrochen und verbogen war nicht nach hinten sondern nach vorne wie hatte das passieren können und welche kraft musste derjenige gehabt haben der dem bulligen stalker so etwas zugefügt hatte melnick blickte auf und fragte wo ist dein freund die bibliothekare versuchte adjom zu erklären im magazin sie haben ihn überfallen aus irgendeinem grund brachte es nicht fertig zu sagen dass er selbst danila umgebracht hatte wenn auch aus mitleid hast du das buch gefunden adjom schüttelte den kopf nein ich habe nichts gespürt hilf mir ihn aufzureben nein warte nimm seinen rucksack und meinen auch du siehst ja was mit seinem bein los ist sie hätte es ihm beinahe abgerissen ich werde ihn ruckelpack nehmen müssen adjom trug die gesamte ausrüstung drei rucksäcke zwei kalaschnikows und das maschinengewehr insgesamt mindestens 30 kilogramm schon das aufheben fiel ihm nicht leicht melnick hatte es jedoch noch schwerer mit mühe hiefte er sich den schlaffen körper seines partners auf die schultern selbst für den kurzen weg die treppe hinunter bis zum ausgang brauchten sie einige lange minuten bis zum ausgang begegnete ihnen niemand doch als adjom die große holztür öffnete um mänik durchzulassen ertönte aus den tiefen des gebäudes ein kreischendes heulen voller hass und schwermut adjom spürte wie es ihm wieder kalt den rücken hinunter lief und er schlug die tür hastig zu nun kam es vor allem darauf an so schnell wie möglich zur metro zurück zu gelangen kaum waren sie draußen als melnick befahl augen runter der stern ist jetzt direkt vor dir rüte dich über die däsche zu sehen adjom blickte gehorsam zu boden setzte mich ja nicht ein bein vor das andere mit jedem meter wurden seine schritte schwerer und steifer und alles woran er nun dachte war die unvorstellbar langen 200 meter von der bibliothek zum eingang der burro bis kaya so schnell wie möglich hinter sich zu bringen doch als sie schließlich an der metro angekommen waren stellte sich melnick ihm in den weg langsam ließ er seinen partner zu boden gleiten und sagte schwer atmend die polis ist für dich jetzt verbotenes territorium du hast das buch nicht gefunden und dazu noch deinen begleiter verloren den brauch mahnen wird das kaum gefallen es bedeutet dass du kein auserwählter bist sie haben ihre geheimnisse dem falschen mann preisgegeben wenn du jetzt in die polis zurückkehrst wirst du spurlos verschwinden die haben da ihre spezialisten nicht umsonst sind es intelligenzler auch ich werde dich nicht vor ihnen schützen können geh jetzt fort am besten zu smolenskaya auf dem weg dorthin gibt es wenige häuser und du musst in keine engen gassen einbiegen vielleicht kommst du ja bis dorthin wenn du es noch rechtzeitig schaffst rechtzeitig fragte adjom verwirrt die nachricht dass er sich allein an der oberfläche bis zur nächsten metro station würde durchschlagen müssen und der karte nach zu urteilen eine strecke von etwa zwei kilometern traf ihn wie ein schlag vor sonnenaufgang wir menschen sind nachttiere tagsüber sollten wir uns an der oberfläche nicht blicken lassen was da aus den ruinen herausgekrochen kommt um sich an der sonne zu wärmen du würdest deine dumme neugier hundertmal bereuen vom licht kannst du schweigen nicht mal eine sonnenbrille würde dir helfen du würdest augenblicklich erblinden aber wie soll ich das alleine schaffen adjom traute noch immer seinen ohren nicht nur keine angst erst geht es immer geradeaus den kalinin prospekt entlang du brauchst nirgendwo abzubiegen lass dich nicht mitten auf der straße blicken aber zu nah an die häuser solltest du auch nicht heranrücken die sind nämlich alle bewohnt geh bis zur zweiten großen kreuzung das ist an der gartenring dort nach links und dann weiter bis zu einem quadratischen gebäude mit einer fassade aus weißem stein das war mal das haus der mode du findest es sofort denn genau gegenüber auf der anderen seite des rings steht ein ziemlich hohes reibsterstörtes gebäude ein einkaufszentrum hinter dem haus der mode befindet sich ein gelber bogen auf dem steht metrostation smolenskaya dort biegst du ein und kommst in eine art innenhof von dort siehst du dann auch schon die station selber wenn alles ruhig ist versuche runter zu gehen einen der eingänge haben sie offen gelassen er ist bewacht sie halten ihn für ihre stalker frei du musst an das tor klopfen und zwar so dreimal kurz dreimal lang dreimal kurz dann müssten sie eigentlich öffnen nennen ihnen meinen namen und warte dort auf mich sobald ich nur mit zehn ins sazarett gebracht habe komme ich nach ich werde vor mittag da sein ich finde dich schon die gewehre kannst du behalten wer weiß was alles passiert aber auf der karte gibt es doch noch eine andere station die näher liegt hat ja musste überlegen die arbeitsgeier es stimmt es gibt eine solche station aber du solltest dir nicht zu nahe kommen wenn du sie passiert reite dich auf der anderen straßenseite bewege dich schnell aber ohne zu laufen melnig schob atyom in richtung straße und jetzt verliert keine zeit atyom fügte sich in sein schicksal er schulterte eines der gewehre nahm das zweite in die hand und machte sich schleunigst auf den weg zurück zum denkmal vor der bibliothek die rechte hand hielt er über seine augen damit er nicht zufällig das lockende gleißen der kremlsterne erhaschte kapitel 14 dort oben kurz bevor er den steinernen alten erreichte bog atyom nach links ab und lief quer über die stufen der bibliothek im vorbeigehen warf er noch einen blick auf den mächtigen bau ein schauder packte ihn als er an dessen unheimliche bewohner dachte nun war die bibliothek wieder ein düsteres schweigen gehüllt wahrscheinlich hatten sich die hüter der stille in ihre dunklen ecken zurückgezogen leckten ihre wunden und bereiteten sich darauf vor es den nächsten abend peurer mit doppelter münze heim zu zahlen erneut sah er danielers bleiches gesicht vor sich der brachmaner hatte einen grund gehabt sich vor diesen kreaturen zu fürchten hatte er geahnt welches schicksal ihm bereitet war hatte er den eigenen tod in seinen albträumen gesehen seine leiche lag nun für immer im magazin der bibliothek eng umschlungen von seinem mörder und wenn diese bestien nicht einmal aas verschmähten atyom schüttelte sich ob er jemals den tod dieses menschen der nach zwei tagen schon fast ein freund geworden war vergessen würde nein danieler würde ihm noch lange im traum erscheinen wie er da lag und versuchte mit seinen blutigen lippen worte zu formen als atyom den breiten prospekt betrat ging er noch einmal meldiges anweisungen durch immer geradeaus nicht abbiegen bis zum gartenring hoffentlich würde er den gartenring erkennen außerdem die straßen mitte meiden aber sich auch nicht zu nah an die häuserwände drücken schließlich und das war die hauptsache vor sonnenaufgang bis zu smolenskaya kommen die berühmten hochhäuser des kalinin prospekts der oft auch neue abad genannt wurde kannte atyom von vergilten ansichtskarten nun lagen sie in einer entfernung von etwa einem halben kilometer vor ihm noch war die straße von einer langen reihe niedriger stadtwillen gesäumt am ende machte sie einen leichten knick nach links und mündete in den neuen abad aus der nähe waren die umrisse der gebäude gut zu erkennen doch sobald sich atyom von ihnen entfernte verschwammen sie im zwielicht der mond war hinter niedrig hängenden wolken verborgen sein schwaches milchiges licht trank gedämpft durch den nebligen vorhang nur wenn dieser sich kurz auflöste gewannen die geisteraften silhouetten der häuser für kurze zeit ihre gestalt zurück trotz der schwachen beleuchtung konnte atyom wenn er in die querstraßen linke hand schaute die gewaltigen umrisse der alten kathedrale erkennen über dem kuppelkreuzen der ferne kreiste erneut ein riesiger geflügelter schatten vielleicht war die tatsache dass atyom stehen blieb um nach dem fliegenden ungeheuer zu sehen der grund dafür dass er noch etwas anderes bemerkte im halb dunkel war er sich zuerst nicht sicher bildete er sich diese seltsame gestalt nur ein die da unbeweglich halb mit den zerstörten häuserwänden verschwimmend in einer der seitenstraßen stand als er genauer hinsah kam es ihm so vor als ob sich dieser dunkle fleck bewegte und einen eigenen willen besaß auf die entfernung ließen sich form und größe des wesens nur schwer abschätzen in jedem fall stand es auf zwei beinen also beschloss atyom so vorzugehen wie es ihm der stalker beigebracht hatte er schaltete die taschenlampe ein richtete den lichtkegel in die straße und machte dreimal eine kreisbewegung keine antwort eine minute lang wartete atyom dann begriff er dass es gefährlich war länger hier zu bleiben bevor er weiter ging leuchtete er die reglose gestalt noch einmal an was er erblickte ließe die lampe sofort wieder ausschalten und das weite suchen dies war eindeutig kein mensch die gestalt war mit sicherheit mindestens zweieinhalb meter groß hals und schultern fehlten fast völlig der große runde kopf ging fast direkt in den mächtigen rumpf über noch immer verharrte das wesen reglos doch trotz dieser scheinbaren unentschlossenheit spürte atyom dass von ihm gefahr ausging die etwa 150 meter bis zur nächsten querstraße legte er in weniger als einer minute zurück als er jedoch näher hinsah bemerkte er dass es sich nicht um eine querstraße sondern um eine riesige presche handelte die gewaltsam in die wohnhäuser geschlagen worden war entweder waren sie zerbombt worden oder man hatte sie mit schwerer wehrtechnik eingerissen als atyoms blick die halb zerstörten häuser streifte blieb er erneut an einem undeutlichen reglosen schatten hängen es genügte ihn eine sekunde lang anzuleuchten um alle zweifel zu verscheuchen es war dieselbe kreatur oder aber eine ihrer artgenossen jetzt stand sie mitten in der bresche nicht mehr als einen häuserblock entfernt und versuchte nicht einmal sich zu verbergen wenn es dasselbe tier war so musste es eine parallelstraße entlang gelaufen sein offenbar bewegte es sich schneller als atyom denn an der nächsten kreuzung wartete es wieder auf ihn schlimmer noch war jedoch etwas anderes in der gegenüberliegenden rechten seitenstraße erblickte atyom jetzt ebenfalls eine gestalt wie die erste stand sie völlig unbeweglich da fast wie eine statue einen augenblick lang bildete sich atyom ein es seien gar keine lebenden tiere sondern nur eine art von zeichen die man hier zur abschreckung oder zur warnung aufgestellt hatte die nächste kreuzung erreichte er im laufschritt erst beim letzten haus blieb er stehen und blickte vorsichtig um die ecke seine unheimlichen verfolger hatten ihn schon wieder überholt nun waren es mehrere dieser riesigen gestalten und sie waren jetzt besser zu erkennen denn die wolkendecke war etwas dünner geworden wie zuvor standen sie reglos da und schienen darauf zu warten dass er in der furz zwischen den häusern erschien war es wirklich keine täuschung vielleicht waren es jedoch irgendwelche stein oder bettung brocken die er für lebende wesen hielt unten in der metro halfen ihm seine scharfen sinne weiter hier oben dagegen bewegte er sich in einer unbekannten trügerischen welt hier war alles anders das leben funktionierte nach anderen regeln sich auf seine fünf sinne und seine intuition zu verlassen war riskant Atyom versuchte so schnell und unbemerkt wie möglich die nächste straße zu überqueren auf der anderen seite angekommen drückte er sich gegen die mauer eines hauses wartete eine sekunde und blickte wieder um die ecke ihm stockte der atem die gestalten bewegten sich und zwar auf erstaunliche weise eines der tiere streckte den kopf und wiegte ihn hin und her wie wenn es eine witterung aufnahm dann ließ es sich plötzlich auf alle viere herab und verschwand mit einem riesigen satz hinter der nächsten straßenecke Sekunden später folgten die anderen Atyom zog den kopf zurück setzte sich auf den boden und schnappte nach luft es bestand kein zweifel mehr sie verfolgten ihn mehr noch sie schienen ihn zu führen indem sie sich auf beiden seiten des prospekts parallel zu ihm bewegten sie warteten ab bis er den nächsten häuserblock passiert hatte tauchten in der querstraße auf um sich zu überzeugen dass er nicht vom weg abgekommen war und setzten die stumme jagd fort aber warum verbargen sie sich in diesen dunklen Seitengassen Atyom erinnerte sich dass Melnick ihm verboten hatte auch nur eine davon zu betreten war dies der grund um sich zu beruhigen wechselte Atyom das Magazin seines Gewehrs entsicherte und schaltete die Laserzielverrichtung ein und wieder aus er war gut bewaffnet und anders als in der Bibliothek durfte er hier gefahrlos schießen es war also ganz einfach sich vor diesen Tieren zu schützen er atmete tief durch und erhob sich was auch immer geschah der Stalker hatte ihm verboten stehen zu bleiben oder lange zu zögern er musste sich beeilen das musste man hier an der Oberfläche immer am Ende des nächsten Häuserblocks verlangsamte Atyom seinen Schritt und blickte sich um die Straße verbreiterte sich und ging in eine Art Platz über ein Teil davon war durch einen Zaun abgetrennt und sah aus wie ein Park auf mächtigen knorrigen Stämmen prangten ausladende Kronen die bis an den vierten Stock des nächstgelegenen Gebäudes heranreichten vermutlich waren es diese Parks aus denen die Stalker das Holz mitbrachten mit dem große Teile der Metro beheizt und beleuchtet wurden in den Lücken zwischen den Baumstämmen zeigten sich flüchtig seltsame Schatten und weiter hinten flackerte ein schwaches Licht das Atyom für die Flamme eines Lagerfeuers gehalten hätte hätte es nicht so seltsam grünig geleuchtet das Gebäude selbst machte einen unheilvollen Eindruck es schien bereits mehrfach Schauplatz heftiger und blutiger Kämpfe gewesen zu sein die oberen Etagen waren eingestürzt an vielen Stellen gab es schwarze Einschusslöcher und von einigen Räumen standen nur noch zwei Wände sodass man durch die leeren Fenster in den trüben Nachthimmel sehen konnte auf der anderen Seite des Platzes traten die Gebäude weit auseinander ein breiter Boulevard kreuzte die Straße dahinter erhoben sich aus der Dunkelheit wie Wachtürme die ersten Hochhäuser des neuen Abad der Eingang zur Metrostation Abadskaya musste sich ganz in der Nähe auf der linken Seite befinden Atyoms Blick streifte nochmals den düsteren Park Melnick hatte recht gehabt in diesem dickig den Zugang zur Metro zu suchen war keine gute Idee je länger er das schwarze Gestrüpp betrachtete desto deutlich schien er zwischen den Wurzeln der gigantischen Bäume die gleichen unheimlichen Gestalten auszumachen die ihm zuvor gefolgt waren ein Windstoß erfasste die Baumkronen und die mächtigen Äste begannen schwerfällig zu knarren von Ferne ertönte ein langgezogenes Heulen der Wald schwieg aber nicht etwa weil er tot war diese Stille entsprach der Lautlosigkeit von Atyoms geheimnisvollen Verfolgern auch der Wald schien auf etwas zu warten Atyom hatte das Gefühl wenn er noch weiter so schamlos die Untiefen dieses Parks betrachtete werde die Strafe nicht ausbleiben also nahm er das Gewehr bequemer pflegte sich um ob ihm die Kreaturen nicht zu nah gekommen waren und eilte weiter doch schon nach wenigen Sekunden blieb er erneut stehen gebannt von dem Anblick der sich ihm nun bot er befand sich im Schnittpunkt einiger breiter Straßen es war eine ungewöhnliche Kreuzung denn die Querstraße tauchte zum Teil in einen Tunnel ab und kam auf der anderen Seite wieder an die Oberfläche rechte Hand erstreckte sich ein breiter Boulevard was Atyom an dem schwarzen Dickicht riesiger Wuch an der Bäume erkannte links befand sich ein großer asphaltierter Platz ein komplexes Geflecht aus mehrspurigen Fahrbahnen und dahinter erneut dichtes Gestrüpp Atyom konnte nun schon recht weit sehen und fragte sich ob das damit zusammenhing dass die mörderische Sonne bald aufgehen würde die Straßen waren übersät mit verbeuten und ausgebrannten Fracks die Atyom als Automobile identifizierte nichts davon war in brauchbarem Zustand in zwei Jahrzehnten hatten die Stalker alles mitgehen lassen was nicht nid und nagelfest war das Benzin aus den Tanks die Akkus und Generatoren Scheinwerfer und Plinklichter die Sitze all das gab es nun an der WDN-Ra wie auf jedem anderen Größe an Markt der Metro der Asphalt war an mehreren Stellen von Kratern unterschiedlicher Größe aufgebrochen überall gab es Risse durch die Gräser und andere Pflanzen wuchsen deren Stängel sich unter dem Gewicht dicker kugelförmiger Frichte bogen direkt vor sich sah Atyom die düstere Schlucht des neuen Abatz beginnen die berühmten Häuser die wie riesige aufgeklappte Bücher aussahen auf der einen Seite waren die mindestens 20-stöckigen Gebäude wie durch ein Wunder fast unversehrt geblieben während sie auf der anderen halb eingefallen waren und hinter ihm lag die Straße zur Bibliothek und zum Kreml er stand mitten auf diesem majestätischen Friedhof der Zivilisation und fühlte sich wie ein Archäologe bei der Ausgrabung einer antiken Stadt deren einstige Größe und Schönheit noch viele Jahrhunderte später beim Betrachter ehrfürchtiges Schaudern hervorriefen Atyom versuchte sich vorzustellen dass einst Menschen diese zyklopischen Bauten bewohnt hatten mit solchen Fahrzeugen hatten sie sich fortbewegt diese hatten damals sicher noch in allen möglichen Farben gefunkelt und waren sanft rauschend über die glatte Fahrbahn gerollt sodass der harte Asphalt von ihren Gummireifen warm wurde die Metro hatten sie nur benutzt um schneller von einem Ende dieser grenzenlosen Stadt zum anderen zu gelangen unvorstellbar woran hatten sie jeden Tag gedacht was waren ihre Sorgen gewesen welche Sorgen konnte man überhaupt haben als Mensch der nicht jede Sekunde um sein Leben fürchten muss der nicht ständig darum kämpft es wenigstens noch um einen Tag zu verlängern in diesem Augenblick traten die Wolken auseinander und die nicht ganz vollständige Scheibe des Mondes als hätte jemand ein Stück abgebissen kam zum Vorschein Atyom bemerkte erstaunt dass dieser nicht gleichmäßig weiß war sondern von seltsamen Linien durchzogen wurde sein helles Licht erfüllte die tote Stadt und verstärkte hundertfach ihre düstere Erhabenheit Häuser und Bäume bisher für Atyom nur flache und körperlose Umrisse lebten auf und gewannen an Form Details die zuvor unsichtbar gewesen waren kamen mit einem Mal zum Vorschein unfähig sich zu rühren sah sich Atyom wie verzaubert nach allen Seiten um und unterdrückte ein inneres Beben das ihn plötzlich erfasst hatte erst jetzt begriff er warum die Stimmen der Alten so sehnsichtig geklungen hatten erst jetzt wurde ihm bewusst wie weit sich der Mensch von seinen einstigen Errungenschaften entfernt hatte er glich einem herrlichen Vogel der einst stolz am Himmel gekreist und nun tödlich verwundet auf der Erde gelandet war um sich in einem geschützten Winkel zurückzuziehen um dort leise zu sterben Atyom musste an das Gespräch zwischen Hunter und seinem Stiefvater denken würde der Mensch überleben und selbst wenn wäre er dann noch der gleiche Mensch der einst die Welt unterworfen und beherrscht hatte nun da Atyom selbst einen Eindruck davon bekam aus welcher Höhe die Menschheit in den Abgrund gestürzt war verlor er endgültig seinen Glauben an eine wunderbare Zukunft der Kalinin Prospekt erstreckte sich breit und schnurgerade vor ihm verengte sich in der Ferne bis er sich im Dunkeln auflöste Atyom stand allein da umgeben von den Schatten der Vergangenheit er versuchte sich vorzustellen wie viele Menschen früher Tag und Nacht auf diesen Bürgersteigen unterwegs waren wie viele Autos mit unglaublicher Geschwindigkeit hier vorbeigefahren waren wie freundlich und einladend diese Fenster einst geleuchtet hatten wohin war das alles verschwunden die Welt schien leer und verlassen doch Atyom wusste es war eine Illusion die Welt war weder verlassen noch tot nur waren es jetzt andere die hier herrschten während er noch darüber nachdachte drehte er sich um und blickte zurück in Richtung Bibliothek da waren sie gut 100 Meter entfernt regungslos mitten auf der Straße es waren mindestens fünf Kreaturen sie hatten aufgehört sich zu verstecken aber auch nicht versucht seine Aufmerksamkeit zu wecken wie sie sich so schnell und lautlos hatten nähern können war immer ein Rätsel im Mondlicht konnte er ihren mächtigen Gestalten nun deutlich erkennen ihre Hinterbeine waren besonders ausgeprägt ja vielleicht waren sie sogar noch größer als er zu Beginn geglaubt hatte obwohl Atyom ihre Augen auf die Entfernung nicht sehen konnte wusste er genau dass sie ihn noch immer abwartend ansahen und durch die feuchte Luft seine Witterung aufnahmen wahrscheinlich wahrscheinlich war darin ein ihnen bereits bekannter Beigeschmack von Schießpulver enthalten weshalb die Tiere zögerten ihn anzugreifen noch beobachteten sie Atyom und suchten in seinem Verhalten nach Anzeichen von Unsicherheit und Schwäche vielleicht aber begleiteten sie ihn auch nur bis zur Grenze ihres Territoriums und hatten gar nicht vor ihm etwas Böses zu tun woher sollte er wissen wie sich Geschöpfe verhielten die plötzlich allen Gesetzen der Evolution zum Trotz auf der Erde aufgetaucht waren krampfhaft versuchte Atyom die Selbstbeherrschung zu bewahren mit gespielter Ruhe drehte er sich um und ging weiter sah jedoch zur Sicherheit alle paar Schritte über die Schulter zuerst schienen die Kreaturen an Ort und Stelle zu fahren doch dann erfüllten sich seine schlimmsten Befürchtungen sie ließen sich auf alle Viere herab und folgten ihm langsam dabei hielten sie den ursprünglichen Abstand von etwa 100 Metern weiter ein zwar begann Atyom sich an diese seltsame Eskorte zu gewöhnen doch ließ er sie nicht aus den Augen und hielt seine Kalaschnikow breit so gingen sie gemeinsam den leeren, mondbeschiedenen Prospekt entlang vorneweg ein Mensch vorsichtig und angespannt jede halbe Minute innehaltend um sich umzudrehen dahinter fünf oder sechs seltsame Wesen die sich ihm ohne Hass nährten und dann auf den Hinterbeinen niederließen um ihm wieder den ursprünglichen Vorsprung zu gewähren bald allerdings hatte Atyom den Eindruck dass sich der Abstand verkürzte außerdem begannen die Tiere sich nun fächerartig zu verteilen als wollten sie versuchen von der Seite an ihn heranzukommen obwohl er noch nie mit jagenden Raubtieren zu tun gehabt hatte war er sich sicher dass sich seine Verfolger zum Angriff rüsteten es war höchste Zeit zu handeln mit einer heftigen Bewegung warnte er sich um hob das Gewehr und zielte auf eine der dunklen Gestalten diesmal warteten sie nicht mehr darauf dass er sich wieder entfernte sondern näherten sich ihm und bildeten allmählich einen Halbkreis um ihn er musste versuchen sie abzuschrecken bevor sie den Abstand so weit verkürzten dass sie zum Angriff übergehen konnten Atyom hob den Lauf und schoss in die Luft das Donnern heilte von den Wänden der Hochhäuser wieder und ertönte als fernes Escho am anderen Ende des Prospekts klingelnd fiel die Patronenhülse auf den Asphalt ein dumpfes wütendes Brühen ertönte dann stürzten die Kreaturen los innerhalb weniger Sekunden würden sie die kurze Distanz bis zu ihm überwunden haben doch darauf hatte er sich eingestellt er nahm die Bestie die ihm am nächsten war ins Visier gab eine kurze Salve ab und rannte los auf die Häuser zu dem wilden Schreien nach zu urteilen hatte er getroffen ob dies die anderen Tiere zurückhielt oder sie nur noch rassender machte blieb unklar plötzlich ertönte ein neuer Schrei nicht das drohende Brüllen der Bestien sondern ein langgezogenes gellendes Kreichen das einem das Blut in den Adern gefrieren ließ es flog von oben heran und Atyom begriff dass ein neuer Mitspieler auf den Plan getreten war offenbar hatten die Schüsse eines dieser geflügelten Monster angelockt ähnlich dem das sein Nest auf der Kuppel der Kathedrale gebaut hatte ein riesiger Schattenflug feilt schnell über ihn hinweg Atyom warf einen Blick zurück und sah wie die Kreaturen auseinanderstoben nur eines der Tiere offenbar jenes das er verletzt hatte befand sich noch auf der Straße noch immer brüllend vor Schmerz schwankte es auf die Häuser zu um sich ebenfalls dort zu verstecken doch es hatte keine Chance das riesige Monster kreiste ein weiteres Mal in einer Höhe von 30, 40 Metern dann legte es die enormen Flügel an und stürzte auf sein Opfer herab der geflügelte Gigant packte das Tier das ein letztes Mal verzweifelt greichte schwang sich ohne erkennbare Mühe mit der Beute in die Luft und trug sie auf das Dach eines der Hochhäuser noch wagten sich die Verfolger nicht aus ihren Verstecken offenbar befürchteten sie das geflügelte Monster könne wieder zurückkommen Atyom hingegen hatte nichts zu verlieren gegen die Häuserwände gedrückt rannte er weiter dorthin wo sich seiner Berechnung nach der Gartenringe befinden musste fast einen halben Kilometer legte er so zurück bevor er Atem holen musste und sich umdrehte um zu kontrollieren ob sich die Jäger wieder vorgetraut hatten der Prospekt war leer nach einigen wenigen Metern jedoch traf Atyom auf eine Seitenstraße er sah um die Ecke und ablegte dieselben unbeweglichen Schatten jetzt begriff er warum diese Kreaturen nur ungern auf offener Straße Beute machten sie fürchteten selbst Opfer noch größerer Räuber zu werden wieder begann Atyom sich beim Laufen ständig umzusehen das Ende des Prospekts war bereits in Sicht als sie erneut die Verfolgung aufnahmen und ihn einzukreisen begannen Atyom schoss ein weiteres Mal in die Luft in der Hoffnung so das geflügelte Ungeheuer erneut anzulocken und die Bestien abzuschrecken diese blieben tatsächlich kurz auf ihren Hinterbeinen stehen und reckten die Hälse doch der Himmel blieb leer das Monster war offenbar noch nicht mit der ersten Portion fertig Atyom begriff dies früher als seine Verfolger er rannte nach rechts lief um eines der Häuser herum und stürzte in den nächstbesten Eingang Obwohl Melnik ihn gewarnt hatte dass die Häuser bewohnt waren wäre es reiner Wahnsinn gewesen einem so starken und beweglichen Gegner auf offenem Felde entgegenzutreten die Bestien würden Atyom in Stücke reißen noch bevor er sein Gewehr entsichern konnte im Treppenhaus war es dunkel sodass Atyom die Taschenlampe einschalten musste der runde Lichtfleck ließ eine schäbige Wand erkennen die jemand vor Jahrzehnten mit Unfertigkeiten vollgeschmiert hatte eine völlig verdreckte Treppe sowie eingeschlagene Türen hinter denen demolierte und ausgebrannte Wohnungen zum Vorschein kamen einige Ratten liefen ohne jegliche Scheu umher den Eingang hatte er gut gewählt die Fenster des Treppenhauses gingen auf den Prospekt hinaus und aus einem der oberen Stockwerke konnte er sehen dass die Kreaturen zögerten ihm zu folgen sie hatten sich zwar der Tür genähert doch anstatt hinein zu gehen umringten sie den Eingang richteten sich auf ihren Hinterpfoten auf und erstarrten wieder zu steinernen Statuen Atyom war überzeugt sie würden sich nicht einfach so zurückziehen und ihre Beute entkommen lassen früher oder später würden sie den Versuch machen ihn herauszuholen wenn sich in diesem Treppenhaus nicht ohnehin etwas verbarg was Atyom zur Flucht zwingen würde er stieg ein weiteres Stockwerk hinauf und entdeckte dass eine der Wohnungstüren noch zu war er drückte mit der Schulter dagegen abgesperrt ohne lange nachzudenken hielt er die Mündung seiner Waffe gegen das Schloss drückte ab und stieß dann die Tür mit dem Fuß auf es spielte keine große Rolle in welcher Wohnung er der Belagerung standzuhalten versuchte doch die Gelegenheit die unberührte Behausung von Menschen einer vergangenen Epoche zu sehen wollte er sich nicht entgehen lassen er schlug die Tür hinter sich zu und schob einen im Flur stehenden Schrank davor ernsthaften Widerstand würde diese Barrikade zwar nicht bieten aber er würde es zumindest merken wenn jemand sie zu überwinden versuchte dann trat Atyom ans Fenster und blickte vorsichtig nach draußen er hatte eine fast perfekte Schussposition aus dem dritten Stock hatte er den Eingang und die etwa 10 Tiere die nun im Halbkreis davor saßen gut im Blick nun war er im Vorteil und er zögerte nicht dies auszunutzen er schaltete die Laserzielvorrichtung ein richtete den roten Punkt auf den Kopf der größten Bestie atmete aus und drückte ab eine kurze Salve knatterte los und das Tier sagte lautlos zur Seite blitzartig rannten die anderen auseinander und einen Augenblick später war die Straße leer Atyom beschloss eine Weile zu warten und später nachzusehen ob der Tod ihres Artgenossen die anderen tatsächlich verjagt hatte in jedem Fall blieb ihm etwas Zeit die Wohnung zu untersuchen obwohl die Fenster im gesamten Haus schon seit langem zerbrochen waren waren die Möbel und überhaupt die gesamte Einrichtung erstaunlich gut erhalten auf dem Boden lagen kleine Klümpchen die ihn an das Rattengift erinnerten das an der WDN-Ra verwendet wurde womöglich war es das auch denn Atyom entdeckte in den Zimmern nicht eine einzige Ratte je länger er durch die Wohnung ging desto mehr gelangte er zu der Überzeugung dass die Bewohner genügend Zeit gehabt hatten sie geordnet zu verlassen sie hatten alles sorgsam konserviert um vielleicht eines Tages wieder zurückzukehren die Zimmer waren in perfekter Ordnung in der Küche hatte man keinerlei Lebensmittel zurückgelassen die Nagetiere oder Insekten hätten anlocken können und ein Großteil der Möbel war in Plastik eingehüllt während er von einem Zimmer ins andere ging versuchte Atyom sich den Alltag der Bewohner vorzustellen wie viele Menschen hatten ihr gelebt um wieviel Uhr waren sie aufgestanden waren der Arbeit zurückgekommen hatten zu Abend gegessen wer hatte am Kopfende des Tisches gesessen von vielen Ritualen und Gegenständen der damaligen Zeit hatte er nur in Büchern gelesen jetzt da er zum ersten Mal eine echte Wohnung sah musste er sich eingestehen dass er sich ein völlig falsches Bild gemacht hatte er hob die halbtransparente Plastikfolie vor dem Bücherregal an neben einigen Kriminalromanen die er von den Büchertischen in der Metro kannte gab es dort auch bunte Kinderbücher eines davon fasste er am Rücken und zog es vorsichtig heraus als er die mit fröhlichen Tierbildern illustrierten Seiten durchblätterte fiel aus dem Buch ein festes Stück Papier heraus Atyom bückte sich und hob es auf es war ein verblastetes Foto einer lächelnden Frau die einen kleinen Jungen auf dem Arm hatte Atyom erstarrte und sein Herz das eben noch gleichmäßig das Blut durch den Körper gepumpt hatte schlug jetzt wie wild er verspürte das dringende Verlangen die enge Gasmaske abzusetzen um frische Luft zu schnappen vorsichtig als fürchte er, dass das Bild zu Staub zerfallen könnte wenn er es berührte hielt er es näher an das Gesicht die Frau war vielleicht 30 Jahre alt der Junge auf ihrem Arm höchstens zwei er hatte eine lustige Mütze auf so dass Atyom sich nicht sicher war ob es sich tatsächlich um einen Jungen oder nicht vielleicht doch um ein Mädchen handelte das Kind blickte direkt in die Kamera dabei kam es ihm erstaunlich ernst und erwachsen vor als Atyom das Foto umdrehte verschwamm ihm alles vor den Augen auf die Rückseite hatte jemand mit blauem Kugelschreiber geschrieben Atyomka zwei Jahre und fünf Monate es war als hätte man einen Stab aus ihm herausgezogen seine Knie wurden weich er musste sich auf den Boden setzen er hielt das Foto ins Mondlicht das vom Fenster hereinfiel warum kam ihm das Lächeln der Frau so bekannt vor warum hatte ihm ihr Anblick sofort den Atem geraubt bevor die Stadt ausgestorben war hatten über zehn Millionen Menschen darin gelebt Atyom war zwar kein besonders häufiger Name aber in einer solchen Millionenstadt hatten sicher einige zehntausend Kinder dieses Namens gelebt das war die gesamte jetzige Bevölkerung der Metro die Chance war verschwindend gering aber warum machte das Lächeln der Frau einen so vertrauten Eindruck er versuchte sich jene bruchstückhaften Kindheitserinnerungen ins Gedächtnis zu rufen die manchmal für Sekunden vor seinem inneren Auge aufblitzten oder in seinen Träumen auftauchten ein heimeliges kleines Zimmer sanftes Licht eine Frau die ein Buch las eine breite Liege er sprang auf und wirbelte durch die Zimmer auf die Suche nach der Einrichtung der seinem Traum entsprach und tatsächlich einen Augenblick lang schien es ihm dass in einem der Zimmer die Möbel in vertrauter Weise angeordnet waren das Sofa sah etwas anders aus und das Fenster war an einer anderen Stelle aber was machte das schon schließlich konnte sich dieses Bild im Bewusstsein eines dreijährigen Kindes auch verzerrt eingeprägt haben eines dreijährigen auf dem Foto war ein anderes Alter angegeben doch auch das hatte nichts zu bedeuten es stand ja kein Datum daneben das Bild konnte zu jedem Zeitpunkt entstanden sein nicht unbedingt erst wenige Tage bevor die Familie die Wohnung für immer hatte verlassen müssen vielleicht ein halbes Jahr oder sogar ein ganzes Jahr davor dann stimmte das Alter des Jungen auf dem Foto mit seinem überein und die Wahrscheinlichkeit dass er selbst mit seiner Mutter auf dem Foto abgebildet war wäre dann ungleich höher aber das Foto konnte auch drei oder fünf Jahre zuvor entstanden sein ja auch das war möglich dann kam ihm ein anderer Gedanke er riss die Tür zum Badezimmer auf pflegte sich um und fand endlich das was er gesucht hatte der Spiegel war mit einer so dicken Staubschicht bedeckt dass nicht einmal das Licht der Taschenlampe darin zu sehen war mit einem Handtuch das die Bewohner an einem Haken zurückgelassen hatten rieb er eine Stelle frei durch dieses Loch erblickte er im Schein der Taschenlampe sein Spiegelbild mit Gasmaske und Helm das hagere ausgemerkelte Gesicht war hinter der Kunststoffmaske nicht zu sehen doch kam es ihm so vor als ähnelten seine dunklen tief eingesunkenen Augen denen des Jungen Artyom hielt sich das Foto vor das Gesicht betrachtete aufmerksam die Züge des Jungen und blickte dann wieder in den Spiegel erneut leuchtete er den Abzug an und verglich ihn nochmals mit dem Gesicht hinter der Gasmaske er versuchte sich daran zu erinnern wie es das letzte Mal ausgesehen hatte als er vor dem Spiegel gestanden war wann war das gewesen kurz vor seinem Aufbruch an der WDR doch wie viel Zeit war seither vergangen nachdem was er von seinem Gesicht im Spiegel erkennen konnte mussten es Jahre gewesen sein wenn er doch diese verdammte Maske abnehmen könnte natürlich veränderten sich Menschen oft bis zur Unkenntlichkeit doch bewahrte jedes Gesicht zumindest etwas was an die fernen Jahre der Kindheit erinnerte es blieb nur eines zur WDR zurückkehren und zu Hoy zu fragen ob die Frau auf diesem Stück Papier jener Person ähnelte die ihm vor vielen Jahren im Angesicht des Untergangs ihrer Station das Leben ihres Kindes in die Hände gelegt hatte Atyoms Mutter So Hoy würde sie erkennen er hatte ein professionelles Gedächtnis er würde sagen können ob sie die Frau auf dem Foto war oder nicht noch einmal betrachtete Atyom das Bild dann streichelte er mit einer Zärtlichkeit die ihn selbst überraschte das Gesicht der Frau legte das Foto zurück in das Buch und steckte dieses in seinen Rucksack seltsam dachte er erst vor ein paar Stunden hatte er sich im größten Wissensspeicher des Kontinents befunden und hatte aus Millionen unterschiedlicher zum Teil unglaublich kostbarer Bücher die freie Auswahl gehabt doch hatte er sie weiter auf den Regalen verstauben lassen ja nicht einmal der Gedanke war ihm gekommen sich an den Schätzen der Bibliothek zu bereichern stattdessen steckte er nun ein ganz einfaches Bilderbuch ein und fühlte sich doch so als hätte er den größten aller irdischen Schätze gefunden er ging in den Flur zurück um weitere Bücher aus dem Regal durchzublättern und vielleicht in den Schränken nach Fotoalben zu suchen doch als er zum Fenster blickte bemerkte er dort eine Veränderung eine leichte Unruhe ergriff ihn etwas stimmte nicht er trat näher heran und begriff die Nacht hatte eine andere Farbe bekommen ein gelb-roser Ton hatte sich in das Grau gemischt es wurde allmählich hell die Tiere hatten sich wieder vor dem Eingang versammelt wagten sich jedoch nicht hinein der Kadaver ihres Artgenossen war nirgends zu sehen vielleicht hatte ihn das geflügelte Monster fortgeschafft oder sie hatten ihn selbst in Stücke gerissen Artjom verstand nicht was sie davon abhielt die Wohnung zu erstürmen auch wenn es ihm natürlich nur recht war würde er es noch vor Sonnenaufgang bis zu Smolenskaya schaffen und würde er seine Verfolge abhängen können natürlich konnte er auch einfach in der verbarrikadierten Wohnung bleiben vor den Sonnenstrahlen würde er sich ins Badezimmer zurückziehen dort konnte er abwarten bis die Helligkeit die Räuber vertrieben hatte und mit Einbruch der Dunkelheit seinen Weg fortsetzen doch wie lange würde sein Schutzanzug halten und wie lange reichte der Filter seiner Gasmaske und was würde Mänik unternehmen wenn er nicht zur rechten Zeit am vereinbarten Ort antraf Artjom trat an die Wohnungstür und horchte Stille vorsichtig schob er den Schrank beiseite und öffnete langsam die Tür auf dem Treppenabsatz war niemand doch als er mit der Taschenlampe die Treppe absuchte bemerkte er etwas was vorher nicht da gewesen war oder hatte er einfach nicht darauf geachtet eine dicke Schleimschicht bedeckte die Stufen es sah so aus als wäre jemand soeben dort entlang gekrochen zum Glück lief die Spur in der Wohnungstür hinter der sich Artjom die ganze Zeit befunden hatte vorbei doch das war nur ein geringer Trost auch dieses Haus war also nicht so leer wie er gedacht hatte schlagartig war Artjom die Lust vergangen noch weiter in der Wohnung zu bleiben oder gar zu schlafen er hatte nur eine Möglichkeit er musste die hungrigen Bestien verjagen und versuchen die Smolenskaya zu erreichen und das bevor ihm die Sonne die Augen ausbrannte und jene Ungeheuer weckte von denen Melnik gesprochen hatte diesmal zielte er nicht sorgfältig sondern versuchte einfach nur so viele Tiere wie möglich zu treffen zwei von ihnen brüllten auf und fielen zu Boden die anderen verschwanden in den Gassen der Weg schien frei zu sein Artjom stürzte die Treppe hinunter und blickte vorsichtig aus der Tür ob nicht jemand im Hinterhalt auf ihn lauerte dann rannte er so schnell er nur konnte auf den Gartenring zu was musste das erst für ein furchtbarer Dschungel sein dachte er wenn sich selbst die dünnen Baumstreifen an der Abatzkaya in ein derart düsteres Gestrüpp verwandelt hatten ganz zu schweigen vom Botanischen Garten und all den Dingen die dort herangewachsen waren während sich seine Verfolger wieder sammelten hatte Artjom sich einen kleinen Vorsprung erarbeitet und war fast am Ende des Prospekts angelangt es wurde immer heller doch diese Tiere waren gegen Sonnenstrahlen offenbar unempfindlich in zwei Gruppen huschten sie an den Häusern entlang und verkürzten mit jeder Sekunde den Abstand hier auf offenem Feld waren sie im Vorteil denn Artjom hätte stehen bleiben müssen um richtig auf sie zu zielen außerdem bewegten sie sich auf vier Beinen vorwärts so dass sie nur knapp einen Meter in die Höhe ragten ja oft kaum zu erkennen waren und so schnell Artjom auch zu laufen versuchte der Schutzanzug der Rucksack die zwei Gewehre und die Erschöpfung nach dieser scheinbar endlosen Nacht machten sich mit jedem Schritt deutlicher bemerkbar schon bald würden ihn diese rasend schnellen Tiere einholen und ihr Vorhaben zu Ende bringen er musste an den flüchtigen Anblick der hässlichen riesigen Kadaver denken die in ihrem eigenen Blut vor dem Eingang gelegen hatten glänzendes dunkelbraunes Fell ein riesiger runder Kopf und ein Maul das mit Dutzenden kleiner scharfer Zähne gespickt war wie es schien in mehreren Reihen er kannte kein einziges Tier das sich durch radioaktive Strahlung in derartige Kreaturen hätte verwandeln können zum Glück gab es auf dem Gartenring sofern er das war keine Bäume dies hier war nur eine sehr breite Straße die sich nach rechts und links erstreckte so weit das Auge reichte bevor Artyom weiter rannte feuerte er ohne hinzusehen eine weitere Ladung auf die Bestien ab sie waren nun schon auf 50 Meter herangekommen wieder hatten sie sich im Halbkreis um ihn verteilt so dass zwei von ihnen fast gleich auf mit ihm liefen auf dem Gartenring musste Artyom zwischen einigen 5 bis 6 Meter tiefen Kratern hindurchlaufen und an einer Stelle einen großen Umweg um einen tiefen Spalt in der Fahrbahn machen die Häuser hier sahen seltsam aus nicht ausgebrannt eher geschmolzen hier schien etwas besonderes geschehen zu sein und dieser Stadtteil war offenbar wesentlich stärker getroffen worden als der Kalinin Prospekt als majestätische und zugleich düstere Kulisse dieser beunruhigenden Landschaft erhob sich in einiger Entfernung ein riesiges mehrere hundert Meter hohes Gebäude es glich einem mittelalterlichen Schloss und hatte scheinbar unbeschadet alle Angriffe sowie den Zahn der Zeit überstanden als Artyom einen hastigen Blick hinauf warf entfuhr ihm ein Seufzer der Erleichterung über dem Schloss kreiste ein furchteinflößender Schatten das konnte die Rettung für ihn sein Er musste nur Aufmerksamkeit erregen und der Schatten würde seinen Verfolgern den Chaos machen Mit einer Hand hob Artyom das Gewehr richtete den Lauf auf das geflügelte Ungeheuer und drückte ab nichts geschah das Magazin war leer das Reservegewehr im Laufen vom Rücke nach vorne zu bringen war ein Ding der Unmöglichkeit also tauchte Artyom in eine der Seitenstraßen ein lehnte sich an die Wand und wechselte die Waffe nun konnte er sich die Biester wenigstens vom Leib halten bis das andere Magazin auch leer war das erste Tier kam bereits um die Ecke setzte sich mit der typischen Bewegung auf die Hinterbeine und richtete sich zu seiner vollen Größe auf dreist war es nun so nah herangekommen dass Artyom in kleinen unter massiven Knochenbögen verborgenen Augen ein böses grünes Feuer lodern sah eine Art Widerschein jener geheimnisvollen Flamme im Park Daniela Skalaschnikow hatte keine Laserzielvorrichtung doch auf diese Entfernung würde Artyom wohl kaum daneben schießen ruhig nahm er die reglose Bestie ins Visier hielt das Gewehr fest an die Schulter und drückte auf den Abzug dieser hatte etwa die Hälfte des Weges zurückgelegt als die Mechanik blockierte offenbar klemmte der Verschluss was war passiert hatte er etwa die Gewehre in der Eile verwechselt nein seine Waffe hatte doch den Laser Artyom versuchte neu durchzuladen vergeblich in seinem Kopf wirbelten die Gedanken umher Daniela die Bibliothekare deswegen hatten sie ihn so leicht überwältigt sein Gewehr hatte nicht funktioniert Artyom sah vor sich wie Daniela krampfhaft an dem Verschlusshebel riss während der Bibliothekar ihn nach hinten zwischen die Regale zog neben der ersten Bestie waren nun völlig lautlos zwei weitere erschienen sie betrachteten Artyom aufmerksam der noch immer verzweifelt an Danielas Waffe herumhantierte dann zogen sie ihre Schlüsse das erste Tier offenbar der Anführer machte einen großen Satz und landete fünf Meter von Artyom entfernt in diesem Augenblick flog ein riesiger Schatten über Seen weg woraufhin sich die Tiere duckten und nach oben sahen Artyom nutzte diesen Moment der Verwirrung und stürzte durch den nächsten Torbogen erhegte keine Hoffnung mehr lebend aus dieser Klemme herauszukommen sondern es war reiner Instinkt der in den Moment des Todes so weit wie möglich hinauszögern ließ hier in diesen Hintergassen hatte er nicht die geringste Chance aber der Weg zurück auf den Gartenring war nun abgeschnitten er fand sich in einem leeren quadratischen Hof wieder in den umgrenzenden Häuserwänden sah er weitere Bögen und Durchgänge und hinter einem der Gebäude ragte jenes düsteres Schloss auf das ihn bereits auf der Ringstraße in seinen Bann gezogen hatte doch Artyom riss sich von diesem Anblick los denn auf dem Gebäude gegenüber las er die Aufschrift Moskauer W.I. Lenin Untergrundbahn und darunter Stations Molenskaya die großen Eichentüren standen leicht offen wie er diesmal davon kam grenzte an ein Wunder es musste eine seltsame Mischung gewesen sein aus Intuition und dem Gefühl eines leichten Luftstroms das dem Raubtier voraus lief während es auf sein Opfer zustürzte die Bestie landete einen halben Meter neben ihm Artyom klitt zur Seite und rannte mit letzter Kraft auf den Metroeingang zu dort war er zu Hause dort unter der Erde war sein Reich war er der Herr der Lage die Eingangshalle des Molenskaya sah genau so aus wie es sich Artyom vorgestellt hatte dunkel feucht und leer es war erkennbar dass die Menschen von hier aus oft an die Oberfläche gingen die Kassenschalter und Diensträume standen offen und waren leer geräumt alles was auch nur irgendeinen Wert hatte war schon vor vielen Jahren unter die Erde gewandert von den Drehkreuzen und dem Häusern der Dienstaufsicht waren nur noch die Betonfassungen übrig hinten war das halbrunde Gewölbe des Tunnels zu sehen in dem die Rolltreppen in die Tiefe hinab tauchten der Strahl von Artyoms Lampe verlor sich irgendwo auf halbem Wege und so konnte er nicht sicher feststellen ob sich am Ende tatsächlich der Eingang zur Station befand doch die Biester waren ihm bereits in die Eingangshalle gefolgt das erkannte er am Quietschen der Türen in wenigen Augenblicken konnten sie bei den Treppen sein und sein winziger Vorsprung wäre dahin ungelenkt begann er mit seinen dicken Stiefeln die wackeligen geriffelten Stufen hinab zu laufen er versuchte mehrere Stufen auf einmal zu nehmen doch plötzlich kam sein Fuß zu weit vorne auf der glatten Oberfläche auf und er donnerte hinunter und schlug mit dem Genick auf die Kante erst nachdem er mit Helm und Hintern in ein gutes Dutzend Stufen abgezählt hatte kam er zum Stillstand mit der Taschenlampe leuchtete er nach oben welch kurze Strecke er es zurückgelegt hatte und erblickte was er befürchtet hatte reglose dunkle Gestalten sahen auf ihn herab wie gewohnt prüften sie vor dem Angriff die Lage oder berieten sich lautlos miteinander Artyom rappelte sich auf und lief weiter weder versuchte er zwei Stufen auf einmal zu nehmen was ihm dieses Mal schon besser gelang er glitt mit der rechten Hand den Gummilauf entlang hielt in der linken die Taschenlampe und lief so etwa 20 Sekunden lang hinab bis er erneut stolperte von hinten erklang ein schweres Poltern die Tiere hatten sich entschlossen Artyom hoffte inständig die alten Stufen die bereits unter seinem Gewicht kläglich quietschten würden unter der Masse seiner Verfolger einfach einbrechen doch das lauter werdende Stampfen ließ nichts Gutes ahnen im Schein der Taschenlampe erkannte er eine Ziegelmauer mit einer großen Tür in der Mitte mühsam erhob sich Artyom und legte das letzte Stück in 15 Sekunden zurück die sich wie eine Ewigkeit hinzogen die Tür bestand aus Stahlblech und tönte wie eine Glocke unter seinen Faustschlägen Artyom trommelte aus Leibeskräften dagegen getrieben von den immer näher kommenden Schatten die er in dem Halbdunkel undeutlich erkannte erst nach ein paar Sekunden begriff er welchen Fehler er soeben begangen hatte und das Blut gefror ihm in den Adern anstatt den vereinbarten Code zu übermitteln hatte er die Wachen aufgeschreckt nun würden diese ihm unter keinen Umständen öffnen man konnte ja nie wissen wer von dort oben alles in die Metro eindringen wollte wie ging das Signal nochmal dreimal kurz einmal lang dreimal kurz nein das war doch SOS es waren sicher drei am Anfang und drei am Ende gewesen aber ob lang oder kurz das wusste Artyom nicht mehr wenn er jetzt zu experimentieren begann konnte er es gleich nicht vergessen dann lieber SOS zumindest begriff die Wache dann dass sich auf der anderen Seite ein Mensch befand Artyom donnerte nochmals gegen die Stahltür zog das andere Gewehr von der Schulter und steckte mit zitternden Fingern Danielas Magazin hinein dann hielt er die Taschenlampe gegen den Lauf der Waffe und leuchtete nervös das Gewölbe hinauf die langen Schatten der verbliebenen Lampenständer überlagerten sich im Schein des Lichtstrahls und Artyom war sich nicht sicher ob sich dahinter nicht irgendwo eine dunkle Gestalt verbarg jenseits der Stahltür herrschte immer noch absolute Stille mein Gott dachte Artyom war dies etwa die falsche Smolenskaya vielleicht war dieser Eingang schon vor Jahrzehnten versiegelt worden weil ihn niemand mehr benutzte schließlich war er nicht Mannix Anweisungen gefolgt sondern völlig zufällig hier angekommen womöglich hatte er sich geirrt in nächster Nähe vielleicht 15 Meter entfernt knarzte eine Stufe Artyom verlor die Beherrschung und feuerte blind links in die Richtung aus der das Geräusch gekommen war das Echo schmerzte ihm in den Ohren dann wanderte es die Treppe hinauf zur Oberfläche doch nichts folgte was dem Brühen einer verwundeten Bestie ähnelte die Kugeln waren ins Leere gegangen ohne den Blick abzuwenden drückte sich Artyom gegen die Tür und hämmerte an heute mit der Faust dagegen dreimal kurz einmal lang dreimal kurz plötzlich vernahm er ein schweres metallisches Knirschen auf der anderen Seite und genau in diesem Moment flog aus der Dunkelheit die Gestalt eines der Raubtiere mit rasender Geschwindigkeit auf ihn zu das Gewehr hielt Artyom in der rechten Hand und den Abzug drückte er fast zufällig als er instinktiv zurückzuckte der Impuls der Kugeln drehte den Körper der Kreatur in der Luft und anstatt ihm an die Kehle zu springen brach sie zwei Meter vor ihm zusammen doch im nächsten Moment erhob sie sich wieder schwankte kurz dann sprang sie erneut und rammte Artyom gegen die kalte Stahltür doch da hatte Artyom ja schon seine letzte Kugel in den Kopf gejagt und am Ende ihres Sprunges war die Bestie bereits tot die Wucht allerdings mit der sie gegen Artyom prallte hätte ausgereicht in den Schädel zu brechen wäre da nicht sein Helm gewesen die Tür öffnete sich und helles Licht schlug heraus von den Rolltreppen aus ertönte ängstliches Brüllen dem Klang nach zu urteilen befanden sich dort mindestens fünf dieser Tiere kräftige Hände packten Artyom am Kragen und zogen ihn hinter die Mauer dann ertönte erneut ein metallisches Scheppern jemand schloss die Tür und schob den Riegel vor unverletzt fragte eine Stimme neben ihm hast du gesehen wen er da mitgebracht hat fragte eine andere Stimme letztes Mal sind wir sie gerade noch losgeworden und das nur mit Gas das hätte uns noch gefehlt dass wir sich an der Smolenskai einnisten die Arbeitskai erreicht uns schon möglich wäre es sie mögen Männchenfleisch lasst ihn er gehört zu mir Artyom rei Artyom wach schon auf die dritte Stimme kam Artyom bekannt vor er öffnete mit Mühe die Augen drei Männer beugten sich über ihn zwei davon wahrscheinlich die Torwäschter trugen graue Jacken und Wollmützen und hatten kugelsichere Westen an in dem dritten erkannte Artyom zu seiner Erleichterung Männchen ach das ist er also sagte einer der Wächter etwas enttäuscht na dann nehmen sie ihn mit aber vergessen sie nicht er kommt erstmal in Quarantäne und muss dekontaminiert werden danke für die Nachhilfestunde erwiderte der Stalker grinsend und reichte Artyom die Hand steh auf Artyom du warst ziemlich lange unterwegs Artyom versuchte sich aufzurappeln aber seine Beine versagten ihm der Dienst alles drehte sich verschwamm vor seinen Augen ihm wurde schlecht er muss ins Lazarett befahl Melnick während ihn der Arzt untersuchte besah sich Artyom die weißen Karren an den Wänden des Operationssaals der ganze Raum glänzte ein scharfer Chlorgeruch erfüllte den Raum von der Decke hingen gleich mehrere Tageslichtlampen herab auch Operationstische gab es mehrere und neben jedem hing ein Kasten mit gebrauchsfertigen Instrumenten die Ausstattung dieses kleinen Krankenhauses war beeindruckend doch Artyom begriff nicht warum es sich ausgerechnet an der Smolenskaya befand die doch soweit er sich erinnerte eine friedliche Station war zum Glück nichts gebrochen nur ein paar Prehlungen konstatierte der Arzt und trocknete sich die Hände an einem sauberen Handtuch ab die Kratzer haben wir zur Sicherheit desinfiziert würden sie uns kurz allein lassen wir müssen etwas unter vier Augen besprechen der Arzt nickte verständnisvoll und ging hinaus darauf setzte sich der Stalker auf den Rand von Artyoms Liege und forderte ihn auf alles genauestens zu erzählen Melnicks Berechnung nach hätte Artyom zwei Stunden früher an der Smolenskaya auftauchen sollen und er war drauf und dran gewesen nach oben zu gehen und nach ihm zu suchen die Geschichte mit Artyoms verfolgern hörte er sich bis zum Ende an jedoch ohne großes Interesse die fliegenden Ungeheuer bezeichnete er mit dem wissenschaftlich klingenden Wort Pterodactylus wirklich beeindruckt zeigte er sich lediglich von der Episode im Treppenhaus als Artyom die Vermutung äußerte etwas sei die Treppe entlang gekrochen während er in der Wohnung aussah runzelte der Stalker die Stirn und schüttelte den Kopf bist du sicher dass du in den Schleim auf der Treppe nicht hineingetreten bist Gott bewahre dass wir diesen Dreck hier auf der Station verteilen ich habe dir doch gesagt dass du die Häuser vermeiden sollst du kannst von Glück reden dass es dich nicht in deiner Wohnung besucht hat Mänik erhob sich ging zu Artyoms Stiefeln die neben dem Eingang standen und besah sich jede Sohle genau offenbar konnte er nichts verdächtiges entdecken und stellte sie wieder zurück wie ich schon sagte in die Polis führt für dich kein Weg zurück denn Brachmannen muss dir eine hübsche Geschichte auftischen sie glauben jetzt dass ihr beide in der Bibliothek verschwunden seid und ich losgegangen bin um euch zu suchen was ist eigentlich genau passiert Artyom erzählte noch einmal die ganze Geschichte von Anfang bis Ende diesmal berichtete er ehrlich wie Danila zu Tode gekommen war erneut verfensterte sich das Gesicht des Stalkers dieses Ende behältst du besser für dich ehrlich gesagt mir hat die erste Version wesentlich besser gefallen die zweite würde bei den Brachmannen zu viele Fragen aufwerfen du hast einen von ihnen umgebracht das Buch nicht gefunden und die Belohnung trotzdem eingesteckt er sah Artyom misstrauisch an ach ja was war das eigentlich Artyom stützte sich auf den Ellbogen und holte aus seiner Tasche die mit getrocknetem Blut befleckte Tüte er blickte wenig aufmerksam an und öffnete dann den Umschlag Kapitel 15 der Plan ein doppelt gefaltetes Stück Papier herausgerissen aus einem Schulheft und ein Karton auf dem mit Bleistift einige Tunnel skizziert waren auf dem Weg zur Smolenskaya hatte Artyom keinen Gedanken daran verschwendet was sich in Danielas Tüte befand worin die Lösung dieses doch offenbar unlösbaren Problems bestand wie man das Damoklesschwert jener unfassbaren unerbittlichen Bedrohung von der WDN-Ra und der gesamten Metro abwenden konnte in der Mitte des Blattes mit den Erklärungen hatte sich ein rotbrauner Fleck ausgebreitet das Blut des Brachmanen Artyom musste es erst etwas anfeuchten um es auseinanderfalten zu können ohne die winzige Schrift zu beschädigen Teil Nummer Tunnel D6 unversehrte Anlagen bis zu 400.000 Quadratmeter Smierz Defekt Unvorhergesehene Vor Aufregung Vor Aufregung hüpften die Worte vor Artyoms Augen hin und her so dass er überhaupt nichts verstand Schließlich gab er es auf sie zu einem sinnvollen Text zusammenzufügen und reichte den Briefmelnik Dieser nahm das Papier vorsichtig entgegen und heftete seinen Blick auf die Buchstaben Eine Zeit lang sagte er gar nichts doch dann wanderten seine Augenbrauen ungläubig nach oben Das ist unmöglich flüsterte er Eine glatte Lüge Das wäre ihnen doch niemals entgangen Er drehte das Blatt um betrachtete es von der anderen Seite Sie haben es für sich behalten und den Offizieren kein Wort gesagt kein Wunder sonst hätten die wieder mit ihren alten Geschichten angefangen Aber sollte es ihnen wirklich entgangen sein Defekt Na gut Das wäre schon möglich Das heißt Sie haben es geglaubt Artyom der die ganze Zeit über auf eine Erklärung gewartet hatte platzte mit der Frage heraus Kann uns das denn helfen? Der Stalker nickte Wenn das was hier steht wahr ist so gibt es zumindest eine Chance Worum geht es? Ich verstehe nicht Mänik antwortete nicht gleich Wieder las er den Brief von vorn bis hinten durch und dachte einige Sekunden nach und begann schließlich zu erzählen Ich habe davon Ich habe davon früher schon einmal gehört Eine der tausenden von Legenden in der Metro wie die über die Universität den Kreml die Polis Man weiß ja nie was wahr ist und was sich einer am Lagerfeuer an der Plotstadt Elysia ausgedacht hat Genauso ist das mit dieser Geschichte Jedenfalls hat man sich immer erzählt dass es irgendwo in Moskau oder in der Nähe von Moskau noch eine unversehrte Raketenbasis gibt Natürlich ist das eigentlich völlig unmöglich Militärische Objekte sind immer das Hauptziel eines Angriffs Aber angeblich haben sie diese Basis nicht mehr geschafft Sie übersehen oder aber auch einfach vergessen Jedenfalls ist sie komplett unberührt geblieben Irgendjemand soll sogar mal dort gewesen sein und sie sich angesehen haben Den Gerichten zufolge stehen da komplett die Startanlagen in großen Hallen nagelneu und verpackt In der Metro sind sie natürlich nicht zu gebrauchen Schließlich würde man in dieser Tiefe sowieso an keinen Feind rankommen Artyom blickte den Stalker erstaunt an und ließ seine Beine von der Liege herabhängen Und was haben die Raketen mit unserem Problem zu tun? Die Schwarzen greifen die WDN-R vom Botanischen Garten aus an Ranter vermutete, dass sie dort irgendwo in die Metro eindringen Also wäre es doch logisch, dass sie dort auch leben Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten Entweder befindet sich der Ort, wo sie alle herkommen Das Wespennest sozusagen nicht weit von einem Eingang der Metro entfernt Oder es gibt dieses Nest nicht und die Schwarzen kommen von weit draußen in die Stadt Aber warum hat man sie dann nirgends sonst bemerkt? Unlogisch Obwohl, vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit Jedenfalls sieht die Situation so aus Wenn sie von außerhalb der Stadt kommen können wir gegen sie ohnehin nichts unternehmen Angenommen wir sprengen die Tunnel der WDN-R oder meinetwegen sogar hinter dem Prospekt Mira So werden sie früher oder später neue Eingänge finden Wir könnten uns dann nur noch in der Metro verbarrikadieren und alles durchmachen Dann müssten wir aber auch die Hoffnung aufgeben Jemals wieder nach oben zu kommen und hätten nur noch unsere Schweine und Pilze Als Stalker sage ich dir Lange würden wir das nicht durchhalten Aber wenn sie irgendwo eine große Brutstätte haben und diese sich in der Nähe befindet wovon Hunter ausging Atiom dämmerte es Raketen Zwölf Streubomben-Gefechtsköpfe mit Splitter- und Sprengmunition haben einen Wirkungsradius von bis zu 400.000 Quadratmetern las Melnick vor und blickte Atiom an Nur wenige Raketen salven dieser Art würden genügen und vom Botanischen Garten oder wo auch immer sie leben wären nur noch Asche übrig Aber sie sagen doch, dass das Legenden sind Der Stalker winkte mit dem Blatt Papier Die Brachmanen behaupten das Gegenteil Hier wird sogar beschrieben wie man zu diesem Gefällsstand kommt Allerdings steht dort auch dass die Anlagen teilweise defekt sind Und wie kommt man dort hin? D6 Hier wird D6 erwähnt Die Metro 2 Sie beschreiben die Lage eines der Eingänge und behaupten, dass der Tunnel von dort unter anderem auch zu dieser Basis führt Allerdings schreiten sie auch dass bei dem Versuch in die Metro 2 zu gelangen unvorhergesehene Hindernisse auftreten können Atiom musste an ein Gespräch denken das vor langer Zeit jedenfalls schien es ihm sehr lange stattgefunden hatte Die unsichtbaren Beobachter Melanie grunzelte die Stirn Das mit den Beobachtern ist unsinniges Geschwätz Die Raketenbasis war doch auch nur eine Legende Das bleibt sie bis ich sie selbst gesehen habe Und wo ist der Eingang zu dieser Metro 2? Hier steht an der Mayakovskaya Komisch Obwohl ich schon so oft an dieser Station war Hab ich noch nie etwas derartiges gehört Und was tun wir jetzt? Du isst jetzt erstmal was und ruhst dich aus Und ich denke einst Weile nach Morgen reden wir weiter Komm jetzt Als Melnick von Essen sprach bemerkte Atiom wie groß sein Hunger war Er sprang auf den kalten Kachelboden und wollte schon zu seinen Stiefeln humpeln Doch der Stalker hielte mit einer Handbewegung auf Lass deine Stiefel und deine Anziehsachen rier Du alles in diese Kiste Die Sachen werden gereinigt und dekontaminiert Auch dein Rucksack muss kontrolliert werden Dort auf dem Stuhl ringen eine Rose und eine Jacke Zieh die einst Wallen an Die Smolenskaya machte mit ihrer niedrigen Decke den engen bogenförmigen Durchgängen und der ehemals weißen Marmorverkleidung auf den mächtigen Mauern einen düsteren Eindruck Selbst die klassizistischen Plenzsäulen zu beiden Seiten der Rundbögen und die recht gut erhaltenen Stückverzierungen im oberen Teil der Wände verstärkten nur noch dieses Bild Die Station kam Adyom vor wie eine seit langem belagerte Zitadelle und das spartanische Dekor mit dem sie von ihren Verteidigern nach eigenem Gutdünken ausgestattet worden war ließ sie nur noch finsterer aussehen Die doppelte Betonwand mit den massiven Stahltüren zu beiden Seiten des hermetischen Tors die mächtigen Gefechtsstände vor den Eingängen zu den Tunneln all das machte deutlich, dass die Bewohner dieser Station offenbar allen Grund hatten sich um ihre Sicherheit zu sorgen es gab kaum Frauen hier und die Männer, die Adyom sah, waren alle bewaffnet Als er Melnik danach fragte bewegte dieser nur unbestimmt den Kopf und sagte, er könne hier nichts Ungewöhnliches erkennen Doch Adyom wurde diese seltsame Anspannung einfach nicht los Alle schienen hier auf etwas zu warten und dieses Gefühl übertrug sich auf ihn Die Zelte standen in einer Reihe in der Mitte des Saals und sämtliche Böden blieben frei als wollte man sie für den Fall einer schnellen Evakuierung nicht blockieren Die Unterkünfte befanden sich ausnahmslos in dem Raum zwischen den Durchgängen sodass man ungehindert von einem Gleis zum anderen sehen konnte und in der Mitte jedes Bahnsteigs, dort wo es zu den Gleisen hinunter ging saß eine ständige Wachmannschaft und ließ die Tunnel zu beiden Seiten nicht aus den Augen Dieser Gesamteindruck wurde durch die auffällige Stille vervollständigt die an dieser Station herrschte Die Menschen sprachen hier leise bisweilen sogar wüsternd miteinander als ob sie fürchteten, ihre Stimmen könnten irgendwelche Geräusche aus den Tunneln übertönen Adyom versuchte sich zu erinnern, was er über die Smolenskaya wusste Gab es hier gefährliche Nachbarn? Nein, auf der anderen Seite führten die Gleise zu hellen, blühenden Pullis dem Herzen der Metro auf der anderen zur Kiewskaya, von der Adyom nur wusste dass sie vor allem von jenen Kaukasiern bewohnt wurde die er in Ketai-Gorod und in den Gefängniszellen der Faschisten an der Pushkinskaya gesehen hatte doch eigentlich waren das ganz normale Menschen, die man nicht zu fürchten brauchte Die Kantene befand sich in dem Zelt ganz in der Mitte Offenbar war die Mittagszeit schon vorüber, denn es saßen nur wenige Menschen an den groben, selbstgezimmerten Tischen Mänik ließ Adyom an einem davon Platz nehmen und kam nach wenigen Minuten mit einer Schüssel zurück in der ein unappetitlicher, grauer Brei dampfte Unter dem aufmunternden Blick des Stalkers überwand sich Adyom einen Löffel zu probieren und legte ihn erst wieder weg, als die Schüssel leer war Wieder erwartend schmeckte ihm diese hiesige Spezialität ganz ausgezeichnet obwohl er nicht hätte sagen können, woraus sie eigentlich bestand Eines war sicher, an Fleisch hatte der Koch nicht gespart Als er fertig gegessen hatte, schob Adyom den Napf beiseite und blickte sich zufrieden um Am Nachbartisch saßen noch immer zwei Männer und unterhielten sich leise miteinander Obwohl sie gewöhnliche gepütterte Jacken an hatten, stellte Adyom sie sich unwillkürlich in Schutzanzügen vor mit tragbaren Maschinengewehren über der Schulter Er bemerkte den aufmerksamen Blick, den einer der beiden Mänik zuwarf ohne dabei ein Wort mit ihm zu wechseln Der Mann musterte auch Adyom kurz und wandte sich dann wieder in aller Ruhe seinem Gesprächspartner zu Einige Minuten lang herrschte Schweigen Adyom versuchte mit Mänik ein Gespräch zu beginnen doch bekam er von ihm nur zögernde und einsilbrige Antworten Dann erhob sich der Mann mit der Jacke, trat an den Tisch und beugte sich zum Mänik herab Was sollen wir mit der Kiewsgeier machen? Ich wird langsam Zeit Ähm, na schön Adyom, ruh dich jetzt aus, sagte darauf der Stalker Das dritte Zelt von Rio ist für Gäste bestimmt Ein Bett ist für dich bereits dort bezogen, dafür habe ich gesorgt Ich bleibe noch ein wenig hier sitzen, es gibt etwas zu besprechen Mit dem altbekannten Gefühl, dass man ihn fortschickte, damit er nicht die Gespräche der Erwachsenen mit anhörte erhob sich Adyom und schlenderte zum Ausgang Er tröstete sich damit, dass er nun selbst die Station erkunden konnte Und schon bald entdeckte er eine Reihe weiterer seltsamer Details An der Station herrschte perfekte Ordnung All das Gerümpel verschiedenster Art, das sich an den meisten Stationen unvermeidlich anhäufte, fehlte ja völlig Überhaupt machte die Smolenskaya nicht den Eindruck einer bewohnten Station Irgendwie musste Adyom an eine Illustration aus einem Geschichtslehrbuch denken Auf der ein Kriegslager römischer Legionäre abgebildet war Ein rechteckiger, symmetrisch angelegter Raum, durch den man von allen Seiten ihn durchblicken konnte Nichts Überflüssiges war dort Überall Wachposten sowie befestigte Ein- und Ausgänge Sein Spaziergang dauerte nicht lange Schon nach wenigen Minuten bemerkte er die misstrauischen Blicke der Bewohner Also zog er sich in das Gästezelt zurück, wo tatsächlich eine bezogene Liege auf ihn wartete In einer Ecke stand eine Plastiktüte, an der ein Zettel mit seinem Namen befestigt war Adyom ließ sich auf der quietschenden Liege nieder und öffnete die Tüte Es waren seine persönlichen Abseligkeiten aus dem Rucksack Er kramte einen Augenblick darin herum Dann zog er das Kinderbuch heraus Ob sie seinen kleinen Schatz mit dem Geigerzähler kontrolliert hatten Das Gerät hatte sicher nervös zu klicken begonnen Adyom verdrängte den Gedanken Er blätterte ein paar Seiten durch Betrachtete einige der ausgebleichten Bilder Er zögerte sich erneut das Foto anzusehen Das Foto Was immer jetzt auch geschah Mit ihm, der WDN-Rer, der gesamten Metro Er musste zu seiner Station zurückkehren und zu Reu finden Adyom drückte die Lippen gegen das Foto, legte es zurück und verstaute das Buch im Rucksack Für einen Augenblick hatte er das Gefühl, als ob sich etwas in seinem Leben allmählich wieder zurecht drückte Im nächsten Augenblick war er eingeschlafen Als Adyom die Augen öffnete, aufstand und das Zelt verließ, begriff er zuerst gar nicht, wo er war Die Station sah völlig anders aus Nur etwa zehn Zelte standen noch da Die anderen waren zerstört oder verbrannt Die Wände waren schwarz vom Ruß und mit Einschlaglöchern übersät Der Putz war in großen Brocken von der Decke gefallen Über die Bahnsteigränder flossen schwarze Rinnsaale Unheilvolle Vorboten einer bevorstehenden Überschwemmung Der Saal war menschenleer Nur ein kleines Mädchen saß neben einem der Zelte auf dem Boden und beschäftigte sich mit seinen Spielsachen Vom anderen Ende, wo eine Treppe nach oben führte, waren gedämpfte Schreie zu hören Und an den Wänden flackerte der Widerschein des Feuers Ansonsten hielten nur zwei unversehrt gebliebenen Rotbeleuchtungslampen die Dunkelheit zurück Das Gewehr, das Adyom am Kopfende seiner Liege zurückgelassen hatte, war verschwunden Er durchsuchte das ganze Zelt Schließlich fand er sich damit ab, dass er unbewaffnet weitergehen musste Was war passiert? Adyom wollte das Mädchen fragen Doch als es ihn erblickte, fing es verzweifelt an zu weinen, sodass er nichts in Erfahrung bringen konnte Adyom ließ das schluchzende Kind sitzen, ging vorsichtig durch einen der Bögen hindurch und trat auf den Bahnsteig hinaus Dort blieb er wie gebannt stehen An der marmorverkleideten Wand hing ein bronzefarbener Schriftzug W. Enra Dort, wo das D hätte sein müssen, gähnte ein tiefer Riss im Mauerwerk Er musste nachsehen, was dem Tunnel vor sich ging Vielleicht hatte jemand die Station erobert Bevor er Hilfe holte, musste er die Lage erkunden, damit er den Verbündeten im Süden genau schildern konnte, welche Gefahr drohte Kaum hatte er den Tunnel betreten, als sich die Dunkelheit schlagartig verdichtete Von seinen Armen sah Adyom nur noch die Ellbogen Aus der Tiefe des Tunnels kamen merkwürdige schmatzende Laute Es war völliger Wahnsinn, unbewaffnet dort hinzugehen Dann verstummten die Geräusche für kurze Zeit Und Adyom hörte Wasser über den Boden rauschen Es floss um seine Stiefel herum Und strömte weiter bis zur W. Enra Seine Beine zitterten und gehorchten ihm nicht mehr Eine Stimme in seinem Kopf warnte ihn davor, weiterzugehen Das Risiko sei zu hoch Und in dieser Düsternis könne er sowieso nichts erkennen Doch ein anderer Teil seines Selbst Zog ihn entgegen aller Vernunft tiefer in das Dunkel Meschanich machte er einen weiteren Schritt nach vorne Die Dunkelheit um ihn herum war nun absolut Er sah überhaupt nichts mehr Und hatte ein seltsames Gefühl Als ob sein Körper verschwunden wäre Er war ganz auf sein Gehör reduziert Sein Denken richtete sich danach aus Eine Zeit lang bewegte er sich noch so weiter Doch die Geräusche von vorhin kamen nicht näher Dafür waren andere zu hören Schlurfende Schritte Exakt dieselben, die er schon einmal in einer ähnlichen Dunkelheit gehört hatte Adyom überlegte angestrengt Doch er konnte sich einfach nicht daran erinnern Wo und unter welchen Umständen das gewesen war Und je näher die Schritte aus der Tiefe des Tunnels kamen Desto mehr spürte Adyom Wie sein Herz von kaltem Grauen erfasst wurde Schließlich hielt er es nicht mehr aus Drehte sich um Und rannte Hals über Kopf los Zurück zur Station Aber in der Dunkelheit stolperte er über eine Schwelle und stürzte Noch im Fallen begriff er Nun war es da Das unvermeidliche Ende Schweißgebadet wachte er auf Es dauerte einige Momente, bis er begriff, dass er von der Liege heruntergefallen war Sein Kopf fühlte sich ungewöhnlich schwer an In den Schläfen pulsierte ein dumpfer Schmerz Er blieb einige Minuten am Boden liegen Bis er schließlich ganz zu sich kam und in der Lage war aufzustehen Kaum war sein Kopf etwas klarer Verflüchtigten sich auch schon die Bilder seines Albtraums Und er konnte sich nicht einmal mehr vage an dessen Inhalt erinnern Er hob die Zeltplane an und trat hinaus Außer einigen Wachen war niemand zu sehen Offenbar war es Nacht Mehrmals atmete er die vertraute feuchte Luft ein und aus Dann kehrte er ins Zelt zurück Streckte sich erneut auf der Liege aus Und fiel in einen tiefen, diesmal traumlosen Schlaf Mänik weckte ihn Der Stalker trug eine dunkle gefütterte Jacke mit hohem Kragen Und Militärhosen Und schien jede Minute die Station verlassen zu wollen Auf dem Kopf hatte er noch immer dieselbe schwarze Fliegermütze Neben der Liege standen jetzt zwei große Taschen, die Ation bekannt vorkamen Mänik schob eine davon mit dem Stiefel auf ihn zu und sagte Hier sind Schuhe, Kleidung, ein Rucksack und eine Waffe Zieh dich um Den Schutzanzug kannst du einstweilen in der Tasche lassen Den brauchen wir erst später In einer halben Stunde geht es los Ation plinzelte verschlafen mit den Augen und versuchte ein Gähnen zu unterdrücken Wohin gehen wir? Zu Kiewskaya Wenn dort alles in Ordnung ist, geht es weiter über den Ring bis zur Belaruskaya Und von dort zur Mayakovskaya Dann sehen wir weiter Pack jetzt deine Sachen Der Stalker setzte sich auf einen Hocker in der Ecke Holte aus einer Tasche ein Stück Zeitungspapier Und drehte sich damit eine Zigarette Unter Mäniks aufmerksamen Blick Fiel Ation alles wieder aus der Hand Und das Packen dauerte doppelt so lange wie gewöhnlich Nach 20 Minuten war er soweit Ohne ein Wort zu sagen, erhob sich Mänik Griff nach seiner Tasche und trat hinaus Ation sah sich noch einmal um Und folgte ihm dann Vom Bahnsteig stiegen sie über eine Holzleiter auf die Gleise hinab Mänik nickte einem der Wachleute zu und betrat den Tunnel Erst jetzt bemerkte Ation, dass die Tunneleingänge hier anders angelegt waren als sonst Auf dem Gleis zur Kiewskaya war etwa die Hälfte des Tunnels von einem betonierten Gefechtsstand mit engen Schießscharten besetzt Den verbliebenen Durchgang versperrte ein Stahlgitter, vor dem zwei Posten Wache hielten Mänik wechselte ein paar Worte mit ihnen, worauf einer der beiden das Vorhängeschloss öffnete und das Gitter aufstieß An der inneren Tunnelwand zog sich ein mit schwarzem Isolierband umwickeltes Kabel entlang Von dem alle zehn bis fünfzehn Meter schwache Glühbirnen herabhingen Selbst diese Beleuchtung kam Ation wie wahrer Luxus vor Nach etwa 300 Metern war das Kabel zu Ende und hier erwartete sie ein weiterer Posten Die Wachen der Smolenskaya trugen keine Uniformen, sahen aber wesentlich gefährlicher aus als die Soldaten der Polis Einer davon kannte Mänik offenbar, denn er nickte ihm zu und ließ sie durch Am Ende des beleuchteten Abschnitts holte der Stalker eine Taschenlampe heraus und schaltete sie ein Sie waren bereits einige hundert Meter gegangen, als sie plötzlich Stimmen hörten und in der Ferne den Widerschein einiger Taschenlampen erblickten Unmerklich glitt Mäniks Kalaschnikow von seiner Schulter und landete in seinen Händen Ation folgte seinem Beispiel Dies war offenbar der äußerste Wachposten der Smolenskaya Zwei kräftige, baute, bewaffnete Männer in warmen Jacken mit Kunstpelzkragen und runden Wollmützen stritten sich mit drei Händlern Beide hatten sie Nachtsichtgeräte um den Hals hängen Obwohl zwei der Händler ebenfalls bewaffnet waren, erkannte Ation sofort, dass sie Kaufleute waren Die riesigen Ballen mit Altkleidern, die Tunnelkarte in der Hand, dieser besonders durchstrebende Blick All das hatte er schon oft gesehen Normalerweise ließ man Händler an allen Stationen ohne Zögern passieren Außer vielleicht an jenen, die zur Hanse gehörten Doch an der Smolenskaya waren sie offensichtlich nicht willkommen Jetzt mach mal einen Punkt, Mann, redete einer von ihnen Ein hoch aufgeschossener, schnauzbartiger Mann mit kurzer Jacke auf den Posten ein Die Smolenskaya interessiert uns doch gar nicht Wir wollen nur vorbei Wir haben Klamotten dabei Bekräftigte sein Kollege Ein stämmiger Bursche, dem die borstigen Haare bis über die Augen hingen Schauen Sie doch selbst, wir wollen das in der Polis verkaufen Dann fiel der dritte ein Wir wollen keinen Streit Im Gegenteil Schau mal, die Jeansrie ist so gut wie neu Deine Größe und Topqualität, die kriegst du von mir einfach so Der Wachmann schüttelte schweigend den Kopf und versperrte den Durchgang Einer der Händler schien dieses Schweigen jedoch als Zustimmung zu erfassen und machte einen Schritt auf hinzu Sofort entsicherten beide Posten ihre Gewehre Melnik und Atiom standen vielleicht fünf Schritte dahinter Und obwohl der Stalker seine Waffe gesenkt hielt, bemerkte Atiom seine Anspannung Stehen bleiben, sagte einer der Posten Ich hab fünf Sekunden, um von hier zu verschwinden An dieser Station gilt eine erhöhte Sicherheitsstufe Niemand darf hier rein Fünf Vier Und wie kommen wir jetzt weiter? Etwa wieder zurück und dann über den Ring Rief einer der Händler aufgebracht Der andere schüttelte nur niedergeschlagen den Kopf und zog seinen Kollegen mit sich fort Alle drei hoben sie ihre Säcke auf und entfernten sich wieder Melnik wartete eine Minute und gab Atiom ein Zeichen Dann folgten sie den Händlern auf dem Weg zur Kiewskaia Als sie die Wachmänner passierten, nickte einer der beiden Melnik schweigend zu und legte zwei Finger an die Schläfe Eine erhöhte Sicherheitsstufe, fragte Atiom, nachdem sie die Posten hinter sich gelassen hatten Was reißt das? Geh doch zurück und frag, erwiderte Melnik trocken, sodass Atiom es nicht wagte ihn damit weiter zu belästigen Obwohl Atiom und Melnik versuchten Abstand zu den Händlern zu halten, kamen ihre Stimmen immer näher Dann brachen sie auf einmal ab Kaum waren sie zwei Dutzend Schritte gegangen, als sie von einem Lichtstrahl geblendet wurden Wer da? Was wollt ihr hier? schrie eine Stimme nervös Nur die Ruhe, sagte der Stalker leise, aber deutlich Lasst uns durch, wir tun euch nichts Wir wollen zu Kiewskaia Die Händler berieten sich, dann kam eine Stimme aus der Dunkelheit Na gut, aber geht vor Wir mögen es nicht, wenn uns wer im Nacken sitzt Melnik zuckte mit den Schultern und ging langsam weiter Nach etwa 30 Metern trafen sie tatsächlich auf die drei Händler Diese hielten höflich ihre Waffen gesenkt Und als Atiom und Melnik näher kamen, traten sie zur Seite und ließen die beiden vor Der Stalker ging weiter, als wäre nichts geschehen Doch Atiom bemerkte, dass sie seine Haltung verändert hatte Er lief jetzt lautlos, damit dem nichts von dem entging, was hinter ihnen geschah Obwohl die Händler ihnen unmittelbar folgten, blickte sich Melnik kein einziges Mal um Hey, klang von hinten eine leicht angespannte Stimme Wartet mal! Der Stalker blieb stehen Atiom begriff nicht, warum er so gehorsam die Forderungen von irgendwelchen kleinen Krämern erfüllte Es war der lange Kerl, der zu ihnen aufschloss Machen die wegen der Kiewskaia so ein Theater, oder weil sie die Polis bewachen? Fragte er Wegen der Kiewskaia natürlich Erwiderte Melnik prompt Und Atiom verspürte den Stachel der Eifersucht Ihm hatte der Stalker nichts erzählen wollen Na gut, das ist ja noch verständlich, murmerte der lange Es war nicht klar, ob er mit dem Stalker oder Nutz sich selbst sprach Es wird ja langsam auch unerträglich Jedenfalls wird euren tollen Wachleuten da hinten ganz schön heiß werden Sobald die Ranse dicht macht, kommen die von der Kiewskaia nämlich alle zu euch gelaufen Ist doch klar, wer will schon an so einer Station leben Dann schon lieber sich erschießen lassen Genau wie du, Farin, stimmt's, kommentierte sein Kollege von hinten Du bist mir auch so ein Held Na ja, noch hab ich's nicht nötig, erwiderte der lange Was ist denn dort eigentlich los, platzte Atiom heraus Die beiden Händler sahen ihn an, als wüsste jedes Kind die Antwort auf diese dumme Frage Melnik schwieg Auch die Händler sagten nichts, sodass sie einige Zeitlang wortlos weitergingen Dann, als Atiom die Hoffnung auf eine Antwort schon fast begraben hatte, sagte der lange unwillig Weil es von da zum Park Poppedi geht Der Name dieser Station ließ seine beiden Gefährten erschaudern Ein plötzlicher Windstoß schien die feuchte Luft erfasst zu haben Und Atiom hatte den Eindruck, dass sich die Tunnelwände zusammenzogen Sogar Melnik bewegte die Schultern, als ob er sich wärmen wollte Atiom hatte eigentlich nie etwas Schlechtes über die Station Park Poppedi, den Park des Sieges, gehört Nicht eine einzige Geschichte fiel ihm zu ihr ein Melniks Stimme klang besorgt, als er fragte Ist es schlimmer geworden? Worher sollen wir das wissen? Murmerte der lange Wir kommen dort ja nur ab und zu vorbei Länger zu bleiben wäre Sie verstehen schon Flüsternd ergänzte der stämmige Händler Dort verschwinden Leute Viele haben Angst und fliehen Und die Übrigen fürchten sich nur umso mehr Der lange spuckte aus Es liegt ein Fluch auf ihren Tunneln Die sind doch verschüttet Wann der Melnik halbfragend ein Das sind sie schon seit hundert Jahren Und was hat das gebracht? Das musstest du doch eigentlich wissen Jeder weiß, dass die Angst aus dem Tunnel kommt Egal ob er dreimal gesprengt und verbarrikadiert wurde Das spürst du sofort, wenn du da nur deine Nase reinsteckst Der lange deutete auf seinen bärtigen Begleiter Sogar bei Sergeid war das so Genau, bekräftigte dieser und bekreuzigte sich Aber die Tunnel werden doch bewacht Hakt der Melnik nach Jeden Tag Und Rabben die jemals wen gefangen Oder gesehen Worher sollen wir das wissen Ich habe jedenfalls nichts gerührt Es gibt ja auch nichts zu fangen Und Was sagen die Leute von dort dazu? Sergeid spickte sich um und flüsterte Die Stadt der Toten Dann bekreuzigte er sich erneut Eigentlich hätte sich Adjom einmal mehr darüber amüsieren können Wie viele Geschichten, Märchen und Legenden es über die Wohnorte der Toten der Metro gab Mal hausten ihre Seelen in den Rohren Andere wollten sich zum Tor der Hölle durchgraben Und nun gab es noch eine Stadt der Toten Am Park Pobedi Doch ein gespenstlicher Luftstrom erstickte das Lachen in Adjomshals Und trotz seiner warmen Kleidung fröstelte es ihn Am schlimmsten war, dass Melnik nichts mehr fragte Adjom hatte insgeheim gehofft Der Stalker werde spöttig abwinken Und die ganze Vorstellung für verrückt erklären Den Rest des Weges gingen sie schweigend Jeder in seine eigenen Gedanken vertieft Bis zur Kiewske Eier war der Tunnel ruhig, leer, trocken und sauber Doch mit jedem Schritt verstärkte sich die düstere Vorahnung Etwas Unheilvolles erwartete sie Dann, als sie die Station betraten Erfasste es sie sogleich Wie Grundwasser das von oben durchsprach Unaufhaltsam, trüb und eisig Hier herrschte die Angst allein Das sah man auf den ersten Blick Sollte dies etwa die sonnige Kiewskeia sein Wie sie Adjomskaukasischer Zellengenosse genannt hatte Oder hatte dieser die Station gleichen Abends auf der benachbarten Filiowskaja-Linie gemeint Die Kiewskeia machte nicht direkt einen heruntergekommenen oder gar verlassenen Eindruck Es schienen sogar relativ viele Menschen hier zu wohnen Doch hatte man den Eindruck, dass diese Station nicht ihnen gehörte Sie hausten dicht gedrängt Und sämtliche Zelten drückten sich an die Wände in der Mitte des Saals Niemand hielt den vorgeschriebenen Mindestabstand ein Die Bewohner hatten offenbar schlimmere Sorgen als die Brandgefahr Wenn Adjom die Passanten anblickte, so wandten diese Scheu das Gesicht ab Sie machten den fremden Platz und verkrochen sich wie Küchenschaben in irgendwelchen Winkeln Der Mittelsaal der Station war eingezwängt zwischen zwei Reihen niedriger Rundbögen Ganz hinten führten Rolltreppen nach unten Und an einer Stelle gab es eine Treppe, über die man hinauf in den Übergang zur anderen Kiewskeia-Station gelangte Hier und da sah Adjom glühende Kohlen Und der intensive Geruch von gebratenem Fleisch hing in der Luft Irgendwo weinte ein Kind Mochte die Kiewskeia auch der Vorwurf zu einer fiktiven Totenstadt sein Sie selbst war jedenfalls durchaus am Leben Hastig verabschiedeten sich die Händler und verschwanden in den Durchgang zur benachbarten Linie Melnik blickte sich um und ging entschlossen auf einen der anderen Durchgänge zu An dieser Station kannte er sich aus, das spürte Adjom Warum hatte er dann die Händler so genau über die Station ausgefragt? Hatte er gehofft, ihre Märchengeschichten könnten ihm wichtige Hinweise auf die tatsächliche Lage geben? Oder waren es nur Fangfragen gewesen, um mögliche Spione zu entlarven? Kurz darauf machten sie vor dem Eingang zu den Diensträumen Halt Die Tür war aus den Angeln gebrochen worden, doch vor dem Eingang stand ein Posten Die Stationsleitung begriff Adjom Ein glatt rasierter älterer Herr mit exakt gekämmten Haaren kam Melnik entgegen Er trug die alte blaue Uniform eines Metroangestellten, die zwar abgenutzt und verpflichten, dafür aber erstaunlich sauber war Adjom bemerkte außerdem, in welch guter Form der Mann zu sein schien Dieser salutierte vor Melnik, jedoch nicht so ernst wie die beiden Wachposten im Tunnel, sondern mit einem ironischen Lächeln Guten Tag, Herr Oberst, sagte er mit einer angenehmen tiefen Stimme, worauf der Stalker ihn ebenfalls lächelnd begrüßte Zehn Minuten später saßen sie in einem warmen Zimmer und tranken, wie sollte es anders sein, Pilztee Diesmal hatte man Adjom nicht hinausgeschickt und so war er zum ersten Mal bei der Erörterung wichtiger Angelegenheiten zugegen Leider verstand er von dem Gespräch mit dem Stationsvorsteher, den Melnik Arkady Semyonovic dante, so gut wie gar nichts Erst erkundigte sich Melnik nach einem gewissen Dretjak Dann fragte er, ob in den Tunneln irgendwelche Veränderungen zu beobachten gewesen seien Der Vorsteher erwiderte, Dretjak sei in eigenen Angelegenheiten unterwegs, werde aber bald wieder zurück sein Er schlug vor, auf ihn zu warten Dann begannen beide detailliert über gewisse Abkommen zu diskutieren, sodass Adjom den Faden verlor Er saß einfach da, nippte an dem heißen Tee, dessen Pilzduft ihn an seiner Heimatstation erinnerte, und sah sich um Die Kiewskaia hatte offenbar schon bessere Zeiten gesehen Die Wände des Zimmers waren mit mottenzerfressenen Teppichen verhängt, deren Muster man gerade noch erkennen konnte Darüber hatte man an einigen Stellen in breiten, vergeudeten Rahmen Bleistiftskizzen von Tunnelgabelungen befestigt Der Tisch, an dem sie saßen, war eine Antiquität Schwer zu sagen, wie viele Stalker ihn aus irgendeiner verlassenen Wohnung hierher geschleppt haben mussten Und wie viel die Herren dieser Station dafür wohl bezahlt hatten An einer Wand hing ein alter, mit schwarzer Patine überzogener Säbel Daneben ein prähistorisches Exemplar einer Pistole, die sicher nicht mehr als Waffe zu gebrauchen war Am hinteren Ende des Zimmers leuchtete auf einer hohen Kommode ein riesiger weißer Schädel Artyom hätte nicht sagen können, von welchem Wesen er stammte Arkady Semyonovic schüttelte den Kopf Da ist nichts in diesen Tunneln Absolut nichts Wir haben Wachen aufgestellt, damit die Leute ruhiger schlafen können Du bist doch selbst dort gewesen und weißt, dass beide Strecke nach etwa 300 Metern komplett dicht sind Da kann nichts durchkommen Es ist nichts als Aberglaube Meine grunzelte die Stirn Und doch verschwinden hier Menschen Richtig, nur wissen wir nicht wohin Ich denke, es handelt sich dabei um Leute, die fliehen, weil sie Angst haben Die Ausgänge zu den anderen Stationen sind nicht bewacht Arkady Semyonovic steutelte mit der Hand auf die Treppe Und dahinter beginnt eine ganz andere Stadt Es gibt genügend Auswahl Man kommt von hier entweder auf den Ring oder auf die Filioskaja-Linie Wie es heißt, ist die Ganze derzeit für Leute von unserer Station offen Wovor haben sie dann Angst? Wovor wohl? Arkady Semyonovic breitete die Arme aus Davor, dass hier ständig jemand verschwindet Und schon hast du einen wunderbaren Teufelskreis Hm, seltsam Weißt du was? Während wir auf Tretjag warten, gehen wir mit auf Wache Einfach so zum Kennenlernen Die Smolenska machen sich nämlich allmählich Sorgen Der Vorsteher nickte Verständlich In Zelt Nummer 3 wohnt Anton Er ist der Leiter der nächsten Schicht Sag ihm, dass du von mir kommst In dem Zelt mit der aufgemeinten 3 war es laut Auf dem Boden spielten zwei etwa 10-jährige Jungen mit leeren Patronenhülsen Daneben sah sein kleines Mädchen und sah seinen Brüdern mit großen, neugierigen Augen zu Wagt es aber nicht sich in das Spiel einzumischen Eine gepflegt wirkende Frau mittleren Alters mit Schürze Schnitt gerade etwas Essbares zurecht Es herrschte eine behagliche Atmosphäre Die Luft erfüllte ein angenehmer häuslicher Geruch Die Frau lächelte gutmütig und sagte Anton ist noch nicht da Nehmt Platz Ihr könnt hier auf ihn warten Die Jungen starrten den Neuankömmling zuerst misstrauisch an Doch dann kam einer der beiden auf Atiom zu und musterte ihn neugierig Raust du rüsen? fragte er Ey Olek, hör sofort auf zu betteln Sagte die Frau streng, ohne mit ihrer Beschäftigung aufzuhören Zu Atioms Überraschung steckte Melnick die Hand in die Hosentasche Kramte dort herum und zog ein paar besonders lange Patronenhülsen heraus Die garantiert nicht zu seiner Kalaschnikow gehörten Er klimperte damit wie mit einer Rassel Dann hielt er seinen Schatz dem Jungen hin Dessen Augen leuchteten so gleich vor Begeisterung Doch wagte er es nicht sie zu berühren Nehm ruhig Der Stalker zwinkerte dem Jungen zu Und ließ die Hülsen in dessen ausgestreckte Hand fallen So, jetzt gewinne ich Rief der Frechdachs begeistert Schau mal wie groß die sind Das sind die Sondereinsatzkräfte Atiom sah genauer hin Die Jungen hatten ihre Hülsen in gleichmäßigen Reihen aufgebaut Offenbar waren es ihre Soldaten Er musste daran denken, dass er selbst auch einmal solche Spiele gespielt hatte Doch hatte er das Glück gehabt, echte zehn Soldaten zu besitzen Während sich am Boden eine Schlacht ereignete, betrat der Vater der Jungen das Zelt Ein mittelgroßer, schlanker Mann mit spärlichem, hellbraunem Haar Als er die Fremden erblickte, nickte er ihnen zu, ohne ein Wort zu sagen Sogleich zupfte er der zweite Junge an der Hose und fragte Papa, Papa, hast du uns noch Hülsen mitgebracht? Oleg hat jetzt mehr und außerdem hat er die Langen gekriegt Wir kommen von der Stationsleitung, erklärte Melnick Wir gehen mit eurer Schicht in den Tunnel, sozusagen als Verstärkung Wozu denn eine Verstärkung? Murmelte der Mann, doch dann kletterten sich seine Züge Ich bin Anton, lasst uns erst etwas essen, dann gehen wir Er deutete auf die gefüllten Säcke, die als Stühle dienten Besetzt euch! Obwohl die Gäste zunächst dankend ablehnten, bekamen sie beide Jeder eine dampfende Schüssel mit rätselhaften Knollen vorgesetzt Die Atiom noch nie gesehen hatte Fragen blickte er Melnick an Doch der spießte ohne Umschweife ein Stück auf seine Gabel Lies es im Mund verschwinden und begann zu kauen Auf seinem sonst so versteinerten Gesicht Spiegelte sich jetzt sogar so etwas wie Wohlbehagen Und das machte Atiom Mut Die Knollen schmeckten süßlich und waren etwas fett Schon nach wenigen Minuten fühlte man sich satt Atiom wollte zuerst fragen, was sie denn dort aßen Doch dann besann er sich eines Besseren Es schmeckte, damit basta Schließlich gab es ja in dem Metro auch Orte, wo man Rattenhirne als Delikatesse betrachtete Der Junge, dem Melnick die Hülsen geschenkt hatte, hatte schon bald die Hälfte seiner Portion gegessen und den Rest in seiner Schüssel verschmiert Nun fragte er seinen Vater Papa, darf ich heute mit dir auf Wache gehen? Nein, Orlik, das weißt du doch Erwiderte Anton stirnrunzelnd Die Frauen haben den Jungen an der Hand Oli Schenker, was fällt dir ein? Der Wachdienst ist für kleine Jungs verboten Mama, aber ich bin doch gar kein kleiner Junge mehr Orlik versuchte besonders tief zu sprechen Er warf einen verlegenen Blick auf die Gäste Seine Mutter hob jedoch warnend ihre Stimme Denk nicht einmal dran, willst du mich etwa in den Wahnsinn treiben? Ist ja gut, murmelte der Junge Doch kaum hatte sich seine Mutter ans andere Ende des Zelts entfernt, zupfte der Junge seinem Vater am Ärmel und flisterte laut Aber letztes Mal hast du mir doch auch mitgenommen Gein Wort mehr, entgegnete Anton Wie trotzdem Die letzten Worte brummte der Kleine vor sich hin Sodass Atiom nichts mehr verstand Als Anton fertig gegessen hatte, schloss er eine Eisenkiste auf, die am Boden stand Holte eine alte AK-47 hervor und sagte zu seiner Frau Heute habe ich eine kurze Schicht, in sechs Stunden bin ich wieder zurück Auch Meldig und Atiom erhoben sich Der kleine Orlik blickte seinen Vater verzweifelt an und ruckste unruhig auf seinem Platz herum Doch wagte er nicht etwas zu sagen Vor dem schwarzen Schlund des Tunnels saßen zwei Posten am Rand des Bahnsteigs und ließen die Beine baumeln, während ein Dritter auf den Gleisen stand und in die Dunkelheit starrte Auf der Wand hatte jemand den Schriftzug Arbat-Konföderation herzlich willkommen aufgemalt Die Buchstaben waren jedoch schon halb verwischt Offenbar hatte man die Farbe lange nicht erneuert Die Wachleute unterhielten sich flüsternd Mitunter zeigten sie sich einander sogar an, wenn einer mal wieder zu laut sprach Neben dem Stalker und Atiom begleiteten Anton noch zwei Männer von der Station Beide waren mürrige, nicht sehr gesprächige Typen Als sie sich begrüßten, hatte Atiom nicht einmal ihren Namen verstanden Nachdem sie einige Worte mit den Wachen gewechselt hatten, stiegen sie auf die Gleise herab und gingen langsam den Tunnel entlang Das runde Gewölbe unterschied sich in nichts von den anderen Boden und Wände sahen aus, als hätte ihnen die Zeit nichts anhaben können Und doch erfasste Atiom schon mit den ersten Schritten jenes unangenehme Gefühl, von dem die Händler gesprochen hatten Aus der Tiefe kroch ihnen eine dunkle, unerklärliche Angst entgegen Auf der ganzen Strecke war es still Nur in der Ferne hörten sie vereinzelt Stimmen Dort befand sich die zweite Wache Dies war einer der seltsamsten Posten, den Atiom je gesehen hatte Einige Männer saßen auf Sandsäcken um einen einfachen, selbstgebauten Eisenofen herum Ein wenig abseits stand ein Eimer mit Heizöl Die Gesichter der Wachleute wurden vom Widerschein des Feuers, das durch die kleinen Ritzen im Ofen flackerte So wie von der zitternden Flamme einer Öllampe an der Tunneldecke beleuchtet Die Lampe schwankte ein wenig in der verbrauchten Tunnelluft Wodurch die Schatten der ruhig dasitzenden Menschen zu eigenem Leben erweckt wurden Am meisten verblüffte Atiom jedoch, dass die Wächterseelen ruhig mit dem Rücken zum Tunnel saßen Sie schützten sich mit den Händen vor den blendenden Taschenlampen der anderen und machten sich fertig zum Aufbruch Anton schöpfte mit einer Kelle des Heizöl aus dem Eimer Und, wie war's? fragte er Der Schichtälteste grinste halbherzig Wie Eimer, leer, ruhig, zu ruhig Er schniefte, zog die Schultern ein und machte sich auf in Richtung Station Während die anderen ihre Sandsäcken her an den Ofen rückten und sich hinsetzten, wandte sich Melnik an Atiom Sollen wir mal nachsehen, wie es weiter hinten aussieht? Da gibt es nichts zu sehen Ein gewöhnlicher Einsturz, wie alle anderen auch Anton deutete über die Schulter in Richtung Park Poppedy Ich hab mir schon hundertmal angeschaut Aber wenn du unbedingt willst, geh ruhig Es sind nur 15 Meter von Rehe Schon vor der eigentlichen Einsturzstelle war der Tunnel in desolatem Zustand Der Boden war mit Brocken aus Stein und Erde übersät Die Decke hatte sich an einigen Stellen gesenkt Die Wände waren teils eingestürzt und hatten sich verengt Rechterhand gähnte eine schiefe Türöffnung Offenbar der Eingang zu einigen Diensträumen Am Ende des Gangs verschwanden die rostigen Gleise in einem Haufen zerbrochener Betonblöcke Vermischt mit Pflastersteinen und Erde Auch die stählen Versorgungsrohre an der Wand tauchten direkt in diesen Erdball ein Mänik beleuchtete den eingestürzten Tunnel mit der Taschenlampe Da er hier keine Geheimgänge fand, zog er mit den Schultern und kehrte zu der schiefen Tür zurück Er richtete den Lichtstrahl hinein, sah sich um, jedoch ohne über die Schwelle zu treten Als sie zum Ofen zurück kamen, fragte er Anton Auf der zweiten Strecke auch keine Veränderungen Alles noch so wie vor zehn Jahren Sie schwiegen lange Jetzt, da sie die Taschenlampen ausgemacht hatten, kam das Licht wieder nur aus dem halb verschlossenen Eisenofen sowie von der winzigen Flamme hinter dem verrusten Glas der Öllampe Die Dunkelheit verdichtete sich so sehr, dass es schien, als wolle sie sämtliche Fremdkörper verdrängen Wahrscheinlich rückten die Wachleute deswegen so nah um das Feuer, denn nur hier durchschnitten die gelblichen Lichtstrahlen die Dunkelheit und Kälte Und es atmete sich freier Atiom kämpfte lange mit sich, doch schließlich wurde sein Bedürfnis nach irgendeinem Geräusch so stark, dass er seine Schüchternheit über Bord warf, sich räusperte und Anton ansprach Ähm, ich bin neu hier, was ich nicht verstehe Warum reitet ihr hier wache, wenn dort gar nichts ist? Ihr schaut ja nicht mehr dort hin Anordnung von oben, erklärte der Schichtführer Sie sagen, dass hier nur deswegen nichts los ist, weil wir wache halten Und was ist hinter dem Wall? Ein Tunnel, denke ich mal Bis ganz zum... Anton unterbrach sich und blickte kurz über die Schulter Bis zum Park Poppedi Erlebt dort wer? Der Schichtführer schüttelte nur unbestimmt den Kopf Er schwieg eine Weile Dann fragte er Weißt du denn wirklich nichts über den Park Poppedi? Ohne Atjams Antwort abzuwarten, fuhr er fort Gott weiß, was jetzt noch davon übrig geblieben ist Aber früher war das eine riesige Doppelstation Eine von denen, die ganz zuletzt gebaut wurden Die Älteren von uns sind dort sogar manchmal gewesen Vorher, jedenfalls erzählen sie, dass es eine großartige Station gewesen sein muss Und sie soll sehr tief gelegen sein Anders als die anderen neuen Stationen Die Menschen dort sollen ein wunderbares Leben gehabt haben Allerdings nicht lange Bis die Tunnel einstürzten Was ist passiert? Anton warf seinen Kollegen einen Blick zu Bei uns sagt man, dass es von selbst passiert ist Fehler bei der Planung Oder beim Bau wurde etwas geklaut Oder was weiß ich was Aber das ist so lange her Dass es keiner mehr genau weiß Einer der Wachposten ergriff leise das Wort Mir hat man erzählt, dass beide Abschnitte auf Befehl einer Obrigkeit in die Luft gejagt wurden Weil der Park Poppedi ein gefährlicher Konkurrent war Oder aus anderen Gründen Du weißt ja, wer bei uns an der Kiewskaia damals das Sagen hatte Leute, die nie etwas anderes getan hatten Als auf dem Markt Obst zu handeln Ein reißblütiger Menschenschlag Immer für einen Streitzug haben Eine Kiste Dynamit in den Tunnel Eine zweite in den anderen Weit genug entfernt von unserer Station Und los geht's Eine saubere Sache Gein Blut vergießen Und das Problem ist gelöst Und was ist dann aus denen dort geworden? Vorher soll ich das denn wissen Wir sind erst später hierher gekommen Antwortete Anton Was soll schon aus ihnen geworden sein? Erklärte der andere Wächter Sie sind alle gestorben Ist doch klar Wenn du einmal von der Metro abgeschnitten bist Machst du es nicht mehr lange Die Filter sind wahrscheinlich irgendwann kaputt gegangen Oder die Generatoren Oder es gab eine Überschwemmung An die Oberfläche konnten sie ja schlecht gehen Mir hat mal einer erzählt Dass die zuerst hier durchgraben wollten Aber irgendwann haben sie es wohl aufgegeben Diejenigen, die damals hier wach standen Sollen doch die Rohre Schrei gehört haben Aber das hat dann bald aufgerührt Er räusperte sich Streckte die Hände vor den Ofen Wärmte sie eine Weile Dann blickte er Atiom erneut an Das war nicht mal ein richtiger Krieg Wer kämpft denn so Da waren ja auch Frauen und Kinder Alte Menschen Eine ganze Stadt Und wofür? Weil sie ihr Geld nicht teilen wollten Sie haben zwar niemanden direkt umgebracht Aber trotzdem Du willst wissen, was dort auf der anderen Seite der Einsturzstelle ist Dort ist der Tod Anton schüttelte den Kopf Sagte aber nichts Melnick beobachte den aufmerksam Öffnete den Mund, als ob er etwas hinzufügen wollte Überlegte er sich aber offenbar anders Atiom begann zu frieren Und auch er erstreckte sich den Feuerzungen entgegen Die durch die Ofenklappe stießen Er stellte sich das Leben an einer Station vor Deren Bewohner glaubten, dass die Gleise von ihnen Direkt ins Reich des Todes führten Und begriff, dass dieser seltsame Wachdienst In diesem kurzen Tunnel keine Notwendigkeit Sondern vielmehr ein Ritual darstellte Wen wollten sie abschrecken? Wen hinderten sie daran, zu ihrer Station Und somit in die gesamte Metro zu gelangen? Er fror immer mehr Und weder der Eisenofen Noch die dicke Jacke, die er von Melnick bekommen hatte Halfen dagegen Plötzlich drehte sich der Stalker blitzschnell um Blickte in den Tunnel zur Kiewskaia Erhob sich und rorschte Nach wenigen Sekunden Verstand auch Atiom den Grund von Melnicks Beunruhigung Von dort hörte man schnelle, leichte Schritte Und in einiger Ferne Hüpfte das Licht einer schwachen Lampe hin und her Als ob jemand über die Schwellen sprang Und aus Leibeskräften auf sie zurannte Der Stalker wich zur Seite Drückte sich an die Wand Und zählte mit seinem Gewehr auf den Lichtpunkt Auch Anton erhob sich Und blickte in die Dunkelheit An seiner entspannten Haltung Konnte man erkennen Dass er aus dieser Richtung des Tunnels Keine Gefahr befürchtete Melnick knipste seine Taschenlampe an Die Finsternis zog sich unwillig zurück Und etwa 30 Schritte von ihnen entfernt Erstarrte eine zerbrechliche Gestalt Sie stand mitten auf dem Gleis Und hob die Hände Papa, Papa, ich bin's Nicht schießen Es war die Stimme eines Kindes Der Stalker nahm den Lichtkegel zur Seite Trat von der Wand zurück Und klopfte sich die Ärmel ab Nach einer Minute stand der Junge bereits vor dem Ofen Und blickte verlegen auf seine Füße Es war Antons Sohn Derselbe, der unbedingt mit zum Wachdienst wollte Ähm, ist was passiert? Fragte sein Vater besorgt Ähm, nein, ich wollte nur so gerne mit dir gehen Ich bin kein kleiner Junge mehr Der die ganze Zeit mit Mama im Zelt sitzen muss Ähm, wie bist du hierher gekommen? Da sind doch Wachen Ähm, ich hab gelogen, dass Mama mich zu dir geschickt hat Da hinten war Onkel Petja Der kennt mich Der hat mir nur gesagt, dass ich mich beeilen Und ja, nicht in irgendwelche Seitengänge schauen soll Und dann hat er mich durchgelassen Pah, mit Onkel Petja werd ich noch ein Wörtchen reden Verkündete Anton finster Und du kannst dir schon mal überlegen, wie du das deiner Mutter erklärst Zurück lass ich dich allein nämlich nicht mehr Ich darf also bei euch bleiben Der Junge konnte seine Begeisterung nicht mehr zurückhalten Und begann herum zu hüpfen Anton rückte zur Seite Und setzte seinen Sohn auf den angewärmten Sandsack Dann zog er seine Jacke aus Und wollte sie dem Kleinen eben über die Schulter hängen Doch dieser war bereits auf den Boden geklitten Hatte seine Schätze hervorgeholt Und preizte sie nun auf einem Stück Stoff aus Eine Handvoll Patronenhülsen Sowie einige andere Gegenstände Artyom, der neben ihm saß Hatte genug Zeit, sich all diese Dinge zu betrachten Am interessantesten fand er eine kleine Metallschachtel mit einer Kurbel daran Wenn Oleg sie in eine Hand hielt und mit der anderen die Kurbel betätigte Begann die Schachtel mit metallisch klingenden Tönen Eine einfache mechanische Melodie zu spielen Amüsant war auch Dass er die Schachtel nur gegen einen anderen Gegenstand zu drücken brauchte Damit dieser mitschwang Und die Melodie mehrfach verstärkte Am besten funktionierte es mit dem Eisenofen Doch lange konnte Oleg sie nicht dagegen halten Da sie sich zu schnell erwärmte Artyom gefiel das Gerät so sehr Dass er darum bat, es selbst einmal ausprobieren zu dürfen Der Junge überreichte ihm die heiße Schachtel Und blies sich auf die verbrannten Finger Das ist noch gar nichts Sagte er verschwörerisch Ich zeige dir nachher noch was ganz Tolles Die nächste halbe Stunde zog sich zäh dahin Melnick unterhielt sich flüstern mit Anton Der Junge spielte auf dem Boden mit seinen Hülsen Und Artyom drehte ewig an der Kurbel und lauschte der Musik Ohne auf die missgelaunten Blicke der Wachleute zu achten Die Melodie dieser winzigen Trailer war etwas schwermütig Doch faszinierte sie ihn auf geheimnisvolle Weise Sodass er einfach nicht aufhören konnte Nein, das verstehe ich nicht Sagte der Stalker und erhob sich Wenn beide Tunnel verschüttet sind und bewacht werden Wie kommt es dann, dass so viele Menschen einfach verschwinden? Anton sah zu ihm auf Wer sagt denn, dass es nur an diesem Tunnel liegt? Es gibt hier Übergänge zu zwei anderen Linien Und vergisst nicht den Tunnel zu Smolenskaya Ich vermute ja, dass da jemand einfach unseren Aberglauben ausnutzt Was denn für einen Aberglauben? Mischte sich der Posten von vorhin ein Verflucht ist unsere Station für das, was mit dem Park Poppeti passiert ist Und wir alle sind verflucht, solange wir hier leben Hör auf mit der ewigen Schwarzmalerei Unterbrachen Anton verärgert Hier sitzen seriöse Leute, die etwas erfahren wollen Und da kommst du mit deinen Märchen Lasst uns noch einen Rundgang machen Schlug Melnick vor Ich habe unterwegs ein paar Türen gesehen und einen Seitengang Das würde ich mir gerne noch einmal ansehen An der Smolenskaya sind die Leute auch schon ganz unruhig Sogar Kolbekow selbst hat sich danach erkundigt Ach, jetzt interessiert es ihn auf einmal Anton lächelte traurig Es bringt ja doch nichts, sich etwas vorzumachen Von unserer Konföderation ist nur noch der Name geblieben Jeder kämpft für sich Ja, sogar in der Polis fragen sie sich bereits, was hier los ist Melnick zog eine zusammengefaltete Zeitungsseite hervor Hier, lies mal Atyom hatte die Zeitungen in der Polis gesehen In einem der Übergänge hat es einen Laden gegeben, wo sie zu kaufen waren Allerdings kostete eine zehn Patronen Und so viel hatte Atyom für ein Stück Einpackpapier mit schlecht gedruckten Gerüchten nicht zahlen wollen Unter dem stolzen Namen Metro Nachrichten Waren auf dem gelblichen Stück Papier einige kurze Artikel in enger Schrift abgedruckt Einer davon wurde sogar von einer Schwarz-Weiß-Fotografie ergänzt Die Überschrift lautete Kiewskaia Erneut Personen vermisst Anton nahm das Zeitungspapier vorsichtig entgegen und faltete es auseinander Unkraut vergeht nicht Sie drucken noch immer Na gut, gehen wir Ich zeige dir die Seitengänge Lest du mir das zum Lesen? Der Stalker nickte Anton erhob sich und sagte zu seinem Sohn Ich bin gleich wieder da Dass du mir nichts anstellst, solange ich weg bin Er warnte sich Atyom zu Sei so gut und hab ein Auge auf ihn Atyom blieb nichts anderes übrig, als zu necken Kaum waren sein Vater und der Stalker außer Hörweite Da sprang Oleg auf Riss Atyom keck die Schachtel aus der Hand Rief, fang mich Und rannte los Auf die Einsturzstelle zu Atyom begriff, dass er jetzt für Antons Sohn verantwortlich war Er warf den Wachen einen schuldbewussten Blick zu Schaltete seine Taschenlampe an und ging dem Jungen nach Dieser hatte sich zum Glück nicht in das halb zerstörte Dienstzimmer gewagt Wie Atyom bereits befürchtet hatte Sondern wartete direkt vor dem Erdwall auf ihn Schau, was ich dir jetzt zeige Oleg kletterte auf einige Steine Bis er sich auf einer Höhe mit den Metallrohren befand, die im Geröll verschwanden Dann holte er sein Schächtelchen heraus und legte es auf eine der Rohre Hör zu, sagte er begeistert und drehte die Kurbel Das Rohr schwang mit und ertönte Füllte sich gleichsam mit jener traurigen Melodie aus der Schatulle Der Junge hielt sein Ohr an das Rohr und fuhr wie verzaubert fort, die Kurbel zu drehen Und der metallischen Schachtel Töne zu entlocken Dann hielt er eine Sekunde lang inne Lauschte weiter, lächelte freudig, sprang von dem Steinhaufen herunter und hielt Atyom die Schachtel hin Da, probier mal Atyom konnte sich schon vorstellen, wie sich der Klang der Melodie verändern würde Wenn er durch das Metall eines hohen Rohrs geleitet wurde Doch brannten die Augen des Jungen so sehr vor Begeisterung, dass er kein Spielverderber sein wollte Er stieg nach oben, stellte die kleine Schachtel auf das Rohr, drückte sein Ohr gegen das kalte Eisen und begann den Hebel zu drehen Die Musik erklang plötzlich so laut, dass Atyom den Kopf beinahe wieder zurückgezogen hätte So gut kannte er die Gesetze der Akustik nicht Wie ein Stück Eisen, diese harmlos klingende Melodie um ein Vielfaches verstärken, ihr Volumen verleihen konnte, war für ihn ein unbegreifliches Wunder Er drehte die Kurbel weiter und spielte das kurze Motiv noch dreimal durch Dann nickte er Olek zu Super Olek lachte Und jetzt hör nochmal, ohne zu spielen, nur röhren Atyom zuckte mit den Schultern, drehte sich zu den Wachposten um, ob Mänik und Anton schon zurück waren, und legte sein Ohr erneut an das Rohr Was war dort jetzt wohl zu hören? Der Wind, ein Widerhall jener seltsamen Geräusche, die er vom Tunnel zwischen der Alexevskaya und dem Prospekt Mira erkannte Aus unvorstellbarer Ferne trangen gedämpfte Geräusche mühsam durch den dicken Erdwall heran Sie kamen vom Park Poppedi, das stand außer Zweifel Atyom erstarrte, lauschte weiter Und dann wurde ihm mit Eiseskälte bewusst, dass er etwas völlig Unmögliches hörte Musik Jemand oder etwas wiederholte in einigen Kilometern Entfernung die sehnsüchtige Melodie aus der Musikschatulle Note für Note Und es war kein Echo An einigen Stellen machte der unbekannte Interpret nämlich Fehler Hielt die eine oder andere Note etwas länger Doch das Motiv als solches blieb nach wie vor erkennbar Was aber noch viel verblüffender war Die Melodie wurde offenbar nicht von den kleinen metallischen Zungen der Schatulle hervorgebracht Sondern ihr Klang erinnerte eher an ein Summen Oder ein Singen Ein unverständlicher Chor aus vielen Stimmen Nein, es war doch ein Summen Und spielt es? Fragte Oleg mit zufriedenem Gesicht Lass mich das auch noch mal hören Atyoms Lippen klebten aneinander Was ist das? Murmerte er heiser Musik Das Rohr spielt selber Das beklemmende Gefühl Das dieses furchtbare Singen bei Atyom auslöste Berührte den Jungen offenbar gar nicht Für ihn war das alles nur ein lustiges Spiel Er fragte sich nicht Wer oder was dort auf die Melodie antworten konnte An einer Station Die seit einem Jahrzehnt keinen Kontakt mehr zur übrigen Welt hatte Und wo jegliches Leben längst erloschen war Oleg kletterte wieder auf die Steine Um sein Maschinchen noch einmal anzuwerfen Doch Atyom hatte plötzlich eine furchtbare Angst um den Jungen ergriffen Er packte Oleg am Arm Und zog ihn trotz dessen Protest hinter sich her Zurück zum Ofen Feigling, Feigling, rief Oleg Nur kleine Kinder glauben an diese Märchen Atyom blieb stehen und sah ihm in die Augen Welche Märchen? Dass sie die Kinder klauen Wenn die im Tunnel den Rohren zuhören wollen Atyom zog ihn weiter zum Ofen Wer ist das? Sie! Die Toten! Das Gespräch brach ab Der Posten, der vorhin vom Fluch der Station gesprochen hatte Zog ihn zusammen und starrte sie mit einem derart aufmerksamen Blick an Dass Atyom die Worte im Hals stecken blieben Gerade noch rechtzeitig hatten sie ihr kleines Abenteuer beendet Denn Anton und der Stalker kehrten soeben zurück Und sie hatten noch einen dritten Mann dabei Atyom setzte den Jungen schnell auf seinen Platz Der Schichtführer ließ sich neben Atyom auf einen Sandsack nieder Entschuldige, es hat etwas gedauert Hat er sich benommen? Atyom nickte und hoffte, dass der Junge klug genug war Sich nicht mit ihrem kleinen Ausflug zu prüsten Doch dieser stellte mit konzentriertem Gesicht seine Hülsen neu auf Ganz als sei nichts gewesen Der dritte Mann war ein hagerer Typ mit schütterem Haar Eingefallenen Wangen und Ringen unter den Augen Er trat an den Ofen heran, um die Wachleute zu grüßen Dann musterte Atyom scharf, ohne etwas zu sagen Das ist Rediak, sagte Melnik Er geht mit uns weiter Er ist Spezialist für Raketentechnik Er geht ein Tessnik